Er hechtete nach seiner Pistole auf dem Boden, riss sie hoch und feuerte, sein Arm ruhig trotz des Schmerzes in seiner Brust und des wilden Brüllens der Blutgier in seinen Adern. Gnadenlos pumpte Chase Kugel um Kugel in den Schädel des Killers. Er explodierte. Blut und Hirnmasse regneten auf Tavia herab, als der riesige Gen 1 taumelte und dann auf dem Boden zusammenbrach. Tavia starrte den toten Stammesvampir an. Sie konnte nur flach und keuchend atmen, nachdem der Killer sie um ein Haar erwirkt hatte, wenn Chase nicht gewesen wäre. Sie schmeckte Blut auf ihren Lippen, konnte es in ihrem Haar, auf ihrer Haut und in ihren Kleidern riechen. Es drehte ihr fast den Magen um, aber gleichzeitig weckte es tief in ihr eine dunkle Macht. Bisher hatte sie es abstreiten wollen, aber jetzt war da kein Raum für Zweifel mehr. Sie war eine von ihnen, eine Angehörige des Stammes. Sie spürte, wie die Macht in ihr lebendig wurde, eine Macht, die ihr Kraft gab, stehen zu bleiben und ungerührt zuzusehen, wie Chase nach vorne stapfte und seine letzte Kugel in die Kammer lud. Er sah verächtlich auf den Killer herunter, drehte den zerstörten Kopf mit der Stiefelspitze zur Seite, sodass ein dickes schwarzes Halsband um den Hals des toten Mannes sichtbar wurde. Chase drückte seine Waffe dagegen und schoss die letzte Kugel hinein. Um sie herum explodierte ein gleißender Lichtblitz. Tavia spürte im gleichen Moment, dass Chase sie mit seinem Körper abschirmte, seine starken Arme um sie geschlungen, als das reine, grellweiße Licht aufflammte und dann genauso schnell wieder verschwand. Einen Augenblick lang spülte sie noch Chases Körperwärme, sicher und tröstlich. Dann war auch sie verschwunden. »Bist du okay?«, fragte er, seine Stimme rau und drängend. Sie sah hinunter auf den Kopf, der nun säuberlich vom Körper abgetrennt war und schwelte. »Alles okay?«, sagte sie, obwohl ihre Kehle sich wund anfühlte und ihre Stimme nur ein heiseres Knurren war. »Und du?« Ihre Fänge pulsierten vom Blutgeruch der Stichwunde in seiner Seite. Chase tat die Wunde mit einer Grimasse ab. »Das überlebe ich schon.« Er nahm ihre Hand und zog sie von dem Gemetzel fort. »Dieses Licht?«, sagte sie, als sie neben ihm herrannte. »Was hast du da gemacht? Was kam aus diesem Halsband?« »UV-Strahlen.« »Dragos Killer müssen diese UV-Halsbänder um den Hals tragen. Beim kleinsten Versuch, sie zu manipulieren oder zu beschädigen, wird der Auslöser aktiviert.« »Gut zu wissen«, sagte sie, immer noch erstaunt und erschüttert von dem, was eben geschehen war. Sie warf einen letzten Blick zurück, als Chase mit ihr in den Korridor hinausging. »Wie viele solcher Killer hat Dragos?« Chase knurrte. »Zu verdammt viele!« Schüsse ertönten im hinteren Teil der Klinik, ein Kugelhagel, der bis in Tavias Knochen wiederhalte. »Matthias!« Chase fluchte leise. »Ich lass ihn nicht hier!« Davia nickte. »Ich komm mit!« Dieses Mal wollte er ihr es nicht ausreden. Gemeinsam rasten sie den langen Korridor der Klinik hinunter. Matthias Rowan hinkte aus einem Raum im hinteren Teil des Gebäudes auf sie zu. Er zog eine frische Blutspur hinter sich her, blutete heftig aus einer Kopfwunde und hinkte mit dem linken Bein. »Raus! Sofort raus hier! Da ist eine Bombe im Serverraum!« schrie er und winkte sie zurück. »Ich habe zwei Lakaien getötet, die sie aktiviert haben, aber der Countdown läuft! Wir müssen sofort weg hier!« Sie rannten zum vorderen Fenster der Klinik und hatten es kaum aus dem Gebäude geschafft, als ein tiefes Grollen ertönte, das sich unter der Erde auszubreiten schien. Es wurde immer lauter, und das Beben nahm zu, während die drei über die verschneite Wiese eilten. Die Explosion war ohrenbetäubend. Der ganze Nachthimmel flammte auf, als Dr. Lewis' Klinik und die Geheimnisse und Lügen von Jahrzehnten in einem Ball aus Feuer, rauchundfliegenden Trümmern explodierte. Der antike Stuhl auf Dragos' Inselversteck war seit über einem Jahrhundert in seinem Besitz. Das unbequeme, sperrige Ding war ein Thron, geschnitzt aus 600 Jahre altem wallachischem Eichenholz und stammte aus einer alten Kirche in den südwestlichen Karpaten. Laut der Legende hatte der Thron mit dem polierten Sitz und den Armlehnen mit den Drachenköpfen einst einem blutdürstigen Herrscher des Mittelalters gehört, dessen Name in den meisten Menschen auch heute noch Furcht und Schrecken hervorrief. Normalerweise fand Dragos solche Folklore höchstens amüsant. Heute Nacht beneidete er den ehemaligen Eigentümer des Stuhles um die Todesangst, die er in seinen Untergebenen ausgelöst hatte. Heute Nacht dürstete Dragos danach, dasselbe wilde Entsetzen zu verbreiten. Nicht nur unter denen, die ihm dienten, sondern auf der ganzen Welt. Es hatte am Nachmittag damit begonnen, dass der Vizepräsident der Vereinigten Staaten nicht bei Senator Clarences Trauergottesdienst erschienen war. Sicherheitsbedenken hatten ihn gezwungen, seinen Auftritt in Boston in letzter Minute abzusagen. Seine Fahrt im Tageslicht war völlig umsonst gewesen, und auch die mit Warten vertane Stunde in der Menge der Gottesdienstbesucher hatte nicht dazu beigetragen, seine Stimmung zu heben. Genauso wenig wie die Tatsache, dass seine Anrufe im Büro des Politikers jetzt an diverse Mitarbeiter umgeleitet wurden, die ihm höflich einen Gesprächstermin irgendwann in der zweiten Jahreshälfte anboten. Vorher sei leider nichts zu machen. Dragos fauchte schon beim Gedanken daran. Er grub die Fingernägel in die hölzernen Armlehnen des Throns von Vlad dem Fähler, als er in den Nachrichten den Bericht von einem Großbrand auf einem Privatgrundstück beim Städtchen Sherbourne sah. Es war nicht der Verlust von Dr. Louis' Klinik, weshalb er so wütend war. Die Zerstörung des Gebäudes und der Datensammlung war auf seinen eigenen Befehl geschehen. Er hatte das veranlasst, kurz nachdem er vom Tod seines Lakaienarztes erfahren hatte. Es war die Tatsache, dass sein eigens dafür ausgesandter Killer noch nicht mit Tavia Fairchild zurückgekommen war, die ihn vor Wut zum Kochen brachte. Er hatte den Killer zu Sonnenuntergang losgeschickt, um sie zu holen, weil er damit rechnete, dass sie schon bald in der Klinik auftauchen würde. Ihre Neugier über ihre wahre Abstammung würde sie ihrem Herrn und Meister direkt in die Hände treiben. Dragos hatte sich schon so darauf gefreut, die schöne Tavia in allen Arten ihm Lust zu bereiten zu unterweisen, jetzt, wo die Fassade ihres Lebens als Normalsterbliche endgültig zusammengebrochen war. Aber der Killer hatte versagt und Dragos seine Beute nicht gebracht. Eine Panne mehr an einem Tag voller Rückschläge und Ärgernisse. Er war mit seiner Geduld am Ende. Und nun würde er keine weiteren Verzögerungen mehr dulden, endlich sein Geburtsrecht in Besitz zu nehmen. Mit einem wilden Fluch sprang Dragos von seinem Thron auf, packte die unbezahlbare Antiquität und hob sie in die Höhe. In einem Wutanfall warf er sie gegen den massiven steinernen Kamin, der eine ganze Raumseite einnahm. Der Stuhl prallte gegen die hoch aufragende Wand von Granitfelsen und Mörtel und zerschellte in Stücke. Sechshundert Jahre Geschichte aus einer Laune heraus in Splitter verwandelt. Dieser totale Verlust, die Zerstörung, die nicht mehr rückgängig zu machen war, erfüllte ihn mit einer Befriedigung, die so real und instinktiv war wie der explosivste Orgasmus. Dragos genoss das Machtgefühl, das durch seine Adern rollte. Er trank davon, näherte sich von ihm wie von frischem, lebenspendendem Blut. Er kochte vor Wut, berauscht von seiner eigenen Grandessa, als er durch die Tür seiner Privatgemächer platzte und einen seiner Lakaien anbellte. Ruf meine Leutnants zusammen, fauchte er. Ich will jeden Einzelnen von Ihnen in der nächsten Stunde auf einer Videokonferenz haben. Sie sollen sich für neue Befehle bereithalten. Rowan atmete heftig durch die Zähne ein, als Chase ihm das letzte Blut von seiner klaffenden Wunde am Hinterkopf wischte. Verdammt, tut das weh, und du bist so ungeschickt, als Krankenschwester wärst du ein Albtraum. Chase knurrte. So was war noch nie meine Stärke. Was du nicht sagst. Bist du endlich fertig? Fertig. Seine eigenen Verletzungen von der Schlacht in der Klinik hatte Chase bereits verbunden, nachdem er und Rowan die Küche seines dunklen Hafens zu einem improvisierten Feldlazarett gemacht hatten, während Tavia sich in einem der Gästezimmer im Obergeschoss frisch machte und dann ausruhte. Das Anwesen war still, bis auf das gelegentliche Stimmengemurmel in anderen Teilen des Hauses, wo Rowans Verwandten wohnten. Allesamt Zivilisten, eine Handvoll jüngerer Brüder und Neffen, einige von ihnen mit eigenen Stammesgefährtinnen. Chase warf die blutgetränkten Tupfer in den Müll und beäugte den Agenten mit einem Seitenblick. »Wann bist du das letzte Mal im Dienst verletzt worden?« Rowan zuckte mit den Schultern. »Vor meiner Beförderung zum regionalen Direktor. Schwer, eins draufzubekommen, wenn du die meiste Zeit hinter einem Schreibtisch sitzt und Papierkram machst.« »Ich dachte, du weißt, was der Job mit sich bringt, als du dich dafür beworben hast.« »Ich habe mich nur beworben, weil du ihn nicht haben wolltest,« sagte Rowan. »Du weißt, der Direktorenposten war damals schon für dich reserviert. Hölle noch mal, es war Tradition, dass er an dich gehen sollte. Den Job hat ein Chase gemacht, seit die Agentur eine Niederlassung in Boston hat.« Tatsächlich seit über 200 Jahren. Zuerst war es Chases Vater, dann Quentin, Chases Bruder gewesen. Es war sechs Jahre her, seit Quent im Dienst gefallen war. Jeder in der Familie und der Agentur hatte angenommen, dass Chase den Posten übernehmen würde. Doch nachdem der Schock und der Kummer über seinen Tod etwas abgeklungen waren, hatte Chase sich stattdessen in die Arbeit im Feld gestürzt, hatte Straßenpatrouillen und andere unbeliebte Aufgaben übernommen, die normalerweise den Neulingen und den Disziplinarfällen gegeben wurden. Arbeit, bei denen sie sich die Hände dreckig machen, etwas Kampferfahrung sammeln sollten, bevor sie anfingen, sich für höhere Posten oder politische Gefährlichkeiten innerhalb der Agentur zu bewerben.« Für Außenstehende hatte es so ausgesehen, als ob Chase sich aus Ehrgefühl und Mut gegen den Direktorenposten entschieden hatte. Ein trauernder Bruder, der einzige überlebende Sohn eines der angesehensten Männer der Stammesgesellschaft, hatte sich von Titeln und Privilegien abgewandt, um die Familientradition von selbstlosem Dienst im Schützengraben weiterzuführen. In Wahrheit hat es mit all dem nichts zu tun. Chase konnte den Gedanken nicht ertragen, dem Vorbild Quentens und seines Vaters gerecht werden zu müssen. Sein Erfolg hätte sich nie mit den unerreichbaren Standards messen können, die sie gesetzt hatten. Verglichen mit ihnen hätte er nur versagt, und das hätte er nicht ertragen können. Von dieser Scham, der er sich zutiefst bewusst war, hatte Chase sich selbst heute noch nicht freimachen können. Also hatte er die Verantwortung gescheut. Er war vor ihr davongelaufen. Eine Schande, die nur noch schlimmer wurde, weil alle gedacht hatten, dass er aus derselben Integrität heraushandelte wie seine Familie vor ihm. Und diese Fassade hatte er all diese Jahre aufrechterhalten. Selbst nachdem er dem Orden beigetreten war, hatte er weiter seine selbstgerechte Rolle gespielt. Aber lange hatte es nicht gedauert. Nein, sie hatten ihn schon bald durchschaut. Er war sein ganzes Leben lang ein Hochstapler gewesen. Nach außen strahlend und makellos, während in ihm der Selbsthass schwerte. Und als Quent getötet wurde, wurde es noch schlimmer. Seit seine Sucht, dieser gefährliche Tanz mit der Blutgier, immer stärker wurde, war es Chase nicht länger wichtig, die Maske aufzubehalten, hinter der er sich so lange versteckt hatte. Es war ihm zu anstrengend. Jetzt trug er seine Krankheit für alle sichtbar. Sogar seine Gabe, die Schatten zu lenken, hatte ihn schon so gut wie verlassen. Jetzt war er völlig nackt und bloßgestellt, konnte sich nicht mehr verstecken. Rowan seufzte schwer und unterbrach damit Chases düstere Gedanken. »Es gibt Tage, verdammt viele, wenn du die ungeschönte Wahrheit wissen willst, wo ich nicht einmal weiß, wofür die Agentur überhaupt noch steht. Ich habe meinen Posten angetreten, weil ich dachte, dass ich etwas bewirken könnte. Das ist mir nicht gelungen. Die Korruption gibt es schon zu lange, und sie reicht zu tief. Sie ist ein Krebsgeschwür, das schon fast alle in der Organisation erreicht hat.« Chase verstand ihn. Diese schwere Last hatte er selbst einmal getragen. »Mit der Agentur geht es schon lange bergab. Den Laden aufräumen? Scheiße!« Er schüttelte den Kopf beim Gedanken daran, welche umfassenden Veränderungen dafür erforderlich wären. »Da müsste man die ganze Organisation ausmisten. Ganz von vorne anfangen. Das Ganze mit ein paar handverlesenen Mitgliedern von innen neu aufbauen. Neue Philosophie. Neue Zielsetzungen. Die Agentur reformieren, Stück für Stück.« Rowan beobachtete ihn genau und nickte zustimmend. »Vielleicht kommst du eines Tages zurück und hilfst mir dabei, genau das zu tun.« »Scheiße!« knurrte Chase. »Ich doch nicht. Ich war froh, da rauszukommen, als ich die Chance hatte. Ich hab da nie wirklich reingepasst.« Rowan runzelte die dunklen Brauen. »Ich dachte vielleicht, dass du die Agentur aus einem anderen Grund verlassen. Ich hab mich gefragt, ob du gegangen bist, um Elise zu folgen. Vielleicht wolltest du dich davon überzeugen, dass sie keinen Fehler machte, sich mit einem Ordenskrieger einzulassen,« fügte er hinzu, als Chase ihm einen harten Blick zuwarf. »Sie ist in den denkbar besten Händen,« sagte Chase und meinte es ernst. »Taggin betet sie an. Er ist ein guter Mann, ihrer würdig. Und sie liebt ihn, vielleicht sogar mehr als damals Quent.« »Das ist mir auch schon aufgefallen,« antwortete Rowan. »Aber damals...« Chase nahm den Gedankengang seines alten Freundes auf. »Als ich damals die Agentur verlassen habe, wusste ich nicht, was ich wollte. Ich wusste nur, wenn ich nicht wahnsinnig werden und meine verdammte Seele verlieren wollte, musste ich da raus.« Er erzählte Rowan jetzt die Wahrheit. So viel, wie er bereit war, mit ihm zu teilen. Es gab Dinge, die er nie jemandem erzählt hatte. Die ganze Schande seiner Vergangenheit würde er wohl sein Leben lang für sich behalten. »Und jetzt?« fragte Rowan nach einer Weile. Chase stieß ein freudloses Kichern aus. »Über diese Dinge mache ich mir heute keine Gedanken mehr.« »Solltest du vielleicht?« Rowan streckte den Arm aus und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Du und ich kennen uns schon sehr lange, mein Freund. Ich habe dich in deinen besten Zeiten gesehen, und sogar in deinen schlimmsten bist du verdammt viel besser als die meisten Arschlöcher in der Agentur, die sich meine Freunde nennen. Wenn du je irgendetwas brauchst, kannst du auf mich zählen.« Chase runzelte die Stirn, zögerte, ein so unverdientes Geschenk anzunehmen. »Ich würde dich nicht beim Wort nehmen, Matthias. Nur …« »Die Frau da oben«, sagte Rowan mit einem ernsten Nicken. »Lieber Himmel, Chase. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen, aber ich kann es immer noch kaum glauben.« »Dragos hat eine weibliche Gene 1 in seinen Labors gezüchtet. Mehr als eine laut der Patientenakten, die wir heute Nacht in der Klinik gesehen haben.« Rowan sprach leise, um nicht von einem der anderen zivilen Bewohner seines dunklen Hafens gehört zu werden. »Ist dir klar, was das bedeutet? Was das für die Zukunft unserer ganzen Spezies bedeutet? Diese junge Frau da oben verändert alles.« »Ja«, sagte Chase. »Und darum muss sie beschützt werden. Der sicherste Ort für sie ist beim Orden. Ich bitte dich dafür zu sorgen, dass sie dorthin kommt.« »Das kannst du selbst tun, Chase.« Rowan zuckte unbestimmt mit den Schultern. »Ich habe dir doch gesagt, dass ich Logan informieren musste. Ich habe ihn angerufen, sobald wir zurück waren. Er hat Tagen und ein paar von den anderen losgeschickt, um die Frau abzuholen. Sie sind schon auf dem Weg, sollten in der nächsten Stunde hier sein.« Chase stieß einen leisen Fluch aus. Als er vor ein paar Tagen aus dem Anwesen des Ordens getreten war und sich der Polizei der Menschen ergeben hatte, hatte er es als endgültigen Akt getan. Er war für den Orden zur Belastung geworden, seit er begonnen hatte, seinen Kampf gegen die Blutgier zu verlieren. Davon wollte er seine Kriegerbrüder erlösen. Dass er sich den Menschen ergeben hatte, war seine letzte Anstrengung gewesen, ein schwacher, vergeblicher Versuch, Erlösung zu finden, indem er seine Freiheit für sie opferte. Er hatte nicht gedacht, dass er Luken, Dante, Tagen und den Rest des Ordens jemals wieder gegenübertreten würde. Und ihre verständliche Verachtung für ihn wollte er jetzt weiß Gott nicht sehen. »Du wirst dir für mich die Ehre geben müssen,« sagte er Roman. »Ich habe nicht vor, so lange zu bleiben.« »Wohin willst du denn gehen?« Die Frage war nicht herausfordernd gemeint, aber die Besorgnis darin war Chase auch nicht willkommen. Er stand auf und begann rastlos in der Küche auf- und abzugehen. Direkt über seinem Kopf war das Gästezimmer, wohin man Tavia bei ihrer Ankunft gebracht hatte. Ihre Dusche lief noch. Er konnte das gedämpfte Quietschen alter Kupferrohre durch die dicken Wände hören. »Sie ist schon lange da oben. Denkst du, sie ist okay?« »In Anbetracht dessen, was sie heute durchgemacht hat, würde ich sagen, sie hält sich bemerkenswert gut.« »Tut sie,« sagte Chase. »Tavia ist bemerkenswert.« Er dachte an die paar letzten Tage und Nächte zurück. All die erstaunlichen Enthüllungen, die unerwartete Besorgnis, die ungewollten Gefühle, die er für eine Frau empfand, die vor nicht einmal einer Woche noch eine Fremde fehlend gewesen war. Und ja, da war noch die zusätzliche Komplikation, dass er sie begehrte. Noch mehr Grund, hier schleunigst seine Zelte abzubrechen, bevor er sich noch tiefer verstricken ließ. »Scheiße!« Chase fuhr sich mit der Hand über den Kopf und stieß einen tiefen Seufzer aus. »Ich muss los. Ist besser so. Besser für Sie. Hölle noch mal und für mich auch.« Rowan musterte ihn jetzt. Der kluge Agenturdirektor hatte sofort verstanden, was zwischen Chase und Tavia geschehen war und dass Chase auch das vergeigt hatte. »Was soll ich ihr sagen?« Chase fluchte wieder, dieses Mal heftiger. »Sag ihr einfach, dass es mir leidtut. Das alles.« »Glaubst du, es ist wahr?« Lucan stand in Gideons provisorischer Computerzentrale, eine Schulter an die Wand gelehnt. »Kann Dragos wirklich eine weibliche Stammesvampirin in seinen Labors gezüchtet haben?« Gideon sah von dem Computerterminal auf, an dem er gerade arbeitete. Sein Blick über dem Rand seiner hellblau getönten Brille war ernst. »Nachdem, was ich in dem Tieftemperaturlagerbehälter gefunden habe, den Hunter uns aus New Orleans mitgebracht hat, würde ich sagen, das ist absolut möglich.« Er rollte seinen Stuhl über die polierten Dielenbretter zu einem anderen summenden Computer. »Siehst du das hier?« Er zeigte auf ein Schaubild auf dem Monitor und Lucan stapfte hinüber, um es sich anzusehen. »Das ist nur eine von einem Dutzend Analysen, die ich seither mit den Genproben aus dieser Eiskiste gemacht habe. Wir haben es hier mit unzähligen Proben zu tun, Lucan, und zwar von dem Ältesten, seinen im Labor gezüchteten Nachkommen und über zwanzig Stammesgefährten. Verdammt, sogar ein paar Proben von Normalsterblichen habe ich in diesem Tank gefunden. Dragos hat DNA, Blutzellen, Stammzellen, Embryos gesammelt. Material, um eine ganze Generation von Genetikern in seinen Labors zu beschäftigen.« »Ja, im Himmel«, murmelte Lucan. »Und das sind nur die brauchbaren Präparate?« fügte Gideon hinzu. »Im zweiten Behälter waren noch mehr, aber durch die Beschädigung des Tanks wurde die Versiegelung geöffnet und der Inhalt zerstört.« »Was ist das da drüben?« fragte Lucan und zeigte auf einen weiteren Monitor, auf dem eben eine lange Datenliste durchlief. Der Bildschirm war geteilt, auf der unteren Bildschirmhälfte liefen in rasender Folge Code-Sequenzen durch, die obere Hälfte zeigte eine Reihe von Feldern. Nur die drei ersten Felder waren mit einer feststehenden Nummer ausgefüllt. Fünf, Null und Fünf. »Das?« sagte Gideon. »Es ist ein kleines Dechiffrierprogramm, das ich gestern geschrieben habe. In die meisten Labordaten konnte ich mich ohne Probleme einhecken, aber eine Datei ist nochmal extra passwortgeschützt. Mit meiner üblichen Trickkiste kam ich da nicht ran, also versuche ich's jetzt anders.« »Und? Funktioniert's?« fragte Lucan und sah zu, wie der Code in schwindelerregendem Tempo auf dem Bildschirm durchlief. »Schon«, sagte Gideon. »Nur viel langsamer, als ich gehofft habe. Das Programm läuft jetzt seit etwa vierundzwanzig Stunden und das ist alles, was es bisher ausgespuckt hat. Bei der Geschwindigkeit durfte es nochmal vier oder fünf Tage dauern, um die ganze Sequenz zu knacken, vorausgesetzt, die Ergebnisse sind fehlerfrei.« Lucan knurrte. »Und wir haben keine Ahnung, was in dieser Datei ist, sogar wenn wir den Code knacken.« »Stimmt genau«, sagte Gideon. »Aber da Dragos sich die Mühe gemacht hat, sie mit mehreren Maßnahmen zu schützen, schätze ich mal, dass sie Informationen enthält, die wir unbedingt haben wollen.« »Sehe ich auch so. Aber nochmal vier oder fünf Tage könnte zu spät sein, um noch benutzen zu können, was wir finden. Sag mir, dass du noch mehr hast als das.« Gideon nickte. »Ich habe mich in die GPS-Daten eingehackt, die Hunter uns noch aus New Orleans geschickt hat. Da diese Informationen uns zu Corinnes Sohn geführt haben, kriegen wir vielleicht eine Spur zu Dragos anderen Killern im ganzen Land. Wenn wir diese Zellen lokalisieren, können wir sie eine nach der anderen ausschalten.« »Dragos' Armee von Grund auf zerschlagen.« »Guter Plan. Wir brauchen jetzt endlich ein paar Erfolge, wo wir allmählich sehen, was Dragos all die Jahrzehnte getrieben hat.« »Eine weibliche Gen 1«, sahen Gideon und machte sich, an einer seiner Tastaturen zu schaffen. »Wie kann es sein, dass sie die ganze Zeit unter den Menschen gelebt hat? Und was zur Hölle hat Dragos sich überhaupt davon versprochen, sie zu erschaffen?« »Das frage ich mich auch,« antwortete Lucan. »Wir werden sie ausführlich befragen können, sobald Tegan und die anderen sie von Rowan abgeholt haben.« Weil Lucan nicht wissen konnte, ob Tavia Fairchild kooperieren würde, hatte Lucan Hunter und Nico mitgeschickt. Auch Renata war mitgegangen, nicht nur, weil die Anwesenheit einer anderen Frau für Tavia vielleicht etwas Trost bedeutete, sondern auch wegen ihrer besonderen Stammesgefährtinnen Gabe. Mit ihren übernatürlichen mentalen Kräften konnte Nikos Gefährtin jeden Stammesvampir vorübergehend außer Gefecht setzen. Allerdings setzte sie ihre Gabe nur selten ein, weil sie davon meistens schreckliche Migräneanfälle bekamen. »Was ist mit Chase?« fragte Gideon. »Hat Rowan dir irgendwas von ihm erzählt, als er angerufen hat?« »Nur, dass er bei ihm in seinem dunklen Hafen war und dass er verdammt schlecht aussieht.« Ein weiterer Grund, warum Lucan es für klug gehalten hatte, Renata mit dem Rest der Crew nach Boston zu schicken. »Schlecht oder nicht?« sagte Gideon. »Ich bin einfach nur erleichtert zu hören, dass Harvard überhaupt noch am Leben ist.« »Mach dir da besser keine Hoffnungen«, antwortete Lucan. Aber in Wahrheit war auch er erleichtert, dass Chase noch lebte. Und er war ihm extrem dankbar dafür, dass er den Orden auf Tavia Fairchild aufmerksam gemacht hatte. Und für das persönliche Risiko, dass Chase eingegangen war, als er sich den Behörden der Menschen ergeben hatte, als die Polizei das Hauptquartier stürmen wollte. An diesem Tag hatte er wahrscheinlich mehr als einem von ihnen das Leben gerettet. Ein Akt, der Selbstaufopferung der Lucan immer noch beschämte. Lucan war so lange der Anführer des Ordens gewesen, weil er wusste, wann er klare Grenzen ziehen musste. Aber er wusste auch, wann er besser Nachsicht walten ließ. Mit Stalling Chase ging es in der letzten Zeit steil abwärts. Aber noch war er kein völlig hoffnungsloser Fall. Lucan sollte es wissen. Schließlich war es ihm selbst vor noch gar nicht langer Zeit genauso gegangen. »Wie war's?« Gideon hatte sich von seinen Tastaturen abgewandt und beobachtete Lucan durch seine eisblauen Brillenbläser. Das sonst immer zu Späßen aufgelegte Technik Genie war plötzlich ganz ruhig und ernst geworden. »Du hast mir erzählt, wie sich die Blutgier angefühlt hat.« Die Erinnerung daran fiel Lucan nicht schwer. Sein eigener Kampf mit seiner wilden Seite hatte etwas nachgelassen, seit vor anderthalb Jahren Gabriel in sein Leben getreten war. Aber die Erinnerung daran war immer noch sehr lebendig. »Es war die Hölle«, gab er zu. »Die absolute Hölle. Ständig Hunger und Aggression. Eine gefährliche Kombination. Selbstzerstörerisch. Der Durst schürt den zwang zu Gewalt und gewaltintensiviert den Drang zu Jagen und Nahrung zu sich zu nehmen. Er stieß ein Fluch aus. So schlimm es bei mir auch war. Tagen hat noch Schlimmeres durchgemacht.« Gideon nickte grimmig. Er kannte die Grundzüge von Tagens Geschichte. »Er hat seine Stammesgefährtin verloren und mutierte zum Rogue. Du hast ihn gerettet.« Mehrere Monate Isolation und Nahrungsentzug bis kurz vor dem Verhungern haben Tagen gerettet. Nicht ich. Und sogar dann hatten wir keine Garantie, dass er es auch wirklich schaffen würde. Aber er hatte es geschafft. Trotz allem. Sogar trotz des Kummers und der Wut, die den Krieger beherrscht hatten. Luken war froh, dass Tagen ihn immer noch als seinen Freund betrachtete. Einen Bruder. »Es ist lange her. Bei ihm ist es Jahrhunderte her. Aber ich kann dir sagen, dass die Blutgeare einen nie ganz loslässt. Und es hat lange gedauert, bis Tagen aus seiner Suchtspirale kam. Sehr lange. So viel Zeit haben wir jetzt nicht bei Chase, mit Dragos auf freiem Fuß.« Gideon hob eine Augenbraue. Unter diesem dunklen Hafen gibt es einen Bunker mit Wänden aus Stahlbeton, einen halben Meter dick und mit dreifach verstärkter Tür. Darin kann man einen Nuklearschlag überstehen. Müsste doch ausreichen, um einen tobenden Vampir festzuhalten, bis wir die Zeit haben, uns richtig um ihn zu kümmern. Luken hielt den Blick des Kriegers und spürte einen verschwörerischen Funken. Sein Mundwinkel zuckte. »Ich war schon unten und hab mich umgesehen.« »Gleich nachdem ich heute Nacht mit Rowan telefoniert habe.« Jetzt nickte Gideon, und aus seinem Gesicht breitete sich ein Lächeln aus. »Hm, und ich dachte schon, du hättest Harward abgeschrieben.« »Das könnte ich immer noch«, warnte Luken nüchtern. »Es hängt von ihm ab, mich zu überzeugen. Wie ich schon sagte, machen wir uns besser keine Hoffnung, bis wir ihn nicht selbst sehen.« Luken wurde von dröhnenden Schritten draußen vor dem Raum unterbrochen. Er und Gideon sprangen auf und eilten hinaus, um zu sehen, was los war. Sie wären fast mit Lazarus Arka zusammengestoßen. »Es ist Janna«, sagte er, und dem Stamm des Ältesten stand die Besorgnis ins Gesicht geschrieben. »Kommt! Schnell!« Sie folgten ihm zum großen Raum am Ende des ausgedehnten Anwesens. Brock war schon da. Er kauerte neben seiner Gefährtin, die auf dem braunen Ledersofa zusammengesunken war. »Janna«, Brocks Stimme war sanft, aber drängend, und er strich mit seinen dunklen Händen über ihr teilnahmsloses Gesicht. »Sissa, kannst du mich hören? Na komm, Janna, mach die Augen auf. Wach auf!« Luken sah zu Arka hinüber. »Was ist passiert?« »Ich bin mir nicht sicher. Wir haben gerade unsere Aufzeichnungen zur Sprache der Ältesten durchgesehen und versucht, die Bedeutung einiger der schwerer zu fassenden außerirdischen Sätze herauszufinden, die sie in den letzten Wochen im Schlaf spricht. Sie wollte sich kurz hinlegen, also ging ich nach Callan sehen. Als ich zurückkam, schlug sie im Schlaf um sich und schnappte nach Luft. »Wieder ein Albtraum«, vermutete Gideon. Er sprach leise, während Brock versuchte, Janna so sanft zu wecken, wie er nur konnte. Gestern sagte sie, sie hatte in letzter Zeit schlimme Träume, dass sie im Dunkeln in einer kleinen Zelle eingesperrt war, wiederholt mit Nadeln und Messern gestochen, ihre Haut abgezogen wurde und sie konnte nur hilflos zusehen. »Himmel«, zischte Luken. »Das kann kein Zufall sein.« »Nein«, stimmte Gideon ihm zu. »Ich vermute, der Älteste hat ihr mit seinem außerirdischen Genmaterial aus seiner Erinnerungen eingepflanzt.« Und das war nicht alles, was der Älteste Janna gegeben hatte. Ihr Körper veränderte sich immer noch. Zellen und Organe entwickelten sich ständig in einer Weise weiter, die nicht mehr menschlich war. Die Glüfe auf ihrem Nacken und ihren Schultern wurde jeden Tag ein wenig größer. Man konnte noch nicht wissen, wie viel von ihrem Körper sie in einem oder in zehn Jahren bedecken würde. So wie ihr Körper mutierte, war Gideon davon überzeugt, dass, so wie auch ihre übernatürliche Kraft und Ausdauer, inzwischen auch ihre Lebensspanne nicht länger in menschlichen Maßstäben gemessen werden konnte. »Jenna«, sagte Brock sanft und zog sie an sich, als sie jetzt langsam zu sich kam und leise vor sich hin murmelte. »So ist gut, Süße. Ich hab dich. Ich pass auf dich auf.« »Brock?« Ihre Augenlider flatterten, als er weiter leise auf sie einredete. Sie stöhnte. Der Atem ging schneller, als sie jetzt wieder ganz aus ihrem Schlaf auftauchte und zu Bewusstsein kam. Ihr Körper sich regte und erwachte. Sie schluchzte leise auf und klammerte sich an ihn. Ihre Augen waren groß und voller Tränen. »Da war überall Wasser. Es stieg immer höher und die Leute. Überall schreiende, ertrinkende Leute. Oh Gott, es war so furchtbar.« Luken warf Gideon einen fragenden Seitenblick zu. Der schüttelte den Kopf, genauso verwirrt. Brock nahm ihr Gesicht in die Hände und hielt sie fest, beruhigte sie mit seiner Berührung. »Was für Leute, Süße. Was für Wasser. Wer ist ertrunken?« »Ich weiß nicht.« Sie presste die Wange an seine Brust und schluchzte wieder. »Ich weiß nicht, wer sie waren, aber sie sind alle ertrunken. Männer, Frauen und Kinder. Auch Tiere. Diese riesige Welle hat alles überflutet. Sie hat die ganze Stadt fortgespült.« Jetzt runzelte Gideon die Stirn wie Luken. Sogar Lazaro Arca wirkte etwas erschüttert über Jenners Beschreibung von Chaos, Zerstörung und Massensterben. Brock flüsterte ihr tröstliche Worte ins Ohr. »Nur ein böser Traum. Süße, du bist in Sicherheit. Niemand ist gestorben. Es war nur ein böser Traum.« Dabei warf der Krieger Luken Gideon und Arca einen grimmigen Blick zu. »Wir setzen ihr zu sehr zu. Sie ist total erschöpft, körperlich und seelisch. Diese ganzen Tests und Aufzeichnungen und Analysen, es ist alles zu viel für sie, verdammt. Das hört mir jetzt sofort auf.« »Nein!« Es war nicht Luken oder einer der anderen, der ihm widersprach, sondern Jenna selbst. Sie löste sich aus Brocks Umarmung und schüttelte den Kopf. Ihr Gesicht war gerötet und Tränen überströmt, aber ihre sanften, braunen Augen blicketen entschlossen. »Nein, Brock, ich muss nicht damit aufhören. Ich will nicht aufhören.« »Aber schau doch, was es mit dir macht«, sagte er zu ihr. »Jedes Mal, wenn du die Augen zumachst, warst du schreiend aus einem neuen Albtraum auf, und die werden immer schlimmer.« Immer noch schüttelte sie den Kopf, als sie sein angespanntes Gesicht in die Hände nahm. »Ich bin in Ordnung. Ein bisschen erschüttert, aber in Ordnung. Ich will das tun. Wir kommen da an etwas Großes heran, das spüre ich. Ich will diese Träume verstehen, auch wenn sie mir Angst machen. Sie sind ein Teil dessen, was ich jetzt bin, Brock. Ich muss einfach wissen, was sie bedeuten.« »Da gibt es jemanden, der uns helfen könnte«, bemerkte Gideon, und alle Köpfe wandten sich ihm zu. »Claire Reichen«, sagte er. »Andreas Reichen's Stammesgefährtin hat die Gabe, sich in den Träumen von anderen zu bewegen. Sie könnte Jenner dabei helfen, diese Träume bewusster zu steuern und Details zu sammeln, die uns sonst vielleicht entgehen.« »Das wäre genau das Richtige«, sagte Jenner. »Denkst du, sie würde mitmachen?« »Claire ist in Rhode Island«, erinnerte Lupen die anderen. »Jetzt, wo Reichen für unsere Verkundungsmission in Europa ist, können wir Claire nicht aus einer Laune heraus bitten, ihren dunklen Hafen zu verlassen.« »Muss sie vielleicht gar nicht«, sagte Gideon. »Sie hat es schon aus der Ferne gemacht. Leicht ist es nicht für sie, aber deshalb ist es trotzdem möglich.« Brock rieb sich seinen geschorenen Kopf. »Ich hab da gar kein gutes Gefühl. Was, wenn was passiert?« »Was soll schon passieren?«, fragte ihn Jenner. »Es sind doch nur Träume.« »Vielleicht die Erinnerung des Ältesten, das weiß ich nicht. Aber ich muss es wissen, Brock. Er hat mich nicht umsonst am Leben gelassen. Er hat mich vor die Wahl gestellt, und dann hat er mir dieses lebendige Stück von ihm unter die Haut eingepflanzt. Warum? Was wollte er von mir?« »Ich habe keine Ruhe, bis ich das nicht herausgefunden habe. Ich verändere mich, und du kannst nicht von mir verlangen, dass ich davor weglaufe, was ich bin.« »Das würde ich nie von dir verlangen«, sagte Brock Sand zu ihr. Er senkte die Stimme zu einem heiseren Flüstern. »Du weißt, ich liebe dich über alles, Jenner. Ich will nur, dass dir nichts passiert.« »Mir passiert schon nichts.« Sie lächelte ihn an, als wären sie beide die einzigen im Raum. »Mit dir zusammen passiert mir nichts, und ich habe keine Angst. Versprich mir einfach nur, dass du hier bist und mich auffängst, wenn ich aufwache.« »Ich bin immer bei dir.« Er küsste sie kurz und leidenschaftlich, und Jenner sah ihren Gefährten weiter unverwandt an, als sie sagte, »Würdest du bitte Claire anrufen, Gedeon?« Als Luken zustimmt, nickte, zog Gedeon sein Handy heraus und drückte die Kurzwahltaste zu reichensdunklem Hafen an der Küste von Newport, Rhode Island. Er hatte wirklich jede Absicht gehabt zu gehen. Seine Entscheidung war gefallen, nachdem er Matthias Rowans Küche verlassen hatte. Er würde der sicheren Verachtung seiner ehemaligen Ordensbrüder aus dem Weg gehen und einfach in die Nacht verschwinden. Das war sein Plan gewesen. Stattdessen ertappte Chase sich dabei, wie er die Treppe zum ersten Stock des dunklen Hafens hinaufstieg. Oben im Wohnbereich war alles still. Die meisten Bewohner des Anwesens waren entweder in ihren eigenen Suiten oder draußen in der Stadt unterwegs, um zu jagen oder sich zu vergnügen. Tavias Zimmer lag am anderen Ende des breiten Flurs. Chase ging über den antiken Läufer, der von der breiten geschwungenen Treppe in der Mitte des herrschaftlichen alten Hauses zu den beiden Enden des Wohntrakts führte. Bewegungslos stand er vor der geschlossenen Tür, unsicher, ob er sie stören sollte. Hinter der geschnitzten Mahagonitür hörte er leise Wasser rauschen. Sie war immer noch unter der Dusche. Dort war sie schon über eine Stunde. Ob sie in Ordnung war? Tavias? Chase klopfte leise an die Tür. Keine Antwort. Wieder klopfte er, dieses Mal lauter. Wieder nur Stille. Jetzt war er wirklich beunruhigt. Tavias, bist du da drin? Er drehte versuchsweise den geschliffenen Kristallknauf. Die Tür war nicht abgeschlossen. Er stieß sie auf und trat in die dunkle Schlafzimmer-Suite. Tavia, warum hast du nicht geantwortet? Er verstummte abrupt, als er um die Ecke kam. Dort saß sie im Dunkeln an die Wand gelehnt. Sie weinte. Oh je. Immer noch in ihren Kleidern, die sie in der Klinik getragen hatte, die Arme um die angezogenen Knie geschlungen, weinte sie bitterlich mit tief gesenktem Kopf, das Gesicht hinter ihrem langen, kastanienbraunen Haar verborgen, das noch wirr war von der Schlacht vom Abend. Obwohl sie alles andere als hilflos oder schwach war, hatte Chase sie noch nie so klein und verletzlich gesehen. Er kam zu ihr hinüber und ging vor ihr in die Hocke. Sie sah nicht einmal auf, um seine Anwesenheit zur Kenntnis zu nehmen. Ihre Schultern bebten, als leises Schluchzen ihren Körper schüttelte. Hey, flüsterte er und streckte vorsichtig die Hand nach ihr aus. Langsam streichelte er den gekrümmten Rücken, was sie nur noch heftiger zum Weinen brachte. Sie sagte nichts, holte nur Luft und stieß sie schluchzend wieder aus. Sagte er leise, unsicher, wie er sie trösten sollte. Er war nicht der richtige Mann für den Job. Er wollte andere nicht enttäuschen, die von ihm abhängig waren, aber wenn es etwas gab, dem er noch lieber aus dem Weg ging, dann waren es solch heftige Gefühlsausbrüche von Frauen. Aber er konnte sie jetzt in ihrem Kummer nicht allein lassen, auch wenn sie einen besseren Tröster verdient hatte als ihn. Ist okay, murmelte er und strich ihr die wirren Haarsträhnen aus dem Gesicht. Er hob ihr Kinn, bis sie ihn mit ihren geröteten Augen ansah. Gott, sie war atemberaubend. Sogar in ihrem Kummer, noch immer mit getrockneten Blutspritzern und Dreck von der Klinik im Gesicht, die Augen nass und verquollen vom Weinen. Chase sah sie an und ihm wurde bewusst, dass er sie noch nie lachen gehört hatte, sie nie hatte Lächeln sehen. Seit sie mit ihm zusammen war, hatte sie Angst, Wut, Qual und Verwirrung erlebt und jetzt fühlte sie sich verloren und allein. Jetzt war sie völlig vernichtet. Ja, es hatte auch Leidenschaft zwischen ihnen gegeben, aber sogar die war wild und verzweifelt gewesen. Er hatte ihr etwas Kostbares genommen, als er so weit mit ihr gegangen war. Der Sex und das Blut, beides war für sie das erste Mal gewesen, und er, der egoistische Mistkerl, hatte sich gierig vor Lust beides genommen. Seine Schuldgefühle lasteten schwer auf ihm, als Ertevia in den Arm nahm und sie wiegte, während sie an seiner Brust weinte. Nichts von meinem alten Leben war wahr, sagte sie mit Tränen erstickter Stimme. Ich dachte, ich komme damit klar, aber es tut so weh. Alle, die ich kannte, haben mich angelogen. Verraten. Mein ganzes Leben lang haben sie mich nur benutzt. Chase streichelte ihr Kopf und Rücken, strich ihr mit seiner rauen Hand über ihr wirres, seidiges Haar. Du schaffst das, sagte er zu ihr. Du bist stark, Tavia. Du schaffst das, da habe ich gar keine Zweifel. Und es gibt Leute im Stamm, die dir helfen können. Nicht ihr natürlich. Was sie anging, hatte er schon genug Schaden angerichtet, und obwohl es sich gut anfühlte, sie im Arm zu halten, irgendwie tröstlich war, ihre Arme um sich zu spüren, dauerte sein Hunger nur knapp unter der Oberfläche. Es kostete ihn Anstrengung, ihn wegzudrücken, die fiebrigen, bernsteinfarbenen Funken in seinen Augen zu dämpfen, als Tavia den Kopf hob und ihn ansah. Willst du die Ironie bei der ganzen Sache wissen? Sie stieß einen erstickten Seufzer aus. Ich hab sie so lieb gehabt. Die Lakaien, die Dragos zu meiner Familie bestimmt hat. Ich hatte sie so lieb wie eine Mutter. Sogar Dr. Lewis hatte ich lieb. Sie waren die beiden Menschen, denen ich am meisten auf der Welt vertraut habe. Die einzigen Menschen, die mich wirklich kannten. Ich dachte, sie beschützen mich, machen mich gesund. Wieder entfuhr ihr ein wildes Schluchzen. Sie hätten mich getötet, wenn Dragos es ihnen befohlen hätte. Ich hab ihnen beiden überhaupt nichts bedeutet. Niemandem. Es tut noch mehr weh als der Schock darüber, was ich wirklich bin. Als er sah, wie sie sich quälte, wollte Chase selbst am liebsten jemanden umbringen. Die beiden Lakaien, die sie betrogen hatten, waren schon tot, aber Dragos lebte noch, und sein Ende würde grausam sein. Mehr als alles andere wünschte sich Chase, derjenige zu sein, der ihn töten würde. Und zwar langsam und blutig. Je brutaler, desto besser. Aber er gab sich Mühe, sie sanft zu berühren, als er mit dem Daumenballen über einen Rußfleck auf ihrer zarten Wange strich. Er wischte ihn fort und konnte nicht widerstehen, die Lippen auf ihre Stirn zu drücken. Der scharfe Rauchgeschmack von der Explosion in der Klinik klebte ihr auf Haut und Haaren. Ihre Kleider waren voll von getrocknetem Blut, von der Schlacht mit Dragos Killer. Es sprengelte ihr Gesicht wie dunkle, rotbraune Sommersprossen. »Komm her«, flüsterte er, ließ sie los und half ihr aufzustehen. Er nahm ihre Hand und führte sie ins warme Badezimmer nebenan. Dampfwolken quollen über die hohe Glastür der laufenden Dusche. Der silbrige Nebel umgab Tavia, als sie vor ihm stand, stumm und ohne Widerstand zu leisten, während er ihr vorsichtig die verdreckten Sachen auszog. Die Dame glüfen auf ihrem Oberkörper, die sich von ihrem Halsansatz zu ihren rosa Brustwarzen und tiefer hinunter über ihren glatten Bauch zu ihren nackten Oberschenkeln zogen, flackerten farbig auf. Sie füllten sich mit dunkleren Farben, als er in unverkennbarer Bewunderung den Blick über sie wandern ließ. Ihre Hand zitterte kaum, als sie sie ihm an die Wange legte. In ihre Augen, die so hellgrün waren wie junges Laub, trat Hitze. Ihre Lider senkten sich, während sie auf ihn zutrat und ihm ihre geöffneten Lippen auf den Mund presste. Chase küsste sie und nahm seine ganze Selbstbeherrschung zusammen, es sanft zu tun, trotz des Verlangens, das wie ein Blitzschlag durch seine Adern schoss. Und es kostete ihm noch mehr Anstrengung, die Hände zwischen sie beide zu heben und sie von seinem Schwanz wegzuschieben, der sich zwischen ihnen aufrichtete. Aber hier ging es nicht um sein Verlangen. Er war aus Besorgnis zu ihr gekommen. Wenn er noch länger hier blieb, dann nur, um sie zu trösten, nicht um sich noch mehr von ihr zu holen, als er es schon getan hatte. Er schob die Tür der Duschkabine auf und winkte ihr, hineinzugehen. Dann folgte er ihr, zog hastig seine eigenen Anziehsachen aus und schloss die Blastür hinter sich. Sanft und ohne Eile wusch er ihr Haar und Körper, und bald schon waren das Blut und die Asche dieser blutigen Nacht fortgespült, und Tavia stand in ihrer ganzen nackten Schönheit vor ihm. Ihre Glyphen pulsierten farbig, das dunkle Indigo-Blau, Weinrot und Gold in einer zarteren Palette als die Farben, die auf Chases eigener nackter Haut pulsierten. Seine ausgefahrenen Fänge füllten seinen Mund aus, und vor Verlangen war seine Kehle wie ausgedörrt. Er biss die Zähne zusammen, um sie nicht merken zu lassen, wie heftig sein Hunger nach ihr war. Sein steifer Schwanz war allerdings nicht zu übersehen. Er füllte den knappen Raum zwischen ihnen aus und wurde jedes Mal härter, wenn Tavias nasse, samtige Haut ihn streifte. Ihre Handfläche ruhte leicht auf seiner Brust. Er konnte ihren Puls in ihren Fingerspitzen spüren, ihn in seinen Ohren dröhnen hören, eine tiefe, kontinuierliche Unterströmung zum zischenden Rauschen der Dusche. Sie wollte ihn auch. Trotz der seelischen Qualen, die sie litt, hatte sie bernsteingelbe Funken in den grünen Augen. Ihre Pupillen zogen sich zusammen, und die feurige Hitze ihrer Iris-Kreise wurde intensiver. Jetzt ließ sie die Handfläche an ihm hinuntergleiten, über seine vielen heilenden Schnittwunden und Prellungen, die er unter der warmen Berührung ihrer Hand kaum noch bemerkte. Aber sie bemerkte sie. Er sah sie zusammenzucken, als sie die schlimmsten von ihnen erkundete, hörte, wie sie leise Atem holte, als sie seine neueste Wunde musterte. Die Stichwunde, die der Killer ihm mit seinem Dolch beigebracht hatte. Tut es weh? Ihre Stimme war samtig rau, und beim Reden schimmerten die weißen Spitzen ihrer Fänge. Chase schüttelte stumm den Kopf, fand keine Worte, als sie ihre taktile Erkundung seines Körpers fortsetzte. Er wusste nicht, ob er sie mit Willenskraft von sich wegstoßen oder darum beten sollte, dass sie weitermachte. Sein Schwanz antwortete für ihn, zuckte vor Erwartung, als ihre nassen Finger tiefer glitten. Er keuchte ihren Namen durch seine Zähne und Fänger, als sich ihre Finger um seinen Schwanz schlossen. Sein ganzer Körper spannte sich unter dem heißen Wasserstrahl der Dusche an. Sein Blut schoss ihm durch die Adern wie Lava. Er beobachtete, wie ihre zarte, weiße Hand leicht über seinen harten Schwanz glitt, und erlebte Höllenqualen der Lust. Konnte nicht erwarten, dass sie ihn ganz in die Hand nahm, und er wusste, dass er sie stoppen sollte, bevor sie wieder zu weit gingen. Wenn er auch nur einen Funken Ehrgefühl gehabt hätte, hätte er genau das getan. Er hatte hundert Gründe, sich einfach umzudrehen und zu gehen, wie er es schon die ganze Zeit vorgehabt hatte. Hundert weitere, warum eine so außergewöhnliche und einzigartige Frau ein solches Wunder wie Tavia einen besseren Mann verdiente. Scheiße, jeden anderen als ihn. Sie verdiente einen guten und ehrlichen Mann, der ihrer würdig war, um sie in das Leben einzuführen, das sie als Angehörige des Stammes erwartete. Aber Gott, als er sie jetzt ansah, als er spürte, wie ihre Berührung eine Hitze in ihm entzündete, die bis in sein tiefstes Innerstes ging, spürte Chase ein so starkes und mächtiges Gefühl von Besitzgier, dass er erzitterte. Er wollte sie nicht begehren. Nicht auch noch das, zusätzlich zu seiner anderen höllischen Sucht. Blut und Gewalt hatten ihn fast zerstört. Als er Tavia ansah, wie sie jetzt war, nackt und tropfend unter der Dusche, so wunderschön in ihrer Transformation von schöner Normalsterblicher zu glorreicher Stammesvampiren, konnte Chase sich kein heftigeres Verlangen vorstellen als das, was er spürte, wenn er ihr nahe war. Aber so fiebrig dieses Verlangen auch war, so berührte er sie doch mit äußerster Zartheit. Er fuhr mit einer Hand unter ihr nasses, schweres Haar, umfasste ihren Nacken und zog sie an sich. Er küsste sie kurz und sanft, streifte ihre Lippen kaum. Beim letzten Mal, keuchte er und stieß einen heftigen Fluch aus. Es war dein erstes Mal. Du hattest etwas Besseres verdient. Ich hatte kein Recht. Sie brachte ihn mit einem weiteren Kuss zum Schweigen, küsste ihn fordernder als er zuvor sie. Als sie den Kopf hob und zu ihm aufsah, war kein Bedauern in ihren glühenden Augen, nur Verlangen, offenes, ehrliches, schamloses Verlangen. Du hast mir genau das gegeben, was ich wollte. Wirklich. Er berührte ihr Gesicht und ihr Haar, staunte, wie sie gleichzeitig so verdammt selbstsicher und doch so herzzerreißend unschuldig aussehen konnte. Und was willst du jetzt? Ihre Augen glühten noch heller und hinter ihren geöffneten Lippen waren ihre Fänge noch länger, schärfer. Einzigartige weiße Spitzen, bei deren Anblick der tobende Vampir in ihm an seiner schwachen Leine riss. Sie trat nahe zu ihm. Ihr heißer Körper berührte seine Hand wie eine offene Flamme. Ihre Handfläche war zwischen ihnen. Zarte Finger zogen eine Feuerspur über seinen Bauch und dann hinunter zu seinem steifen Schwanz. Ohne ihn aus den Augen zu lassen, schloss Tavia ihre Hand um ihn und begann, ihn rhythmisch von der Schwanzwurzel zur Eichel zu streicheln. Chases Kehle entfuhr ein zustimmendes Knurren. Er stellte das Wasser ab und öffnete die Tür der Duschkabine. Dann hob er Tavia hoch und trug sie mit ein paar langen Schritten ins Schlafzimmer hinüber. Obwohl sein ganzer Körper vor Verlangen pulsierte, ließ er sie so vorsichtig auf das Bett gleiten, als wäre sie aus Glas. Der bernsteingelbe Schein seiner transformierten Augen erhitzte ihre Haut, als er seinen Blick über ihr Gesicht schweifen ließ. Als er sprach, war seine Stimme kaum mehr als ein Knurren. »Dieses Mal lassen wir uns Zeit.« Er kroch zu ihr auf die Matratze, kauerte auf allen Fiern über ihr wie eine riesige Raubkatze. »Dieses Mal will ich dir geben, was du willst. Aber erst, wenn du mich darum anbettelst.« Oh Gott. Die Erwartung auf das, was er mit ihr vorhatte, war fast schon genug, um sie zum Kommen zu bringen. Sie legte sich zurück und ließ sich von ihm berühren. Seine Fingerspitzen strichen von ihrer Stirn, Wange und Kinn zu der zarten Grube an ihrem Halsansatz, wo ihr Puls hämmerte. Er ließ sich Zeit damit, sie zu mustern, fuhr das verschlungene Gewirr ihres Hautmusters mit dem Finger nach. »So wunderschön«, murmelte er belegt. »Wie konnte man dir nur einreden, du wärst nicht absolut perfekt, so wie du bist. Schon allein dafür könnte ich Dragos töten.« Sie hörte die kontrollierte Wut in seiner Stimme, spülte sie im Hämmern seines Pulses, das ihr Ohren und Sinne füllte. Aber er berührte sie sanft und andächtig, so vorsichtig. Als er sie küßte, waren seine Lippen warm, und er tat es so genüsslich, dass es ihr den Atem nahm. Seine Zunge glitt in ihren Mund, fuhr an ihren Zähnen entlang und prüfte die scharfen Spitzen ihrer Fänge. Wie er gesagt hatte, ließ er sich Zeit. Hörte erst auf, als sie unter ihm vor Lust zerschmolz. »Du schmeckst himmlisch«, knurrte er an ihren geöffneten Lippen. »Gott, was machst du bloß mit mir?« Sie konnte nichts sagen, nur die Finger in die Patchwork-Überdecke krallen und sich festhalten, als sein Mund tiefer wanderte. Seine Lippen und seine Zunge waren feucht und heiß auf ihren Brüsten. Zähne und Fänge streiften ihre aufgerichteten Brustwarzen, als er einen lustvollen Pfad auf ihren Körper zog und sie damit fast wahnsinnig machte. Er küßte ihren Bauch, fuhr mit der Zungenspitze in die Mulde ihres Nabels, und dann wanderte sein Mund tiefer über ihr Becken und hinunter zur Innenseite ihres Oberschenkels. Sie stöhnte, als ein warmer Atem über ihre empfindliche Haut strich, keuchte auf, als seine nasse Zunge über ihre Mitte fuhr, schrie leise auf und erschauerte, als er begann, ihre Klitoris zu lecken, sie dort mit derselben langsamen, sinnlichen Aufmerksamkeit zu küssen wie eben ihren Mund. »Es fühlt sich so gut an«, flüsterte sie. Ihre Fänge waren scharf und kühl, die langen Spitzen füllten ihren Mund aus. Tavia bäumte sich ihm entgegen, ihre Hüften bewegten sich von selbst, ihr ganzer Körper brannte lichterloh, gab sich ihm völlig hin. Sie konnte nicht gegen die Lust ankämpfen, die er in ihr entfachte, konnte sich nur treiben lassen, als er ihre Sinnesempfindungen zu höchsten Höhen trieb und sie dann über den Abgrund schickte. Ihr Orgasmus durchzuckte sie, brachte ihren ganzen Körper zum Aufleuchten, so wie sonnenwarmer Regen. Sie ließ sich von ihm davontragen, ließ all die Schmerzen und Gewalt der letzten vierundzwanzig Stunden weit hinter sich zurück, als Chases Mund seinen lustvollen Angriff auf ihre Sinne fortsetzte. Sie keuchte immer noch, ihr Körper bebte immer noch vor Lust, als er sich mit hungrigen Augen auf sie legte. Seine Lippen glänzten feucht, süß vom Geschmack ihres Höhepunktes, als er sie leidenschaftlich küsste. Ihre Fänge streiften einander. Ein unerwartet erotisches Gefühl. Tavias Körper zerfloss vor Hitze, voller Gier nach mehr von ihm, noch bevor ihr Höhepunkt wieder abgeklungen war. Sie klammerte sich an seinen Rücken und seine Schultern, als er sie küsste, und spürte, wie sich tief in ihr ein weiterer Orgasmus ankündigte. Und etwas Tierhaftes brach sich Bahn in ihr. Sie biss ihn so fest in die Unterlippe, dass fast Blut kam, und ihre Stimme klang so heißer, dass sie sie fast selbst nicht mehr erkannte. »Ich will dich in mir.« Er antwortete mit einem Knurren, das tief in ihren Knochen vibrierte. »Nur Geduld«, keuchte er, und seine glühenden Augen blitzten belustigt. »Ich habe dir noch nicht alle meine Tricks gezeigt.« Wieder küsste er sie. Dieses Mal tauchte seine Zunge tief, füllte ihren Mund aus, und gleichzeitig schob er ihr die Finger zwischen die Beine und stieß tief in sie hinein, während seine heiße Zunge sie von oben penetrierte. Ihre Scheide schloss sich fest um ihn, versuchte ihn in sich zu halten, und die Reibung brachte sie vor Lust zum Wimmern. »Du bist so nass,« murmelte er heiser. »Du fühlst dich wie Seide an. So heiß und nass. Ich könnte kommen, einfach nur davon, dich so zu spüren.« Er bewegte die Hüften an ihren Schenkeln. Sein steifer Schwanz war hart wie Stahl, aber glatt wie Samt. Sie wollte ihn in sich spüren, vor Gier nach ihm spannte sich alles in ihr an. Sie stieß einen protestierenden Seufzer aus, als er die Finger zurückzog, aber dann drückte er seine nassen Fingerspitzen auf ihre Klitoris, und ihr entfuhr ein ersticktes Keuchen, als Sinnesempfindungen sie durchzuckten wie ein Blitzschlag. Er streichelte und rieb die empfindliche Stelle, kreiste mit dem Daumen darüber und ließ seine Finger wieder in ihre Scheide gleiten. Sie kam praktisch sofort. Welle auf Welle ihres Orgasmus überflutete sie. Ihre Scheide zuckte, und ihr entfuhr ein kehliger Schrei, den sie an seinem muskulösen Halsansatz erstickte. Mit einem raubtierhaften Knurren legte er sich auf ihr zurecht, bis ein dicker Schwanz zwischen ihren nassen Schenkeln lag. Ohne in sie einzudringen, begann er, sich an ihr zu bewegen, sein Schwanz gegen ihre Mitte geschmiegt. Er hob seinen schweren Körper und senkte sich wieder auf sie, reizte sie mit der heißen, nassen Verheißung, in sie einzudringen. Sie war schon bereit für ihn. Ein paar dieser quälenden Stöße, und schon hatte er sie wieder in einen welterschütternden Orgasmus katapultiert. »Himmel, du bist so wunderschön, Tavia!« Er beobachtete sie, als sie kam. Sein Blick sengend und gebannt, der bernsteinfarbene Schein seiner Augen badete ihr Gesicht und ihre Haut in köstlicher Hitze. Sein eigenes Verlangen flackerte in intensiven Farben über das wunderschöne Muster seiner Darmaglyphen, ein wilder Farbsturm, der seine starken Arme und seinen Oberkörper in stürmisches Burgunderrot, Gold und Indigo-Blau tauchte. Er erschauerte, als er bei seinem nächsten langsamen Stoß seine Eichel direkt auf ihre Mitte drückte. »Verdammt, ich kann nicht länger warten. Ich muss in dir sein.« Mit einem tiefen Knurren drang er ganz in sie ein. Er stieß in sie, ritt sie hart, das Gesicht wild verzerrt. Sie konnte die Flutwelle von Sinnesempfindungen nicht aufhalten, die sie bei jedem seiner tiefen, kraftvollen Stöße überspülte, und genauso wenig konnte sie den animalischen Trieb unterdrücken, sich aufzusetzen und die Zähne in seine muskulöse Schulter zu schlagen. Ihr Orgasmus durchflutete sie, als sie zu biss, seine Haut mit ihren Fängen ritzte. Er knurrte durch die Zähne. Sein Tempo wurde noch wilder, tierhafter mit jedem Stoß. Sie konnte spüren, wie er gegen seine Natur ankämpfte, spürte den mörderischen Durst, der in ihm tobte, und die Qualen, die er litt, um ihn zu unterdrücken. Das war ein brutaler, seelenzerfetzender Schmerz. Im schweren Dröhnen seines Pulses konnte sie den animalischen Trieb spüren, der ihn dazu drängte, sie in diesem Augenblick zu beißen, von ihr zu trinken und sie ganz zu seinem Eigentum zu machen. Aber er tat es nicht. Stattdessen drehte er den Kopf weg und brüllte mit einer Mischung von Wut und Erleichterung auf, als er mit einem tiefen Stoß kam. Sein heißer Samen schoss in sie hinein, sein riesiger Körper erschauerte, bedeckt von einem sauberen Schweißfilm. Tavia streichelte seinen muskulösen Rücken, als er über ihr langsamer wurde. Sie musterte sein Gesicht, versuchte, zu verstehen, was es an ihm war, das ihn so offen und vertrauenswürdig und gleichzeitig so kühl und distanziert wirken ließ. So gehetzt und abweisend, so düster und allein. Sie war irgendwie traurig für ihn, besorgt um ihn. Okay, das war lächerlich, als ob er ihr Mitgefühl oder ihre Besorgnis nötig hatte. Aber sie wollte ihn einfach besser verstehen, und wenn auch nur ein wenig. Nichts in ihrem Leben ergab mehr einen Sinn, aber mit Chase zusammen zu sein, tat das irgendwie doch. Es war nicht nur der Sex, so unglaublich er auch war. Es war die Tatsache, dass er als Erster in ihrem Leben ehrlich zu ihr war, auch wenn sie die Wahrheit zuerst nicht hatte hören wollen. Er war ihr einziger sicherer Hafen in einer Welt, die so schnell und so vollständig aus den Angeln gehoben worden war. Was sie ihm heute Abend in der Klinik gesagt hatte, war die Wahrheit gewesen. Er war der einzige Freund, den sie jetzt hatte. Und es machte ihr Sorgen, zu wissen, dass er einen heimlichen Schmerz mit sich herumtrug. Wieder liebten sie sich auf dem Bett, dieses Mal langsam und genüsslich, scheinbar über Stunden. Nachdem sie lange dargelegen hatten, Chases Körper auf ihrem, ihre Beine immer noch angenehm miteinander verschlungen, stellte Tavia die Frage, die mit jedem Schlag seines Herzens in ihr widerhallte. »Warum willst du keine Nahrung zu dir nehmen?« Prompt spannte er sich unbehaglich an, spürbar am Flackern seines Pulses und daran, wie reglos er plötzlich auf ihr wurde. »Ich meine nicht nur bei mir«, sagte sie. »Du trinkst von niemandem. Wie lange schon?« Er zuckte mit den Schultern. »Ein paar Tage.« So heiser und rau, wie seine Stimme klang, hätte er auch schon ein Jahr hungern können. »Wie lange hältst du's ohne Blut aus?« »Ein Stammesvampir meiner Generation. Eine Woche. Manchmal länger.« »Aber das ist nicht normal für dich, oder?« Die Frage erübrigte sich eigentlich. Sein Puls dröhnte immer noch hohl, ein Schmerz, der in ihren eigenen Adern wiederhalte. »Ich kann deinen Hunger spüren, Chase. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber ich kann ihn in mir spüren, als wäre es mein eigener.« Er rollte von ihr weg und stieß einen leisen, wütenden Fluch aus. »Das ist die Blutsverbindung.« Seine Miene war ernst, sein Mund zu einer dünnen Linie zusammengepresst. Er fuhr sich mit der Hand über den Kopf und fluchte wieder, dieses Mal düsterer. »Du hast mein Blut getrunken, Tavia. Es hat dich mit mir verbunden. Wenn du eine Normalsterbliche wärst, wäre das nicht schlimm. Aber du bist keine. Du bist auch keine reine Stammesvampirin. Der Teil von dir, der Stammesgefährtin ist, ist durch mein Blut mit dir verbunden, das jetzt in dir lebt.« Verblüfft strich sie sich mit der Hand über die Brust, wo sie neben dem stumpfen Schmerz seines Hungers jetzt auch das bittere Brennen seiner Schuldgefühle spüren konnte. Er nickte grimmig. »Ganz genau. Wenn ich etwas nur starrte Nuck spüre, ob Schmerz oder Lust, Kummer oder Freude, spürst du es auch. Die Blutsverbindung zieht dich zu mir, und du spürst sie wie ein Echo in deinen Adern.« Sie hielt seinen gequälten Blick. »Für wie lange?« »Bis einer von uns stirbt.« Tavia schluckte. Ihre Augen wurden groß, als sie zu erfassen versuchte, was es bedeuten konnte, seine Präsenz immer als Teil ihres eigenen Wesens zu spüren. Das düstere Pulsieren seiner Emotionen war eine mächtige Kraft. Intensiv, aber nicht direkt angenehm. Chase beobachtete ihre Reaktion und knurrte leise. »Ich hätte dafür sorgen sollen, dass du weißt, was du tust, was es dich kosten würde, bevor du mich gebissen hast.« »Ich glaube nicht, dass du mich hättest aufhalten können«, sagte sie und erinnerte sich nur allzu deutlich daran, wie ausgehungert sie an diesem Tag in seiner Gefangenschaft gewesen war. Sobald ihr Fieber und die Wirkung von Dr. Lewis' Tabletten abgeklungen waren, war eine wilde Kreatur zum ersten Mal ausgebrochen. »Einen solchen Hunger habe ich noch nie empfunden. Er hat mich völlig beherrscht, denn du denkst, dass ich dir die Schuld gebe, solltest du«, stieß er rau hervor. »Ich hätte die Kontrolle behalten müssen. Ich hätte alles Mögliche tun können, auch wenn es sich noch so gut angefühlt hat, als du mir deine hübschen Fänge in den Hals geschlagen hast.« Seine Augen versenkten sie. Verlangen durchzuckte sie wie ein Blitzschlag. Ob seines oder ihr eigenes, wusste sie in diesem Moment gar nicht genau. Er streckte die Hand nach ihr aus, seine Finger leicht auf ihrem Kinn, sein Daumen streichelte zärtlich ihre Lippen. »Du fühlst dich so verdammt gut an. Das Umwerfendste, was ich jemals kennengelernt habe.« »Aber du bereust es«, er nickte schwach. »Ich würde es sofort ungeschehen machen, wenn ich könnte. Die Blutsverbindung ist heilig, sie ist unauflöslich und sollte mit jemandem eingegangen werden, den du liebst, Tavia. Mit deinem Gefährten.« Und offensichtlich sah er sich nicht in dieser Rolle. Sie spürte einen Anflug von Verletztheit, obwohl sie eigentlich hätte erleichtert sein sollen. In dieser schwierigen Phase ihres Lebens war eine Beziehung mit einem halb psychotischen, ausgehungerten Vampir auf kaltem Entzug das Allerletzte, was sie brauchte. Nur, dass sie sich schon auf ihn eingelassen hatte. Ob freiwillig oder nicht, sie waren jetzt definitiv miteinander verbunden. Besonders, wenn sie jetzt auch noch eine unauflösliche, übernatürliche Verbindung zu ihm hatte. Die einseitig war, erkannte sie, als sie die Reue über sein hartes, gutaussehendes Gesicht spielen sah. »Hattest du je so eine Verbindung mit jemandem, Chase?« »Nein.« »Aber du hättest gerne eine gehabt?« sagte sie leise. »Die Frau auf dem Foto, das ich in deinem alten Haus gefunden habe.« »Elise«. Er stieß einen Fluch aus und schüttelte den Kopf. Tavia dachte darin zurück, wie er ihr gesagt hatte, dass diese Frau die Gefährtin seines toten Bruders war. Allein schon bei ihrer Erwähnung war Chase sehr in die Defensive gegangen. »Du hast gesagt, du warst nicht in sie verliebt, aber das ist nicht ganz die Wahrheit, nicht?« Mit einem langen Seufzer lehnte er sich gegen das geschnitzte Kopfende des Bettes zurück, stumm und nachdenklich. Sie rechnete damit, dass er sich weiter von ihr zurückziehen würde. Sie wusste so wenig über ihn, konnte sich aber vorstellen, dass er nur umso weiter auf Distanz ging, je mehr sie ihm zusetzte. Sie räusperte sich und setzte sich auf. Plötzlich brauchte sie selbst etwas Raum für sich. »Lass nur, geht mich ja nichts an.« »Ich wollte sie«, platzte er heraus. Die Worte klangen rau, voller Selbsthass. »Sie gehörte Quentin«, hatte ihm immer gehört, aber ein Teil von mir wollte sie trotzdem. Tavia wurde reglos neben ihm und sah sich zu ihm um. »Hast du sie verführt?« In Gedanken oft. Das war schlimm genug. Er schüttelte vage den Kopf. Elise war nur ein Teil meines Problems, aber ich habe lange gebraucht, das zu erkennen. Ich wollte alles, was mein Bruder hatte. Ich wollte sein wie er, alles, was er war. Alles haben, was so gut zu ihm passte, was ihm einfach zuflog und für mich immer unerreichbar war. Ich habe versucht, der Mann zu sein, den ich in ihm gesehen habe. Sogar nachdem ich erkannt habe, dass ich mir nur vorgemacht habe, ihm auch nur annähernd das Wasser reichen zu können. In seinem Gesicht war so viel Qual, dass es ihr das Herz zusammenzog. Seine Augen waren gehetzt, erfüllt von Schuld, Scham und einer geheimen Verachtung für sich selbst, die sie kaum ermessen konnte. Lieber Gott, wie lange lebte er schon mit diesem schrecklichen Selbsthass.« »Hat dein Bruder das gewusst?« »Gott nein, er hatte keine Ahnung.« Er spitzte nachdenklich die Lippen, die Augen gesenkt. »Schließlich waren wir beide Chases. Es wäre unter Quents Würde gewesen, zu denken, dass ich ihn beneide. Man hat uns zu moralisch erzogen, perfekt in jeder Hinsicht. Etwas anderes hätte unser ehrwürdiger Vater gar nicht akzeptiert.« Seine Stimme hatte einen sarkastischen Unterton angenommen. »Einer von August Chases Söhnen zu sein, war mit gewissen Erwartungen verbunden. Quent hatte kein Problem damit, die hohen Vorgaben unseres Vaters sogar noch zu übertreffen.« »Und du?« fragte Tavia sanft. Er verzog Sardonus den Mund. »Immer Bester meiner Altersgruppe, bei jedem Wettbewerb. Einflussreich, respektiert, mit besten beruflichen und gesellschaftlichen Verbindungen. Ich hatte eine große Zukunft vor mir und alle Voraussetzungen dafür, das Beste daraus zu machen.« »Darann habe ich keinen Zweifel«, antwortete sie. »Aber das war nicht meine Frage. Ich meinte »Meinen Vater«, beendete er den Satz für sie. Seine Stimme war völlig ausdruckslos. »Das Problem damit, einen älteren Bruder wie Quentin zu haben, ist, dass er einen sehr langen Schatten wirft. Da kann man leicht geschluckt werden, unsichtbar werden.« Er zuckte mit den Schultern. »Ich habe es aufgegeben, mit meinem Bruder zu wetteifern, als ich noch ein Junge war und er schon zehn Jahre bei der Agentur, wo er die jahrhundertealte Familientradition im Dienst der Gemeinschaft fortführte.« »Was ist dann passiert?« Er knurrte lässig. »Ich habe getan, was von mir erwartet wurde. Jahrzehntelang habe ich alle Vorschriften eingehalten und nutzlose Zeit damit verbracht, mir einen hohen Rang in der Agentur und die Bewunderung der Leute zu erarbeiten, die sich meine Freunde nannten, solange es ihren Interessen oder Launen diente. Jetzt verstand Tavia. Aber nicht dein Vater. Er hatte schon den Sohn, den er wollte. Ich war ... überflüssig.« Er stieß ein Seufzer aus und schüttelte den Kopf. »Du hast mir gesagt, wie einsam und leer du dich fühlst, seit du erkannt hast, dass dein ganzes Leben auf Lügen aufgebaut war und dass du niemandem, in denen du kanntest, etwas bedeutet hast.« Sie nickte und er redete weiter. »Manchmal kann man sich auch mitten in einer Familie so fühlen.« Sie streckte die Hand aus, öffnete seine Faust und schlang ihre Finger zwischen seine. Eine Weile blieb er stumm und starrte auf ihre verschlungenen Hände. Als er dann wieder redete, klang seine Stimme seltsam verletzlich, als gewährte er ihr Einblick in eine der dunklen Kammern seines Herzens, von dem er so sicher schien, dass er es nicht besaß.« Mein Bruder ist vor sechs Jahren gestorben. Er wurde im Dienst von einem Rogue getötet, der zum Entzug hereingebracht worden war. »Ein Rogue?« unsicher schüttelte sie den Kopf. »Wenn ein Angehöriger des Stammes sich von seinem Hunger überwältigen lässt, wird dieser Hunger zur Sucht. Man nennt sie Blutgier. Und sobald es einen erwischt hat, gibt es kein Zurück mehr. Man mutiert zum Rogue. Die schlimmste Form von Wahnsinn, die es gibt. Du hast Durst. Du jagst. Du tötest. Du bist auf einem Zerstörungstrip, bis jemand dich entweder ausschaltet oder du der Welt einen Gefallen tust und dich von der Sonne verbrennen lässt.« Sie war nicht sicher, was schrecklicher klang. Die Krankheit selbst oder die grimmige Endgültigkeit ihrer Behandlung. »Aber die Agentur kann einige retten?« Sein freudloses Kichern gab ihr nicht viel Hoffnung. »Die Agentur arbeitete lange nach dem Grundsatz, dass das möglich ist. Natürlich unterhält die Agentur auch Einrichtungen in ganz Europa und den Vereinigten Staaten, in denen diese kranken Angehörigen der Spezies untergebracht sind. Viele ehrgeizige Funktionäre in den oberen Rängen der Agentur würden dir glaubhaft erklären, dass das System seine Erfolge zu verzeichnen hat.« »Du siehst das nicht so?« »Ich habe diese Erfolge weder gesehen noch davon gehört. Wenn du mich fragst, sind diese Einrichtungen nichts weiter als Verwarranstalten für eine Massenplage, die nur auf die Chance wartet, auszuschwärmen wie eine Heuschreckenplage und alles zu fressen, was ihr in den Weg kommt.« Tavia schauderte. »Und nichts kann einen Rogue aufhalten. Nur eine Kugel oder Klinge aus Titan. Das Metall wirkt auf den verseuchten Blutkreislauf der Rogues wie Gift. Und wenn das nicht klappt, tut es auch ein langes, heißes Sonnenbad.« Sie musterte ihn, sah die Qual in seinem angespannten Gesicht. »Es muss schrecklich gewesen sein, deinen Bruder an eines dieser Monster zu verlieren.« »Wahr es«, er nickte grimmig, mit nachdenklicher Miene. In Gedanken war er meilenweit fort, und es dauerte einen Augenblick, bis er wieder bei ihr war. An die Zeit unmittelbar danach kann ich mich kaum erinnern. Ich hatte so viel Wut und Kummer in mir. Und auch noch lange Zeit danach. Seine Augen waren dunkel geworden, und Tavia spürte, dass er ihr etwas verschwieg. Ein Geheimnis, das er ihr noch nicht verraten wollte. Vielleicht niemandem. Und es war klar, dass die Dinge, die er damals getan hatte, ihn immer noch verfolgten, auch wenn er behauptete, dass er die Erinnerung daran zurückgelassen hatte. Es war einfach undenkbar, dass Quent uns so plötzlich genommen wurde. Elise war natürlich völlig vernichtet, und auch ihr Sohn Camden. Der Junge war noch ein Teenager. Er hatte schon Pläne gemacht, speziell arrangierte private Abendkurse an der Harvard-Universität zu besuchen, sowie auch Quenten und ich und unser Vater vor uns. Cam hatte sich so darauf gefreut. Er hatte eine große Zukunft vor sich. Der Schnappschuss von Chase und Elise und dem lächelnden Jungen stand ihr wieder in jedem Detail vor Augen. Aber selbst ohne ihr fotografisches Gedächtnis hätte Tavia sich an den begehrlichen Ausdruck in Chases Augen erinnert. Was ist nach dem Tod deines Bruders mit Elise und ihrem Sohn passiert? Chases Miene verdüsterte sich wieder. Sie lebten eine Weile unter meiner Obhut. Mein Vater war auf Patrouille getötet worden, noch bevor Quent starb, und somit wurde ich der Leiter des dunklen Hafens meiner Familie. Gleich nach Quents Tod zogen Elise und Cam in mein Haus in Black Bay ein. Um ehrlich zu sein, ich dachte, ich könnte einfach für meinen Bruder einspringen und sein Leben weiterleben. Ich wollte endlich wissen, wie es sich anfühlt, er zu sein. Nur einmal. Aber ich konnte immer noch seine Anwesenheit spüren, auch nach seinem Tod. Und Elise? fragte Tavia und wünschte sich plötzlich nicht, solche Angst davor zu haben, zu hören, dass er immer noch etwas für diese Frau empfand. Wie war's für dich, sie plötzlich in deinem Haus zu haben, für sie verantwortlich zu sein? Es war wie mit zwei Gespenstern zu leben. Mit dem meines Bruders und mit ihrem. Nach Quents Tod hat sie sich völlig zurückgezogen. Nur noch Camden bedeutete ihr etwas. Er war ihr Ein und Alles. Er stieß in den tiefen Seufzer aus, in dem heftige Reue mitschwang. Niemand von uns hätte wissen können, dass auch er schon bald tot sein würde. Zum Rogue mutiert und vor ihren Augen abgeknallt wie ein tollwütiger Hund. Tavia schlug sich die Hand vor den Mund. Sie konnte den Kummer spüren, der wieder in ihm aufbrach wie eine frische Wunde. Mein Gott, Chase, das ist furchtbar. Er nickte nüchtern. Ist es. Sein Schweigen dehnte sich aus, kalt und schwer. Sie wird mir nie vergeben, dass ich ihn erschossen habe. Tavia konnte nicht anders. Sie starrte ihn mit offenem Mund an. Sein Geständnis verschlug ihr die Sprache. Aber bevor sie ihn fragen konnte, was ihn zu einer so schrecklichen Tat getrieben hatte, drangen aus dem Erdgeschoss gedämpfte Stimmen zu ihnen hinauf. Tiefe, dröhnende Männerstimmen erfüllten das Foyer der Villa, und auch eine Frau war dabei. Tavia hörte, wie Matthias Rowan sie wie alte Freunde begrüßte. Was ist los? Wer ist da unten? Neben ihr auf dem Bett war Chase angespannt und reglos geworden. Der Orden ist da. Geräuschlos zog Chase die Tür von Tavias Schlafzimmer hinter sich zu. Sobald er die Stimmen der Krieger gehört hatte, hatte er sich angezogen, Tavia versichert, dass kein Grund zur Beunruhigung bestand, und sie gebeten, oben zu warten, bis er oder Rowan sie holen kamen. Zu seiner Verblüffung versuchte sie gar nicht erst, mit ihm zu streiten. Zweifellos hatte sie jetzt jede Menge Stoff zum Nachdenken, nachdem er seine ganze, unrühmliche Vergangenheit auf ihr abgeladen hatte, oder das meiste davon. Er war nicht so weit gegangen, ihr seine größte Schande zu erzählen. Wenn es nach ihm ging, würde sie nie erfahren, wie fragwürdig seine Ehre wirklich war. Nicht, dass ihn das davon abgehalten hätte, sie heute Nacht trotz seiner guten Absichten zu verführen. Er wusste nur zu gut, dass der Weg zur Hölle mit guten Absichten gepflastert war, aber verdammt, Tavia zu lieben war alles andere als die Hölle gewesen. Sein Puls beschleunigte sich bei dem Gedanken an sie, und immer noch konnte er sie auf seiner Haut riechen und auf seiner Zunge schmecken. Immer noch konnte er spüren, wie es sich angefühlt hatte, in ihr zu sein. Sein Schwanz zuckte gierig, er war schon wieder steif und wollte eine Zugabe. Scheiße, vielleicht war das ja doch die Hölle. Chase zog sein dunkles Hemd über die wachsende Beule in seinen schwarzen Jeans und ging hinaus, um sich seinen ehemaligen Waffenbrüdern zu stellen. Unten im Eingangsbereich des dunklen Hafens dröhnte Tagans tiefe Stimme, drohend kühl, wie es typisch wehen war. Danke für den Anruf, Matthias, und dafür, dass du die Frau und Chase abgefangen hast. Ich wünschte, wir hätten es früher geschafft und euch Verstärkung geben können. Diese Klinik-Akten hätte ich mir selbst gerne angesehen. Ich auch. Auch Nikolai war da unten. Chase erkannte den Vampir aus Sibirien an seinem Kichern, das übergangslos zu einem eisigen Knurren wechselte. Ich hätte nichts lieber getan, als euch ein paar Hirntote Lakaien und einen von Dragos Terminador Misgeboten einzuäschern. Chase ging über den Flur im ersten Stock und blieb oben am Treppenabsatz stehen. Unten warf Nico gerade grinsend einen Seitenblick auf den dritten Krieger, der sie auf dieser Mission nach Boston begleitete. Anwesender wie immer ausgeschlossen, Hunter. Der ehemalige Killer verzog keine Miene. Kein Problem. Bei Rowan und den drei Ordenskriegern stand Nikos Stammesgefährtin Renata. Die dunkelhaarige Schönheit, von Kopf bis Fuß in schwarzem Leder, sah auf, als Chase kam. Helle, jadegrüne Augen durchbohrten ihn. Jungs, murmelte sie und hob unmerklich das Kinn in seine Richtung. Chase ging wortlos die Treppe hinunter. Taggen war der Erste, der das angespannte Schweigen brach. Wenn man vom Teufel spricht. Muss schon sagen, wundert mich ja, dass du hier auf uns wartest, Harward. Dachte schon, du hättest wieder die Fliege gemacht. Ist heutzutage ja eher dein Stil. Chase grinste verächtlich und stieß ein sarkastisches Knurren aus. Jetzt, wo du es erwähnst, ich wollte gerade gehen. Er ging noch einige Schritte weiter auf die Gruppe und die offene Tür des dunklen Hafens zu. Es waren nur ein paar Meter in die Freiheit. Und doch wurde er immer langsamer und blieb schließlich ganz stehen. So sehr er diese Konfrontation mit Taggen, Nico und den anderen hatte vermeiden wollen, konnte er doch den Gedanken nicht ertragen, Tavia ohne ein Wort der Erklärung zu verlassen. Schon gar nicht jetzt. Es wäre leichter gewesen, wenn er schon gegangen wäre, so wie er es vorhin geplant hatte. Bevor er wieder in ihren Armen gelandet war. Wieder in ihrer wunderbaren nassen Hitze gewesen war. Scheiße, wem machte er hier etwas vor? Es würde absolut nicht leicht sein, diese Frau zu verlassen. Jetzt nicht und auch schon vorher nicht. Wie würde Tavia reagieren, wenn sie herausfand, dass diese drei Krieger und die gnadenlose Frau, die mit einem mentalen Schlag ihre Stammesgefährten gab, selbst die mächtigsten Stammesvampire außer Gefecht setzen konnte, hier waren, um sie in den Gewahrsam des Ordens zu überführen. Er hätte ihr einige Dinge erklären sollen, aber er war zu sehr damit beschäftigt gewesen, sie auszuziehen und dafür zu sorgen, dass ihr exquisiter Körper ihn nie vergessen würde. Ja, was Tavia anging, hätte er sehr viel anders machen sollen. Sie würde es nicht gut aufnehmen, noch mehr von ihrer Freiheit und Selbstbestimmung zu verlieren. Sie würde wütend und verwirrt sein, so ziemlich der Status quo, seit sie das Pech gehabt hatte, ihm über den Weg zu laufen, Was ihn selbst anging, waren die missbilligenden Blicke seiner Brüder schon schlimm genug. Er wollte nicht auch noch Enttäuschung in Tavias Augen sehen. Er ging eine weitere Stufe hinunter und spürte, wie die Anspannung im Foyer abrupt anstieg. »Was denkst du, wohin du gehst, verdammt?«, fragte Tagan, seine tiefe Stimme sogar noch tödlicher in ihrer Ruhe. Angesichts dieser offenen Drohung flammte der wilde Teil von Chase auf. Kalte Wut schoss ihm durch die Adern. »Lasst euch bei euren wichtigen Ordensangelegenheiten nur nicht von mir stören,« fauchte er, mehr Gehässigkeit in der Stimme, als er beabsichtigt hatte. Aber jetzt war es die Krankheit, die aus ihm sprach, explosiv und voller Gier auf einen Kampf. Ein Kampf, den er mit keinem dieser Leute anfangen wollte. Er hatte den Orden im Streit verlassen. Es würde ihn umbringen, dieser Gruppe von Kriegern noch mehr Schande oder Enttäuschung zu verursachen, die einzigen, die ihn je wirklich gekannt und geschätzt hatten. Und schon der Gedanke daran, jetzt eine Faust oder Waffe gegen einen von ihnen zu heben, genügte, um ihn vor Scham zusammenzucken zu lassen. Mit geballten Fäusten trat er von der letzten Treppenstufe. »Ich bin euch lange genug zur Last gefahren. Ich gehe.« »Keine gute Idee, Harvard.« Tegan verstellte ihm den Weg. »Du hast dich bei den Menschen zum Staatsfeind Nummer eins gemacht. Lucan will dich von der Straße haben.« »Ach, und was dann? Seid ihr hier, um zu intervenieren?« Chase knurrte verächtlich. Jetzt kochte er vor Aggression. »Nun, das könnt ihr euch sparen. Ich habe nicht darum gebeten.« »Nein, das hast du nicht.« Der riesige Krieger stachte ihn wütend an und senkte den lohfarbenen Kopf wie ein Bulle vor dem Angriff. Seine Augen durchbohrten Chase, musterten ihn gnadenlos. Vor dem zweitältesten Mitglied des Ordens konnte man nichts verbergen. Und am wenigsten Chase. Tegan brauchte ihn nur mit seinen magischen Händen zu berühren, um seine Gefühle zu lesen und zu verstehen, wie nah Chase dem Abgrund war. »Vielleicht verstehst du nicht, was ich versuche, dir zu sagen, Harvard. Du kommst mit uns zurück? Du und die Frau.« Chases wilder Teil sträubte sich dagegen, bleckte mit einem höhnischen Fauchen Zähne und Fänge. »Das letzte Mal hatten Lukin und der Rest von euch mich abgeschrieben. Es war unmissverständlich, dass ich nicht mehr willkommen bin.« Rowan, wie immer der Friedensstifter, räusperte sich. »Chase, ich bitte dich. Mäßige dich etwas.« Tegan ignorierte ihn, ungerührt von der Aussicht auf den bevorstehenden Zweikampf. »Entweder kommst du freiwillig mit, oder wir nehmen dich mit Gewalt mit.« Als Chase ein sarkastisches, freudloses Lachen ausstieß, trat Renata zwischen Tegan und Nico. Ihre Bewegungen waren so geschmeidig wie gefährlich. »Ich würde auf ihn hören, wenn ich du wäre. Wir haben unsere Befehle.« »Was du nicht sagst«, forderte er sie heraus und starrte mit einem Blick auf sie herunter, der selbst schwer bewaffnete Agenturkommandos in nervöse, schwitzende Waschlappen verwandelt hätte. Aber nicht Renata. Nicolás Stammesgefährtin ging in Kampfposition und starrte einfach zurück. Was ihn nur noch mehr verärgerte. »Wenn du mich mit deiner Stammesgefährtin in Gabe töten willst, mach gefälligst schnell. Nicht, dass ich dir zuvor komme.« Nicos Knurren war so tödlich, wie Chase es noch nie gehört hatte. Der riesige Krieger trat einen Schritt vor, die Hand auf dem Griff seiner übel aussehenden halbautomatischen Pistole im Schulterholster. Chase wusste, dass die Waffe mit Nicos Spezialmunition aus Titan geladen war, die er selbst herstellte. So kalt, wie sein Blut ihm jetzt durch die Adern rauschte wie Säure, würde eine Kugel wahrscheinlich genügen, um ihn auf der Stelle einzuäschern. Und fast war er versucht, es darauf ankommen zu lassen. Stattdessen stieß er einen Fluch aus und wollte die Hände heben, um sich zu ergeben. Kaum hatte er sich bewegt, spürte er einen plötzlichen Blitzschlag in seinem Schädel. Renata, sie hatte ihr mentales Feuer auf ihn eröffnet, bevor er auch nur wusste, wie ihm geschah. Es war nur ein kurzer Warnschuss, das wusste er. Sonst hätte er jetzt nicht mehr den Verstand, ihn zu hinterfragen. Aber scheiße, das fühlte sich wirklich wieder tot an. Chase stieß ein ersticktes Brüllen aus, als der übersinnliche Energiestoß in seinem Schädel wiederhalte und er auf die Knie fiel. Er sah Tavia nicht kommen. Keiner von ihnen hatte sie kommen sehen. So schnell und geräuschlos bewegte sie sich. Als materialisierte sie sich aus dem Nichts, sprang sie über das Geländer im ersten Stock und ließ sich wie eine Katze auf den gefließten Boden des Foyers fallen. Gerade noch war Chase auf dem Boden zusammengesackt und im nächsten Augenblick hatte sie ihn schon hinter sich gestoßen und er beobachtete mit vor Schmerz zusammengekniffenen Augen, wie sie sich alleine drei schwerbewaffneten, tödlichen Kriegern und einer Stammesgefährtin entgegenstellte, die ihre lähmende, übersinnliche Gabe von Chase abzog und mit voller Kraft auf Tavia richtete. Gott, nur das nicht. Wenn sie seinetwegen eine Kugel oder einen übersinnlichen Stromschlag von Renatas Wut abbekam... Tut ihr nichts, brüllte er. Seine Stimme war wild und gespenstisch. Mit letzten Kräften drückte er den Schmerz von Renatas mentaler Gabe weg, kam wieder auf die Beine und stellte sich neben Tavia. Tut ihr bloß nichts, verdammt! Aber keiner von ihnen machte Anstalten, sie anzugreifen. Erst jetzt ging ihm auf, dass sie nichts dergleichen tun würden. Sie waren nicht hergekommen, um jemanden zu verletzen, nicht einmal ihn, außer er zwang sie dazu. Sie alle, einschließlich Matthias Rowan, starrten mit großen Augen und offenem Mund Tavia Fairchild an, eine vollständig transformierte Stammesvampirin in ihrer ganzen Glorie. Sie stand tiefgeduckt, die langen Beine und nackten Füße sprungbereit. Ihr offenes Haar schwang ihr um die Schultern, die ungezähmte kastanienbraune Mähne verdeckte kaum ihre glühenden Augen. Zischend bleckte sie die Lippen und enthüllte ihre spitzen weißen Fänge. Im tiefen V-Ausschnitt ihres schwarzen Pullovers pulsierten ihre Darmaglyphen in den Farben der Wut, tobten wie ein Gewittersturm auf ihrer glatten, blassen Haut. Es konnte keinen Zweifel geben. Diese Frau war eine gefährliche, absolut tödliche Stammesvampirin der ersten Generation. Und höllenscharf. Die drei Kriege des Ordens kamen fast gleichzeitig wieder zu sich. Sie begannen beinahe unisono. Zuerst Taggen, dann Nico und schließlich Hunter. Ich werd verrückt. Renata starrte immer noch und schüttelte ungläubig den Kopf. Sie hob die schmalen Brauen und dann kräuselten sich ihre Mundwinkel. Als die anderen sahen, dass sie sich entspannte und ein belustigter Ausdruck in ihre klugen Augen trat, verflog die Anspannung im Raum. Sie sah von Tavia zu Chase, dann wieder zu Tavia. Also das nenne ich einen Auftritt. Mit über 40 Minuten Verspätung schlenderte Dragos in die Videokonferenz mit seinen Leutnants. Mit seiner Unpünktlichkeit erreichte er mehrere Dinge. Zum einen schadete es nie, seine Untergebenen daran zu erinnern, dass sie seinen Launen ausgeliefert waren und seiner Bequemlichkeit dienten. Noch wichtiger aber war die Tatsache, dass er mit seiner Verspätung jedem der vier verbliebenen Mitglieder seines ursprünglichen inneren Kreises jede Menge Zeit gab, um über die eigenen kleinsten Verfehlungen nachzudenken und sich zu sorgen, ob womöglich einer von ihnen inzwischen auf seiner Abschussliste stand. Dem wurde noch mehr Nachdruck verliehen durch die Tatsache, dass hinter jedem seiner vier Leutnants auf den Monitoren einer von Dragos persönlich ausgewählten Killern postiert war. Sollten seine Leutnants ihm Grund zum Zweifel geben, würde jeder der Gen-1-Killer nur eine Sekunde brauchen, um das Problem dauerhaft für ihn zu lösen. Aber heute Nacht würden keine Köpfe rollen. Dragos' Wut war völlig auf den Orden konzentriert. Seinetwegen hatte er einen Rückschlag nach dem anderen erlitten. Seinetwegen war seine Operation jetzt zerstreut und geschwächt, all seine gute Arbeit und die vielversprechenden Experimente abgebrochen oder ganz zerstört. Seinetwegen war er nun gezwungen, seine Pläne mit der Menschheit früher in die Tat umzusetzen als geplant. Statt abzuwarten, bis er all seine Lakaien in Schlüsselpositionen auf der ganzen Welt positioniert hatte, was zunehmend schwieriger wurde, da Lucan und seine Krieger ihm so dicht auf den Fersen waren und ihn bei jeder Gelegenheit in den Untergrund trieben, hatte Dragos entschieden, dass er nicht länger warten würde. Seine Zeit war gekommen. Er setzte sich ins Kopfende seines langen Konferenztischs und sah auf die Monitorwand vor ihm. Die vier Bildschirme zeigten ihm seine Leutnants. Arno Pike von der Agentur in Boston, Roark Lovell, langjähriger Agenturdirektor von Seattle. Aus Europa zugeschaltet war Modic Kajab von der Agentur in Budapest und schließlich Nigel Traherney, ein begüterter Zivilist aus London mit guten Verbindungen, der einzige aus Dragos verbliebenem Kreis, der nicht der Agentur angehörte. Einst hatte es noch drei weitere Mitglieder dieses Kaders gegeben, Männer, die sich als unwürdig erwiesen hatten und grausame Tode gestorben waren, wofür Dragos persönlich gesorgt hatte. An ihre Namen, Fabian, Roth und Vachon, erinnerte er sich inzwischen kaum noch. Sie waren unbedeutend, Staub unter seinen Stiefelsohlen. Tod und vergessen. Was diese acht Männer, Dragos und seine sieben loyalen Fußsoldaten, gemeinsam gehabt hatten, war ihre Abstammung als Stammesvampire der zweiten Generation. Und noch wesentlicher, der unerschütterliche Glaube daran, dass es der Stamm und nicht die Menschen waren, der es verdiente, über diesen im Weltall kreisenden Gesteinsklumpen zu herrschen. Jahrzehntelang hatten sie gemeinsam an ihrer Verschwörung gearbeitet, die Operation heimlich mit Material, Personal und Ressourcen, Informationen und Unterstützung versorgt. Dragos hatte ihnen Höchstleistungen abverlangt und ihre absolute Loyalität gefordert. Die vier Männer auf den Monitoren glaubten immer noch daran, dass Dragos Zukunftsvision die einzig akzeptable war, und sie glaubten an ihn als ihren Anführer, sogar als ihren zukünftigen König. Solange sie das taten und solange sie sich nicht als ineffizient oder als Hindernis für seine Operation erwiesen, würde Dragos sie am Leben lassen. Vielleicht würde er sogar sein Versprechen einhalten, sie an seiner Beute teilhaben zu lassen, die er schon bald in den Händen halten würde. Schon sehr bald, dachte er, und konnte kaum seine Aufregung bändigen, die ihn beim Gedanken an das Chaos erfüllte, in das er die Welt stürzen würde. Meine Herren, sagte er und legte jedem Einzelnen von ihnen Grüßen zu. Wir haben lange auf diesen Augenblick gewartet, aber das Warten hat nun ein Ende. Ich habe sie heute Nacht einberufen, um sie wissen zu lassen, dass unser Triumph unmittelbar bevorsteht. Die Bemerkung wurde mit kaltem Lächeln und eifrigen Blicken aufgenommen. Dragos wartete einen Augenblick ab, bis die Welle der Aufregung sich wieder gelegt hatte und genoss seine Macht. Obwohl er seine Entscheidung heute Abend aus seiner Wut und seinem Racheimpuls herausgefällt hatte, hatte er genug Zeit gehabt, die globale Katastrophe, die er inszenieren würde, mit kühler Berechnung in allen Folgen und Konsequenzen zu durchdenken. Seitdem war er sogar noch mehr davon überzeugt, dass es an der Zeit war, der Welt den Federhandschuh hinzuwerfen. Jeden Einzelnen von ihnen in diesem Treffen habe ich ins Vertrauen gezogen, weil wir alle einen gemeinsamen Entschluss teilen. Den Traum, uns eine Welt nach unseren eigenen Idealen zu erschaffen, nach unseren eigenen Freiheiten und Gesetzen. Wir stehen jetzt kurz davor, meine Kameraden, so kurz davor, dass es absolut undenkbar ist, unsere Zukunftsvision für unsere Spezies vom Orden oder ihren törichten Verbündeten vereickeln zu lassen. Er sah nacheinander in die Gesichter seiner Leutnants, zufrieden mit dem Hass, den er in mehr als einem schmalen Augenpaar schwelen sah. »Der Sieg steht unmittelbar bevor, und wir können es uns nicht leisten, ihn uns entgehen zu lassen. Unsere Zeit des Planens und Wartens im Untergrund ist vorbei.« Dragos knallte die Faust auf den Tisch und erhob sich von seinem Stuhl. »Ich habe endgültig genug davon, verdammt! Jetzt ist die Zeit gekommen, diese gottverdammte Welt zum Bluten zu bringen!« Drei der vier Stammesvampire, die ihn aus den Monitoren anstarrten, quittierten diese explosive Kriegserklärung mit einem zustimmenden Nicken. Dragos atmete heftig. Seine neu aufgeflammte Wut präkelte in seinen Adern und wollte sich mit Gewalt entladen. Seine schwelende Aggressivität vertiefte sich noch, als er Nigel Traherny ansah. Der Londoner runzelte die Stirn und schüttelte langsam und still seinen hellblonden Kopf. Er war nicht einverstanden. »Sie haben etwas zu sagen, Mr. Traherny!« Nigel räusperte sich und wirkte plötzlich unbehaglich, wozu er auch allen Grund hatte. »Wenn ich recht in der Annahme gehe, das, was Ihnen vorschwebt, Sir!« Er verstummte. Es war unnötig, den Satz zu beenden. Jeder der Anwesenden verstand genau, was er vorschlug. Es war die ganze Zeit über das Schlimmstfallszenario der Operation gewesen. »Eine Maßnahme dieser Größenordnung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden,« warnte Traherny. »Ich muss mich fragen, ob Sie vielleicht...« »Achem, Sir!« »Ich fürchte, die aktuellen Rückschläge bei der Akquise des amerikanischen Senators, der uns den Weg in andere Regierungsbereiche der Menschen ebnen sollte, drängen Sie möglicherweise zu vorschnellem, unbedachtem Handeln.« »Unbedachtem Handeln!« Dragos stieß einen Grunzlaut aus, stützte die Fäuste auf den Tisch und bohrte die Knöchel gegen das polierte Holz. Er kochte vor Wut über diesen Angriff auf seine Autorität, den tollkühnen Widerspruch. Aber er hielt sich mit Mühe zurück. »Wirke ich auf den Rest von Ihnen unbedacht!« Seine übrigen drei Leutnants versicherten ihm, einer nach dem anderen, ihre volle Unterstützung. »Ich habe das Warten satt!« Der gehorsame, blutrünstige Peik sprach zuerst. »Ich habe absolutes Vertrauen in Ihre Führung, Sir, und ich bin bereit, auf Ihren Befehl loszuschlagen.« »Ich will ehrlich sein,« fügte Lovell hinzu. »Ich hatte oft die Befürchtung, dass es soweit kommen würde. Aber ich bin in jedem Fall dabei, und ich bin schon zu weit gegangen, um noch einen Rückzieher zu machen, so wie wir alle.« Kajab verzog den Mund zu einem widerlichen Grinsen. Seine dunklen Augen glänzten. »Die Menschen waren lange genug an der Macht. Ich für meinen Teil bin mehr als bereit, dafür zu sorgen, dass der Stamm die Herrschaft über die Nacht ergreift, wie es unser Geburtsrecht ist.« Dragos sah wieder zu Cihörni hinüber, dem sichtlich unbehaglich zumute war, und zuckte mit den Schultern. »Da sind Sie mit Ihren Bedenken ganz allein, Nigel.« »Sir, ich...« Dragos hob die Hand und schüttelte milde den Kopf. »Ich verstehe das natürlich. Solche Entscheidungen, wie so viele andere, die gefällt werden mussten, um unsere Operation an diesen Wendepunkt zu bringen und zu dem Sieg, der uns erwartet, sind nichts für zarte Gemüter.« »Sir, bisher habe ich Ihre Entscheidungen immer mitgetragen. Ich glaube immer noch an unsere Sache, das müssen Sie doch wissen.« Jetzt hatte sich Angst in die Stimme des Vampirs geschlichen und ein Unterton von etwas anderem. »Kummer«, riet Dragos und sah zu, wie sich im Gesicht des stolzen Mannes Hoffnungslosigkeit ausbreitete. »Sir, meine Stammesgefährtin erwartet jetzt jeden Tag unser Kind. Meine beiden älteren Söhne haben mir über ein Dutzend Enkel geschenkt. Gute Jungen, die in der Welt aufwachsen werden, die wir erschaffen. Auch ich bin der Ansicht, dass der Stamm endlich seinen rechtmäßigen Platz als die dominante Spezies dieses Planeten einnehmen muss. Ich hoffe nur, dass es einen besseren Weg gibt, um dieses Ziel zu erreichen.« Dragos verschränkte die Arme über der Brust und wartete ab, bis Traherny seinen Anfall von schlechtem Gewissen in letzter Minute beendet hatte. Hinter dem Mann hielt der Killer, der zu seiner Sicherheit dort postiert war, seine Augen unablässig auf Dragos gerichtet. Ein angeleinter, aber tödlicher Bluthund, der den Befehl seines Gebietes erwartete. »Ich hatte lange Vorbehalte, einen Zivilisten in diesen Kreis zu bringen«, stellte Dragos ruhig fest. »Aber Sie haben sich als wertvoll erwiesen, Nigel. Sie haben mir die Stammesgefährten für das Zucht- und Genetikprogramm besorgt. Einige der brillantesten Wissenschaftler der Menschen für meine Labors gefunden, die dort als Lakaien arbeiten. Sie haben über Jahrzehnte dreistellige Millionenbeträge für die technische Ausstattung aufgebracht und uns wertvolle Informationen zu sozialen und politischen Situationen der europäischen Stammesbevölkerung geliefert.« »Das ist korrekt, Sir«, stimmte er eifrig zu. »Und all das habe ich getan, weil ich an Sie und Ihre Vision glaube.« Dragos' Wut war kein bisschen abgeklungen. Aber er lächelte, sein Mund angespannt von seinen Fängen, die ihm aus dem Zahnfleisch schossen. »Ihren Glauben habe ich nie angezweifelt, mein guter Mr. Traherny. Sie hatten das Herz und die Mittel. Sie hatten sogar die Niedertracht, wo sie vonnöten war. Was ihnen aber immer abgegangen ist, sind Eier.« Mit einer unmerklichen Augenbewegung signalisierte Dragos dem Killer hinter Traherny, »Liquidieren.« Der Mord geschah rasch und sauber. Auf dem Videomonitor traten Traherny's Augen hervor, sein Kopf fiel in einem unnatürlichen Winkel nach vorne und landete mit einem lauten Schlag vor ihm auf dem Schreibtisch. Dragos schenkte der Angelegenheit keine weitere Beachtung. Er ließ den toten Leutnant weiter in der Videokonferenz und wandte seine Aufmerksamkeit wieder den übrigen drei Mitgliedern seines unheiligen Bündnisses zu. »Wir sind Pioniere, auf einem Gebiet, auf das sich vor uns noch niemand gewagt hat,« sagte er zu ihnen. »Jetzt beginnen wir die Vorbereitungen für den ultimativen Schritt, um endlich unseren rechtmäßigen Platz in der Geschichte einzunehmen.« Sie fuhren in einem riesigen schwarzen Land Rover nach Norden, hatten Boston vor Stunden verlassen und waren bereits tief im Bundesstaat Maine. Tavia hatte nicht aus Boston wegfahren wollen und schon gar nicht mit dieser Gruppe von drei schwer bewaffneten Stammesvampiren und einer Frau in Leder, die genauso gefährlich wirkte, ob mit oder ohne die Pistolen und Dolche in ihrem Waffengürtel. Aber Chase hatte ihr versprochen, dass sie bei ihnen, im dunklen Hafen des Ordens, zu dem sie nun unterwegs waren, in Sicherheit war, und das genügte ihr. Sie saß auf dem Rücksitz des Wagens, eingezwängt zwischen ihm und dem Krieger, der offenbar für ihre Rettung verantwortlich war, ein respekteinflößender Mann mit unerbittlichen grünen Augen und einer zottigen, lohfarbenen Mähne. Sein Name war Tagen. Nikolai und Renata saßen vorn, der scharfzüngige, lebhafte blonde Krieger am Steuer, seine schwarzhaarige Gefährtin neben ihm auf dem Beifahrersitz. Und hinten auf dem Notsitz saß ein stoischer Gigant von Mann mit kurzgeschorenem, hellbraunem Haar und durchdringenden, goldenen Augen. Von allen Insassen des Wagens war er es, vor dem Tavia am meisten auf der Hut war. Alles an diesem Mann namens Hunter war kühle, distanzierte Selbstbeherrschung und tödliche Effizienz, was in Anbetracht seiner früheren Tätigkeit nicht überraschend war. Tavia wollte mehr über ihn erfahren, besonders, weil sie wusste, dass sie beide in Dragors Labors aus derselben DNA erzeugt worden waren. Aber in Matthias Rowans Haus war keine Gelegenheit mehr für Fragen oder Gespräche gewesen. Und bis jetzt war ihre Fahrt nach Norden eine reichlich stille Angelegenheit. Die ganze Zeit über hatte Chase kein Wort gesagt. Er hatte das Kinn tief auf die Brust gesenkt, aber selbst unter dem zerzausten Haarschopf, der ihm in die Stirn hing, waren seine glühenden Augen nicht zu übersehen. Und die Glüphen auf seinen nackten Unterarmen pulsierten immer noch in dunklen Farben. Ihr eigener Körper hatte wieder seinen Normalzustand angenommen, noch bevor sie Boston verlassen hatten, aber Chase schien sehr viel länger dafür zu brauchen. Seit der Situation bei Matthias köchelte seine Wut wie ein Gift unter seiner Haut weiter. Der übersinnliche Schmerz, den Renata ihm zugefügt hatte, hielt ebenfalls noch an. Tavia spürte ihn über ihre Blutsverbindung, an die sie sich immer noch gewöhnen musste. Gott, sie war so beunruhigt, so hellauf entsetzt gewesen, als dieser mentale Stromstoß in Chases Schädel gefahren war. Sie hatte aus purem Instinkt herausgehandelt, war über das Geländer hinunter ins Foyer gesprungen, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, dass dies für Menschen eigentlich nicht möglich war. Alles, was in diesem Augenblick für sie gezählt hatte, war Chase. Als sie gesehen hatte, dass er noch am Leben war, als er neben ihr aufgestanden war, war sie so erleichtert gewesen, dass es dafür kaum Worte gab. Und dann hatte Wärme sie eingehüllt, als sie die Wut in seiner tiefen, dröhnenden Stimme hörte, die seinen Freunden zurief, ihr nichts anzutun. Jetzt schienen durch sein brütendes Schweigen, seine pure Anwesenheit im beengten Raum des Geländewagens, alle auf der Hut zu sein. Sein Körper, der sich an ihre Seite presste, strahlte Hitze und aufgestaute Aggressivität aus. Vielleicht hätte sie genauso wachsam sein sollen wie seine Freunde, aber die Wärme seines Oberschenkels an ihrem fühlte sich tröstlich an. Sie hatte den Kopf auf seine mächtige Schulter gelegt und sah auf die dunkle Landschaft hinaus, die draußen vor dem Autofenster vorbeiraste, als sie die Kilometer hinter sich ließen. Als sie aufsah, musterten sie Nikolais winterblaue Augen verstohlen im Rückspiegel. Nicht zum ersten Mal. Jetzt streckte Renata auf dem Beifahrersitz die Hand aus und boxte ihn leicht gegen die Schulter. »Hör auf, das arme Mädchen anzugaffen, Nico. Wir sind hier nicht im Zoo.« »Tut mir leid«, sagte er und stieß einen Fluch aus, offenbar auf Russisch. »Ist nur so, dass ich eine Weile brauchen werde, mich an den Gedanken zu gewöhnen.« Renata verdrehte die Augen und sah sich zu Tavia um. »Sei ihm nicht böse. Ich glaube, wir geben uns alle Mühe, dich nicht anzustarren. Ich meine, Matthias hat uns zwar von dir erzählt, aber dich dann selbst zu sehen? Und das vorhin im dunklen Hafen? Wow, alle Achtung!« Sie sah die anderen im Wagen an, dann schüttelte sie den Kopf, dass ihr Kinn langer Pagenkopf ihr ums Kinn schwang. »Mit Jenna und Tavia durfte es hochinteressant werden.« »Wer ist Jenna?« fragte Tavia. »Ist sie wie ich?« Bei dem Gedanken spürte sie einen Funken Hoffnung, auch wenn ihr Leben voller Lügen und Verrat eigentlich nichts war, was sie anderen wünschte. »Jenna ist ein Mensch«, antwortete Nicolai und sah sie wieder im Rückspiegel an. »Oder sie war einer, bis vor ein paar Wochen.« »Jenna ist immer noch ein Mensch, wo es darauf ankommt.« Renata drehte sich zu ihrem Gefährten um und tippte sich auf die Brust. Sie verändert sich zwar physisch und psychisch, aber innen drin ist sie immer noch Jenna. »Was ist mit ihr passiert?« Renata sah sich kurz zu taggen um, als bete sie ihn um Erlaubnis, bevor sie es erklärte. Vor ein paar Wochen wurde Jenna in Alaska, wo sie wohnte, angegriffen. Die Kreatur, die das tat, war ein Ältester. »Den Dragos in seinem Labor gefangen gehalten hatte«, beendete Tavia den Satz und erinnerte sich daran, was Chase ihr von dem letzten außerirdischen Urvater des Stammes erzählt hatte. »Ich dachte, er sei vom Orden getötet worden.« »Wurde er auch«, sagte Renata. »Aber bevor wir ihn gefunden hatten, war der Älteste bei Jenna eingebrochen. Es war furchtbar für sie. Er hat sie als Geisel gehalten und sich von ihr genährt, und bevor es vorbei war, hat er ihr einen außerirdischen Biotechchip unter die Haut eingepflanzt, oben an der Wirbelsäule. Er enthielt seine DNA.« Nikolai nickte. »Wir haben Jenna zu uns nach Boston gebracht. Sie war tagelang bewusstlos. Als sie aufwachte, begannen diese seltsamen Veränderungen.« »Was für Veränderungen?« »Übermenschliche Kraft ist das eine«, sagte Renata. »Praktisch über Nacht war sie plötzlich unglaublich schnell und wendig. Ihr Körper begann, sich selbst von Verletzungen zu heilen. Beschleunigte Wundheilung. Lauter Dinge, wie normalstabliche sie eben nicht haben.« »Ganz zu schweigen von der Glüfe, die ihr an der Stelle wächst, wo er ihr den Chip eingesetzt hat.« Taviar sah Nikolai im Rückspiegel an. »Also hat der Älteste sie in eine von euch verwandelt. Eine Stammesvampirin?« »Sie ist jetzt auch kein Mensch mehr.« Gideon hat alle möglichen Tests mit ihr gemacht, und das Einzige, was er bisher herausfinden konnte, ist, dass die DNA des Ältesten sich schneller teilt als ihre eigene Homo Sapiens-DNA. Sie überschreibt ihr Nervensystem, ihre Organe, sogar ihr Blut.« »Um Gottes Willen«, murmelte Tavia. »Das muss ja furchtbar für sie sein.« »Ist kein Zuckerschlecker«, stimmte Nikolai zu. »Aber sie schlägt sich wacker. Und eigentlich fährt sie ja gar nicht schlecht dabei. Sie ist stärker, schneller und gesünder als jeder Mensch. Und Gideon meint, dass sich auch ihre Lebensspanne exponentiell vergrößert haben dürfte.« »Trotzdem«, sagte Tavia, und konnte nicht anders als Janis plötzliche Veränderungen mit ihren eigenen unerwarteten Erkenntnissen der letzten Zeit zu vergleichen. »Es ist nicht einfach, herauszufinden, dass du nicht das bist, wofür du dich dein ganzes Leben lang gehalten hast.« Renata sah sie mitfühlend an. »Wie packst du das Ganze?« »Ich bin schon in Ordnung.« Sie nickte und erkannte, dass es tatsächlich so war. »Zuerst hatte ich Angst, aber ich bin froh, endlich die Wahrheit zu wissen.« Nikolai fuhr fort. »Ich glaube, das Schlimmste für Jenna sind jetzt die Träume. Gideon denkt, der Chip speist die Erinnerungen des Erdes denn in ihr Unterbewusstsein ein. In letzter Zeit hat sie schlimme Albträume. Jede Menge brutales Zeug vom Weltuntergang, sie ist ganz verdicht deswegen.« »Wenigstens hat sie Brock«, sagte Renata und warf ihrem eigenen Gefährten einen liebevollen Blick zu. »Er hilft ihr dabei zu überstehen, was noch vor ihr liegt. Und außerdem hat sie auch noch uns.« Nikolas Blick, mit dem er sie ansah, war ebenso erhitzt wie zärtlich. Er griff nach Renatas Hand, hob sie an den Mund und küsste sie in die Handfläche. »Wie viel weißt du über den Stamm?« »Jetzt war es Tegan, der sprach.« Er sah Tavia nicht an, aber seine tiefe, knurrende Stimme drang hinter Chase zu ihr herüber. »Du meinst außer der Tatsache, dass ihr außerirdische Wurzeln habt?« »Hast du auch«, bemerkte der Krieger tonlos. »Okay«, dachte sie. »Das war der Stoff von Horrorbüchern und Science-Fiction-Filmen, aber sie sollte jetzt allmählich anfangen, es zu akzeptieren.« »Chase hat mir einiges erzählt. Es ist eine Menge zu verarbeiten. Er hat versucht, mir zu helfen, das alles zu verstehen.« Tegan knurrte skeptisch. »Und ich dachte schon, er wäre zu sehr damit beschäftigt, ein Medienstar bei den Menschen zu werden, um für sowas Zeit zu haben. Ich brauch dich wohl nicht zu fragen, was du ihr sonst noch alles beigebracht hast. Was, Harvard?« Weißglühende Wut schoss ihr durch die Adern. Nicht ihre eigene, sondern Chase's. Sie spürte, wie sich neben ihr sein ganzer Körper anspannte, als Tegan ihm einen ausdruckslosen, aber prüfenden Blick zuwarf. Einen Augenblick lang fragte sich Tavia, ob Chase ihn angreifen würde, denn die Bemerkung war klar als Provokation gemeint. Das Gleiche fragten sich offenbar auch alle anderen, denn sie waren alle verstummt, zögerten, warteten ab, was Chase im nächsten Augenblick tun würde. Aber er explodierte nicht wie die Handgranate, für die sie ihn zu halten schienen. Tavia spürte, wie er um seine Beherrschung kämpfte, und obwohl es gefährlich schien, in etwa so klug wie ein Grizzly-Bär zu streicheln, streckte sie in dem dunklen Wagen die Hand nach ihm aus. Seine große Hand lag auf seinem Oberschenkel, die Finger wie ein Schraubstock in seine Jeans gekrallt. Tavia streichelte ihn mit dem Zeigefinger über den Handrücken, signalisierte ihm stumm, dass sie ihm vertraute, an ihn glaubte, dass sie wusste, dass er gegen eine dunkle Macht ankämpfte und dass sein Kampf sie nicht kalt ließ. Er sah sie nicht an, aber seine Hand entspannte sich ein wenig. Er bewegte sie unmerklich zu ihrer, berührte sie kaum. Es erwärmte sie von innen, diese Verbindung ohne Worte, die zwischen ihnen entstanden war. Hier ging es weniger um die Blutsverbindung oder die irrwitzigen Umstände, die sie zusammengebracht hatten, sondern um etwas Tiefes, Bedeutsames und Kostbares, das sich zwischen ihnen entwickelte. Dieser Mann, dieser komplizierte und gehetzte, gefährliche Stammesvampir, bedeutete ihr etwas. Und ob er es je zugeben würde oder nicht, sie konnte spüren, dass es ihm ebenso ging. Auf der anderen Seite von Chase entspannte sich Tegan. Seine Mine wurde lässig und er ließ sich mit einem Seufzer gegen die Rückenlehne sinken. Wir sind fast da. Der Wagen war schon vor einer Weile von der Autobahn abgefahren und holperte nun über eine kurvige, zweispurige Landstraße, die mitten in einen dichten Wald führte. Kilometerlang fuhren sie durch die mondhelle Nacht. Dann bog Nikolai auf einen dick verschneiten Waldweg ein, auf dem eigentlich nur noch ein Pferdeschlitten durchgekommen wäre. Als sie schon dachte, der Weg würde niemals enden, schnitten die Scheinwerfer des Geländewagens durch den dichten Wald und erfassten die Vorderseite eines festungsartigen, aus Naturstein- und Holzbalken erbauten Anwesens. Das Haus war rustikal, aber wunderschön wie aus einem Märchen. Neben ihr setzte Chase sich auf und spähte aus dem Fenster. »Das neue Hauptquartier des Ordens?«, fragte er heiser. »So ist es.« Nikolai parkte und stellte den Motor ab. »Trautesheim, Glück allein.« »Können wir anfangen, Jenna?« Sie nickte Gideon zu und drückte Brocks Hand ein wenig fester. Sein gut aussehendes Gesicht war angespannt vor Sorge, seine unergründlichen braunen Augen fest auf sie gerichtet. »Du musst das nicht machen, wenn du dir nicht sicher bist. Du hast schon genug durchgemacht.« »Doch ich bin mir sicher,« antwortete sie, hob die Hand und streichelte seine starken Wangenknochen. »Ist doch nur ein Traum, du brauchst dir keine Sorgen, um mich zu machen.« Er lachte leise, belustigt, aber nicht entspannt. »Mir zu sagen, ich soll mir keine Sorgen um dich machen, ist wie mir zu sagen, ich soll aufhören zu atmen.« »Ist einfach nicht zu machen, Süße.« »Das hast du gewusst, als du dich mit mir eingelassen hast.« »Ja, hab ich.« Jenna lächelte ihren Gefährten an und fragte sich, wie es möglich war, dass ihre Liebe zu ihm jeden Tag größer wurde. »Und du weißt, dass ich genauso störrisch bin wie du.« »Noch störrischer,« warf er ein und hob eine schwarze Augenbraue. Sie bestritt es nicht. Ihre Angst oder seine Sorge um sie würden sie nicht daran hindern, sich mit all ihren Kräften in diese Mission zu stürzen. Denn das war es, wofür diese Suche nach Antworten für sie geworden war. Eine Mission, genau wie damals ihr Dienst als Staatspolizistin in Alaska. Und bei dieser hier würde sie alles geben, selbst wenn sie vor Angst fast den Verstand verlor. »Es ist nur ein Traum,« sagte sie wieder zu Brock, »und vielleicht brauchte sie diese Versicherung genauso sehr wie er. Nach ihrem letzten schrecklichen Albtraum spielten ihre Nerven immer noch verrückt. Diese riesige Flutwelle, die von allen Seiten auf sie hereinbrach, die Schreie der Sterbenden im Nachtwind, so viel Entsetzen und Zerstörung, hunderte von Menschen auf einen Schlag weggespült. Es hatte sich so real angefühlt. Entsetzlich klar und deutlich. Selbst jetzt noch hämmerte ihr Herz panisch und ihre Handflächen waren feucht. »Es ist nicht real, nur ein Albtraum. Mir passiert schon nichts, Brock, ich schaff das.« Er runzelte skeptisch die Stirn, und zum ersten Mal, seit sie ihren Gefährten kannte, war Jenna froh, dass sie keine Blutsverbindung mit ihm hatte. Sie war als Normalsterbliche geboren, nicht als Stammesgefährtin, und am Anfang war das Fehlen des winzigen Muttermals für sie beide ein Problem gewesen. Aber nur kurz. Die Liebe war die Kraft gewesen, die sie untrennbar miteinander verbannt. Brock konnte zwar ihre tiefsten Gefühle nicht durch ihr Blut lesen, aber ihre emotionale Verbindung zueinander war deshalb nicht schwächer. Weshalb sich auch sein Stirnrunzeln weiter vertiefte, als er ihre Hand streichelte und zusah, wie Gideon das leichte Schlafmittel vorbereitete, das ihr jetzt beim Einschlafen helfen würde, und sie hoffentlich noch tiefer in den Traum eintauchen ließ. »Das alles gefällt mir gar nicht. Mir ist egal, ob das nur ein Traum ist oder ein Art psychisches Echo der Erinnerungen des Ältesten in deinem Unterbewusstsein. Ich will dich nicht loslassen.« »Dann tu's nicht«, sagte sie und schloss ihre Finger ein wenig fester um seine. »Halte meine Hand. Ich kann alles ertragen, wenn ich weiß, dass du bei mir bist. Und dieses Mal werde ich auch Claire dabei haben, die mich führen wird.« Vor einigen Stunden hatten sie Andreas Reichens Gefährtin in Rhode Island angerufen, gleich nach Jennas letztem schrecklichen Traum. Claire hatte sich sofort bereit erklärt, ihnen zu helfen, so gut sie konnte. Jetzt hielt sie sich in ihrem dunklen Hafen bereit und wartete auf Gideons Anruf. Sobald Jenner eingeschlafen war, würde Claire sie in ihrem Traum besuchen. Zusammen hofften sie, ein klares Bild davon zu bekommen, was der Albtraum mit seiner apokalyptischen Vision zu bedeuten hatte. Jenner drückte Brock einen Kuss auf die Handgelenke und sah zu Gideon hinüber. »Fangen wir an.« Mit einem Blick der Entschuldigung auf den anderen Krieger beugte sich des Universalgenie und Teilzeitarzt des Ordens mit der Spritze vor. Jenner verzog das Gesicht, als die Nadel sie stach, dann atmete sie langsam aus. Sie war sich gar nicht bewusst gewesen, dass sie den Atem angehalten hatte. Nach einem Augenblick breitete sich langsam eine angenehme Wärme in ihr aus, als würde ihr eine kuschelige Decke von den Füßen bis unters Kinn hochgezogen. »Soweit alles okay, Jane?« Gideons Stimme drang wie in extremer Zeitlupe zu ihr, jede Silbe langgezogen und verzerrt. Selbst ein schwaches Nicken kostete sie enorme Anstrengung, ihr fielen die Augen zu, die Augenlider wurden schwer wie Blei. »Ich glaube, es...« Sie hatte keine Chance, den Satz zu beenden. Dicker, grauer Nebel hüllte sie ein und trug sie von ihrem schweren Körper auf dem Bett fort. Sie ließ es zu, zu apathisch, um Widerstand zu leisten. Die dunkle Wolke hielt sie in der Luft, als sie vom Hauptquartier des Ordens davontrieb. Fort von allem, was sie kannte. Nach einer scheinbaren Ewigkeit begann der Nebel sich zu lichten, und ihre Füße berührten den Boden. Sie öffnete die Augen und sah nichts als Dunkelheit. Sie war allein. Niemand war zu sehen. Nur sie stand da unter einem dicht bewölkten Nachthimmel, ihre nackten Füße am Rand einer steilen Felsklippe. »Claire?« rief sie, aber der kalte Wind blies ihre Worte davon, sobald sie sie ausgesprochen hatte. Sie versuchte, keine Angst zu haben, aber sie wusste, was auf sie zukam. Kaum hatte sie den Gedanken zu Ende gedacht, als von allen Seiten die Wellen kamen. Unter ihrer hohen Klippe wurde das ganze Tal von tosenden Wasserfluten verschlungen. Dass da unten war eine Stadt gewesen, das wusste sie. Wusste, dass ihre ganze Bevölkerung gerade in dieser plötzlichen Springflut ertrank. »Nein!« Das Wort explodierte in ihrem Kopf, aber über ihre Lippen kam kein Geräusch. Sie sah mit gefühllosen Augen zu, wie die Katastrophe sich immer weiter ausbreitete und alles zerstörte, was ihr in den Weg kam. »Nein! Nein!« Trauernd und elend vor Entsetzen spürte sie kaum die weiche, warme Berührung an ihrem Arm. Der Larm von Chaos und Vernichtung war ohrenbetäubend. Die ganze Welt um sie herum war dunkel und trostlos geworden. Leer. »Jenner!« Sie zuckte zusammen beim Klang der Frauenstimme. An diesem höllischen Ort war jemand bei ihr, der ihren Namen kannte. »Jenner, hörst du mich?« Claire Reichens Stimme, samtig und ruhig, kam von ihrer linken Seite. »Schau von der Katastrophe weg, Jenner! Schau mich an! Ich bin jetzt bei dir!« Sie tat wie angewiesen, verblüfft, dass sie überhaupt die Kraft dazu fand. Immer noch erfüllten der Lärm der Katastrophe und die Todesschreie der Opfer ihren Kopf, aber jetzt war dort auch Frieden. Aus der Dunkelheit wurde ihr eine Rettungsleine gereicht. Claire nahm ihre Hand und nickte. »Ich habe dich gefunden. Wollen wir versuchen, wieder an den Anfang zurückzugehen?« Jenner nickte stumm. Sie hatte keine Kontrolle über ihre Stimme. Die Stimme des Wesens, das sie in dieser Traumlandschaft verkörperte. Sie wollte zurückgehen. Sie konnte es. Sie musste. Plötzlich wurde sie rückwärts durch die Dunkelheit gerissen. Die Wellen zogen sich in Hypergeschwindigkeit zurück, Flut und Zerstörung liefen rückwärts bis zu dem Augenblick, an dem sie den Traum immer betrat, unmittelbar vor dem Beginn der unvermeidlichen Katastrophe. Dann noch weiter zurück. Verblüfft sah sie von der hohen Klippe hinunter. Die Stadt unter ihr im Mondlicht war uralt. Weiße Säulentempel und gepflasterte Straßen erstreckten sich in alle Richtungen. Massive Tore und steinerne Türme, schützende Stadtgräben und Wasserkanäle zogen sich wie Arterien durch das Herz einer blühenden Metropolis der Vorzeit. Ihre Schönheit war mythisch, atemberaubend. Sie blickte sich hastig nach Claire um, ob sie dasselbe sah, aber plötzlich flammte vor ihr am Horizont ein heller Lichtblitz auf und erleuchtete den Nachthimmel wie eine neugeborene Sonne. Unter ihren Füßen bebte die Erde, so heftig, dass sie schwankte und auf der Felsklippe fast ihr Gleichgewicht verlor. Der ganze Planet bebte, als würde er gleich auseinanderbrechen, und draußen auf dem Meer bildete sich eine riesige Wolke, stieg hoch und wild auf. Asche wirbelte aus einem stengelförmigen Trichter, gekrönt von einem aufgewühlten, pilzartigen Kopf. Die Wolke strahlte eine so intensive Hitze aus, dass sie den Arm heben und das Gesicht abschirmen musste. Unter ihrem Tal begannen einige der höheren weißen Tempel zu beben und einzustürzen. Aus Häusern und Tavernen strömten panische Menschenmassen auf die gepflasterten Straßen hinaus. Der trockene Nachtwind brachte ihre verzweifelten Schreie, das Weinen und Heulen einer Bevölkerung, die ihre eigene plötzliche, vollständige Vernichtung erlebte. Als sich aus allen Richtungen die Wellen hoben, wandte Jenner den Blick von der bevorstehenden Katastrophe ab. Sie suchte Claire neben sich, aber sie war fort. Jetzt stand jemand anders neben ihr auf der Klippe. Ein Ältester. Drei andere waren bei ihm, alle ebenso riesig wie er, die kahlen Köpfe und nackten Oberkörper mit außerirdischen Dermaglyphen bedeckt. Ihre Augen mit den schmalen Pupillen leuchteten im Dunkeln wie Katzenaugen. Sie sahen gebannt zu, wie unter ihnen die Katastrophe ihren Gang nahm. Sie jubelten. Und sie hatten das Schreckliche, das sich dort unten abspielte, zu verantworten. Schlagartig traf Jenner die Erkenntnis. Hier, in diesem Augenblick, in dieser schrecklichen Landschaft, war sie nicht Jenner. Sie war einer von ihnen. Einer dieser außerirdischen Marodeure. Derjenige, der seine DNA in ihren Menschenkörper eingepflanzt hatte und sie in etwas anderes verwandelte. Zu einem Schatten von ihnen. Zu einem Gefäß, das seine Geschichte aufnehmen sollte, so verkrebst und hässlich, wie sie war. Dieser Augenblick war nicht nur ein Traum. Es war eine Erinnerung. Ein Ereignis aus der Vergangenheit, das sich in entsetzlicher Deutlichkeit vor ihr abspielte. Unten in der Stadt schrien und weinten Menschen. Sie versuchten zu fliehen, doch das Meer schwoll immer höher an und überflutete die Ufer. Es gab keinen Ausweg für sie. Keine Hoffnung auf Überleben. Einer der Ältesten neben ihr richtete seine gefühllosen, bernsteinfarbenen Augen auf sie. Die Narren hätten sich ergeben sollen, als sie die Chance dazu hatten. Keine Stimme, sondern ein Gedanke, der tief in ihrem Kopf ertönte. Ein anderer sah in ihre Richtung, genauso ungerührt. Sie wird sich nie ergeben. Von einem Dritten? Und ihre Legion, die mit ihr geflohen ist? Wir bringen sie zur Strecke. Das war Janis eigene Stimme. Und doch nicht ihre eigene. Eine telepathische Projektion von Gedanken, von denen sie nicht einmal gewusst hatte, dass es ihre waren. Und sie waren es auch nicht. Es waren seine. Des Wesens, dessen außerirdischen Körper sie jetzt in dieser Albtraumlandschaft bewohnte. Sie verstand die Worte nicht, die sie sagte, genauso wenig, wie sie den Grund erfasste, warum diese Kreaturen einer ganzen Stadt so etwas Abscheuliches angetan hatten. Aber die anderen, die mit ihr auf der Klippe standen, sahen sie jetzt an, als erwarteten sie Führung von ihr. Als suchten sie Rat von ihrem außerirdischen Verwandten, den sie vor sich sahen. Wohin sie auch gegangen sind, wie lange es auch dauert, sagte die Stimme in ihrem Kopf, in der außerirdischen Sprache, die nicht ihre war. Wir bringen sie zur Strecke. Jeden Einzelnen von ihnen. Bis zum Letzten. Ein einzelnes Klopfen ertönte an der Tür des Raumes, in dem Luken sich sein privates Büro eingerichtet hatte. Er sah auf und stieß einen Seufzer aus. Herein. Es war Taggen, immer noch in seinem Wintermantel und mit seinen Waffen gerade aus Boston zurückgekehrt. Wollte nicht stören. Luken zuckte mit den Schultern und schob die Laboranalysen beiseite, die Jeden ihm vorhin gegeben hatte. Er hatte das verdammte Zeug noch nicht einmal gelesen, die Papiere die letzte Stunde nur auf Autopilot durchgeblättert, froh um den Vorwand, sich vom Rest des Hauptquartiers abzusondern und mit seinen Gedanken zu ringen. Ernsten, beunruhigenden Gedanken. Und Taggans ernster Miene nach würde sich das so schnell auch nicht ändern. Hat alles geklappt? Hätte schlimmer laufen können. Taggen hob eine lohfarbene Braue. Jace und die Frau sind draußen bei den anderen. Er hat keinen Widerstand geleistet. Luken konnte es kaum glauben. Oh, das hat er schon. Oder hätte er es getan, wenn Renata ihn nicht mit einer Kostprobe von ihrer Gabe lahmgelegt hätte. Scheiße, knurrte Luken und fuhr sich über seine angespannten Kiefermuskeln. Und die Frau? Jetzt glitzerten Taggans kluge grüne Augen belustigt. Tavia Fairchild ist alles, was Rowan uns gesagt hat. Und noch mehr. Sie ist tatsächlich eine Stammesvampirin, und zwar Gen 1, absolut eindeutig. Er hat die Glyphen und Fänge, um es zu beweisen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich wissen will, was ihr gemacht habt, um das zu verifizieren. Taggen stieß ein Schnauben aus und schüttelte den Kopf. Den Gen 1-Krieger überraschte so schnell nichts. Aber das Staunen in seiner tiefen Stimme war unverkennbar. Mann, du hättest sie sehen sollen. Sobald Renata Chase einen mentalen Stromstoß verpasst hat, kam Tavia wutspeiend aus dem Nichts und wollte es mit uns allen auf einmal aufnehmen. Er stieß einen belustigten Fluch aus. Vielleicht hätte ich es sie versuchen lassen sollen, nur um zu sehen, wozu sie fähig ist. Mit etwas Training und noch etwas mehr Zeit, um sich an ihre neue Rolle zu gewöhnen, könnte sie eine verdammt gute Kriegerin werden. Sie bleibt nicht hier, sagte Lucan. Ihm war jetzt schon nicht recht, dass ein weiterer Zivilist sich unter dem Dach des Ordens befand. Und das auch noch eine Frau. Noch ein Unschuldiger mehr, für den er verantwortlich war. Jemand, wie er noch keinen getroffen hatte, wenn ihre Informationen über Tavia Fairchilds Abstammung auch nur annähernd der Wahrheit entsprachen. Ich habe sie herbringen lassen, weil wir uns nicht leisten können, dass jemand, der in Verbindung zu Dragos steht, frei auf der Straße herumläuft. Sie ist hier, um uns alles an Informationen zu liefern, was sie hat, und sich bedeckt zu halten, bis wir den Bastard Dragos ein für allemal eingeäschert haben. Sobald wir haben, was wir brauchen, geht sie zu Rowan zurück oder in einen anderen, sicheren, dunklen Hafen irgendwo. Wie auch immer, sie ist so bald wie möglich wieder weg von hier. Sagst du das Chase persönlich? Lucan sah finster zu ihm auf. Ach du Scheiße. Harward und sie... Taggen senkte bejahend den Kopf. Sieht so aus. Wenn mich nicht schon überzeugt hätte, wie sie Chase bei Rowan zu Hilfe kam, dann hätte die Fahrt hierher es bestätigt. Redest du von Sex? Oder Sex und einer Blutverbindung zwischen ihnen? Das weiß ich nicht, gab Taggen zu. Harward sieht scheiße aus, aber er hat sich die meiste Zeit im Griff. Ich habe ihn unterwegs getestet, und ich muss sagen, ich war überrascht, aber er hat bestanden. Nur knapp, aber immerhin. Seine wilde Wut war ihm deutlich anzumerken, aber er hatte eine neue Selbstbeherrschung an sich, wie ich sie lange nicht an ihm gesehen habe. Lucan dachte einen Augenblick darüber nach. Denkst du, er muss von den anderen isoliert werden? Ich denke, wenn wir ihn in ein Loch stecken, treibt ihn das direkt in die Blutgehe. Im Moment scheint Tavir das Einzige, was ihn zusammenhält, und das auch nur knapp. Himmel. Lucan lehnte sich in seinem Bürostuhl zurück und stieß einen langen Seufzer aus. Als hätten wir hier nicht schon genug Probleme. Harward ist da draußen, sagst du. Taggen nickte. Hunter und Nico haben gerade ein Auge auf ihn. Und die Frau? Trifft gerade das Empfangskomitee. Wir sind gerade rechtzeitig zurückgekommen. Es gehen gleich alle mit Dante und Tess zu Xander's Zeremonie. Lucan runzelte die Stirn. Das ist heute? Aber scheiße, natürlich war das heute. Gabriel und die anderen Stammesgefährten hatten seit Tagen Vorbereitung für das Ritual getroffen, versucht, Tess und Dantes Sohn eine angemessene Einführung in die Welt zu geben, trotz des Chaos, das sie umgab. Als Haushaltsvorstand war Lucan derjenige, der die Zeremonie zu leiten hatte, wenn Xander Raphael heute Nacht offiziell seiner Gemeinschaft präsentiert wurde. Und seine Pateneltern würden öffentlich geloben, ihn aufzuziehen, falls Dante und Tess etwas zustoßen sollte, bevor er volljährig geworden war. Bei der Zivilbevölkerung der dunklen Häfen war das ein Ritual von Tradition und Ehre. Mehr Promp als praktische Notwendigkeit. Aber hier, unter dem Dach des Ordens, der jede Nacht eines seiner Mitglieder in Kampf und Krieg verlieren konnte, nahm es eine gewichtigere Bedeutung an. Lucan stand auf. Er merkte gar nicht, dass er die Zähne zusammengebissen hatte, bis er seinen Kiefer knacken hörte. Seine Hände waren zu Fäusten geballt, die Fingerknüchel weiß. Teggen machte die Augen schmal. Was ist los mit dir? Nichts. Als Lucan zu Tür gehen wollte, verstellte ihm Teggen den Weg. Von wegen. Ich brauch dich nicht mal zu berühren, um zu merken, dass du total durcheinander bist. Ich glaub nicht, dass es mit Chase oder Tavia Fairchild zu tun hat. Ich glaube, es hat nicht einmal was mit Dragos zu tun. Der Krieger starrte Lucan jetzt eindringlicher an, als könnte er mitten in ihn hineinsehen. Stimmt was mit dir und Gabriel nicht? Lucan spürte, wie er abwehrend das Kinn hob und ihm ein kalter Funke durch die Adern schoss. Hat sie dir was gesagt? Oder ihr ließ? Scheiße, was hast du gehört, Teggen? Teggen schüttelte seinen lohfarbenen Kopf. Gar nichts? Aber ich hab Augen im Kopf. In letzter Zeit läuft sie herum, als hätte sie ein Loch im Herzen. Und du siehst aus, als würdest du gerade deinen besten Freund verlieren. Scheiße. Er wollte es leugnen, aber es hatte wenig Sinn. Teggen musste ihm gerade ansehen, dass er ins Schwarze getroffen hatte. Ich mach gerade alles kaputt. Als sie in mein Leben kam, wusste ich, dass sie jemanden verdiente, der ihr ein Leben bieten kann, das ihrer würdig ist. Ein sicheres, glückliches Leben. Nicht diese endlose Unruhe und Krieg. Teggen sah ihn mit schmalen Augen an. Gabrielle hat nie den Eindruck auf mich gemacht, als sei sie eine, die sich blind auf irgendwas einlässt. Wenn sie dich gewählt hat, dann wusste sie genau warum. Jeder unter diesem Dach weiß, dass es nichts gibt, was du nicht für sie tun würdest. Außer ihr einen Sohn zu schenken. Lucan spürte sich die Worte sagen, bevor er sie zurücknehmen konnte. So schwer es ihm auch fiel, es zuzugeben, er war froh, dass er seine Schuld endlich ausgesprochen hatte. Sie für sich zu behalten hatte nur dazu geführt, dass sie sich jede Sekunde tiefer in seine Seele hineinfraß. Das ist es, was sie von mir haben will, Teggen. Ein Kind. Und ich kann es ihr nicht geben. Nicht, wenn ich weiß, dass dieser Krieg mit Dragos ihr unseren Sohn womöglich wieder nehmen kann. Und nicht, solange ich keine Zukunft für ihn sehen kann, die nicht von Gewalt und Verderbtheit bestimmt ist. In diesen Zeiten darf man einfach keine unschuldigen Kinder in die Welt setzen. Teggen war sehr still geworden. Er musterte Lucan, schien sich etwas zu überlegen und schließlich zuckte er leicht mit den Schultern. Vielleicht ist es so, Lucan. Aber andererseits, vielleicht gab es nie bessere Zeiten dafür. Vielleicht brauchen wir alle jetzt ein wenig Hoffnung. Lucan starrte ihn sprachlos an und dann traf ihn die Erkenntnis wie ein Güterzug. Du und Elise? Bingo. Teggen kicherte los, erfüllt von einem verblüfften Staunen, wie Lucan es noch nie an dem Krieger gesehen hatte. Nicht in all den 500 Jahren, die sie sich kannten. Verdammt, Tee! Gratuliere! Er streckte die Hand aus und schlug seinem Freund auf die muskulöse Schulter. Dann zog er ihn in eine kurze, brüderliche Umarmung. Wie weit ist sie denn? Teggens Lächeln wurde noch breiter. Noch nicht weit. Erst seit ein paar Nächten. Lucan dachte an die letzte Halbmondphase zurück, die kurze Fruchtbarkeitsphase für Stammesgefährtinnen mit Blutsverbindung. Während er Gabriel weggestoßen hatte, hatten Teggen und Elise zusammen ein neues Leben erschaffen. Jetzt schämte sich Lucan dafür, dass seine Angst ihn davon abgehalten hatte, seine eigene Blutsverbindung mit Gabriel zu heiligen. Aber er konnte nicht leugnen, dass er sich für Teggen und seine geliebte Stammesgefährtin freute. Ein Kind des Stammes könnte sich keine besseren, liebevolleren Eltern wünschen als euch. Das ist mein Ernst, mein Freund. Ich freue mich wirklich für dich und Elise. Der Krieger nickte feierlich. Zu wissen, dass unser Sohn unterwegs ist, gibt mir nur umso mehr Grund, für eine bessere Welt zu kämpfen. Für die Söhne von uns allen, Lucan. Er wollte zustimmen, ihm sagen, dass er seine Hoffnung für die Zukunft teilte, die keiner von ihnen voraussehen konnte, aber er brachte kein Wort heraus. Teggen nickte. Er verstand. Von allen Kriegern kannte besonders er als Gründungsmitglied des Ordens das Grauen, das Lucan innerlich zerfraß. Teggen musste es selbst spüren, und doch hatte er die Kraft gefunden, seine Angst zu besiegen und diesen enormen Glaubensakt zu wagen. Lucan wollte glauben, dass auch er dazu fähig war. Aber das Grauen wollte ihn einfach nicht loslassen. Tavia war überhaupt nicht vorbereitet gewesen auf die familiäre Atmosphäre, die Chase und sie bei ihrer Ankunft im Hauptquartier des Ordens empfingen. Wegen der Waffen- und Kampfausrüstung ihrer Eskorte aus Boston hatte sie eine militärische Umgebung erwartet, sobald sie die Festung aus Naturstein und Fachwerk betrat, wo sie wohnten. Aber es fühlte sich mehr wie ein Zuhause an, als wie der Militärbunker, den sie sich vorgestellt hatte. Sie konnte sogar ein Feuer im offenen Kamin des großen Saals prasseln sehen, der an das Foyer angrenzte, und eine riesige Tanne geschmückt mit selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck, festlichen Schleifen und Popcorn-Gerlanden. Sie wusste nicht, was sie mehr verblüffte. Die heimelige Weihnachtsstimmung oder die Tatsache, dass sie mitten in einer Gruppe schwer bewaffneter Vampire und ihrer Stammesgefährten entstand und sich noch nie so willkommen und entspannt gefühlt hatte. Renata hatte sie den anderen kurz vorgestellt, während Nikolai und Hunter ein Auge auf Chase am anderen Ende des Foyers hatten. Voller Bewunderung betrachtete Tavia die wunderschönen Frauen, die mit einigen der Ordenskrieger zusammen waren. Dylan, mit den Sommersprossen und der feuerroten Mähne. Alex, eine athletische Blondine mit braunen Augen und einem offenen, freundlichen Lächeln. Die zierliche Corinne, die mit ihrem langen, rabenschwarzen Haar und dem zarten Gesicht zerbrechlich gewirkt hätte, wenn nicht die stählerne Entschlossenheit in ihren blaugrünen Augen gewesen wäre. Und Jenna, die normalsterbliche, von der Tavia schon auf der Fahrt hierher gehört hatte. Die hübsche Brünette war erst vor einem Augenblick ins Foyer gekommen, leicht auf den Arm ihres Gefährten Brock gestützt. Im dunklen Gesicht des riesigen Stammesvampirs stand unverkennbare Besorgnis, die allein ihr galt. »Wie ist es gelaufen?« fragte Renata die beiden, nachdem sie Tavia begrüßt hatten. »Hat der Traumspaziergang mit Claire etwas gebracht?« Jenna nickte eifrig. »Wir haben dieses Mal was Neues. Ich bin mir noch nicht sicher, was es zu bedeuten hat, aber Claire und ich haben alles dokumentiert. Und, so schrecklich es auch war, das alles wie meine eigenen Erinnerungen zu erleben, kann ich trotzdem nicht erwarten, wieder reinzugehen und noch mehr mitzubringen.« Neben ihr stieß Brock ein leises Knurren aus und murmelte etwas von sturen Weibern. Jenna schlang die Arme um ihn und sah in seine besorgten Augen auf. »Er macht sich Sorgen«, sagte sie zu Tavia und den anderen und lächelte ihm zu. »Lieb dich ihm«, flachste der riesige Krieger zurück, aber seine Stimme war so feierlich wie sein Blick. »Tavia, darf ich mal deine Glüphen anschauen?« Die abrupte Frage kam von Myra, einem Kind von etwa acht oder neun Jahren, das Tavia bei ihrer Ankunft als eine der ersten begrüßt und sie seither mit gebanter Faszination beobachtet hatte. »Mäuschen«, ermahnte Renata sie und schüttelte erbittert den Kopf. »Manieren, junge Dame!« »Tschuldigung«, das flachsblonde Mädchen stieß einen reuemütigen Seufzer aus. »Tavia, darf ich bitte deine Glüphen anschauen?« »Das habe ich nicht gemeint, Mäuschen.« Renatas Miene war so beschämt wie die jeder Mutter eines vorwitzigen Kindes, aber in ihrer Stimme klang auch Belustigung mit. »Sowas fragt man andere Leute nicht, und man starrt sie auch nicht an.« »Ist schon gut«, antwortete Tavia. »Das macht mir nichts aus.« Sie schob den Ärmel ihres Pullovers hoch und ließ das Kind das verschlungene Hautmuster sehen, das sich um ihren ganzen Arm zog. Es dauerte nicht lange und auch die anderen Kinder, zwei Jungen im Teenageralter, ein schlagsiger Rothaariger und ein anderer, dessen Kopf kahlgeschoren war bis auf die Glüphen bedeckte Kopfhaut und dessen Gesicht keinerlei Emotion zeigte, kamen zu ihnen herüber, um ebenfalls einen Blick darauf zu werfen. »Das sind echte Dermaglyphen«, sagte der erste Junge. Seine haselnussbraunen Augen blickten argwöhnisch unter seinem rötlichen Haar, das ihm in die Stirn hing. »Dann bist du also wirklich eine Stammesvampirin?« Tavia nickte. »Sieht so aus?« Myra verdrehte ihre feilchenblauen Augen. »Ich hab's dir doch gesagt, Kellen. Er hat's mir nicht geglaubt.« Der Junge warf ihr einen mürrischen Blick zu. »Ich wollte es eben mit eigenen Augen sehen.« »Du hast gesagt, du brauchst einen Beweis. So, als hättest du gedacht, ich will dich reinlegen.« Sie klang etwas verletzt. »Wieso glaubst du mir nie irgendwas?« Kellen fühlte sich sichtlich unbehaglich, so öffentlich angeklagt zu werden. Als er endlich antwortete, klang seine Stimme defensiv. »Alles Dummes, sich nur auf Hörnsagen zu verlassen.« »Sogar bei deinen Freunden?« Er antwortete nicht. Und während ihre Auseinandersetzung zu einer stummen Patz-Situation wurde, kam der andere Junge, der immer noch Tavias Glüfen musterte, näher. Er schob seinen eigenen Armel hoch und entfüllte ein ähnliches Muster auf seinem schmalen, aber muskulösen Unterarm. Sein Name war Nathan, und außer, dass man ihn ihr als Corinnes Sohn vorgestellt hatte, war er der unergründliche Teenager in Rätsel. Tavia sah zu, wie seine Augen mit den langen Wimpern ihrer Hautmuster in sich aufnahmen, sie eine nach der anderen katalogisierten. Er wirkte ernst und seltsam distanziert, viel älter als er war und überhaupt anders als jeder Junge, den sie je gesehen hatte. Als er mit schiefgelegtem Kopf zu ihr aufsah, durchdrangen sie seine blaugrünen Augen mit der kühlen Leidenschaftslosigkeit einer Klinge. »Du bist kein eins. Ein Dragos Labor geboren.« Sie nickte. »Ich auch.« Sofort spürte Tavia ein Zusammengehörigkeitsgefühl und den absurden Drang, das Kind zu umarmen, das wie sie ein Opfer von Dragos Machenschaften gewesen war. Sie wollte sich mit Nathan unterhalten, ihn über seine Erfahrungen mit dem Monster befragen, das sie beide erschaffen hatte. Aber sein Blick nahm einen gehetzten Ausdruck an, und er schlug die Augen nieder. Als er wieder zu ihr aufsah, war sein Blick erneut völlig ausdruckslos. Im selben Augenblick kamen Tagen und ein anderer Krieger aus einem Raum am Ende des Korridors und traten in die Versammlung im Foyer. Der dunkelhaarige Mann neben Tagen forderte durch seine bluse Präsenz, Aufmerksamkeit und Respekt, und noch bevor Tagen ihn ihr vorgestellt hatte, bestand kein Zweifel daran, dass es sich um den Anführer des Ordens handelte. »Luken, das ist Tavia Fairchild.« Sie nahm die riesige Hand des Kriegers, und Lukens kluge, graue Augen musterten sie eingehend, als er ihr mit schwieligen Fingern fest die Hand drückte. »Matthias Rowan hat uns die wichtigsten Informationen gegeben, aber Sie werden verstehen, dass wir Fragen an Sie haben, jetzt, wo Sie hier sind.« »Natürlich«, antwortete sie. »Ich werde helfen, wo ich kann. Ich habe selbst so viele Fragen.« Er nickte grimmig und ließ ihre Hand los. »Vorerst bleiben Sie hier, unter dem Schutz des Ordens. Das bedeutet, dass Sie dieses Grundstück nicht verlassen und ohne meine ausdrückliche Erlaubnis mit niemandem außerhalb dieser Mauern Kontakt aufnehmen.« »Okay«, es klang schon sehr nach Gefangenschaft, aber sie konnte das Angebot nicht ablehnen, wo sie so wenige andere Möglichkeiten hatte. Außerdem hatte sie den ersten Teil ihres Lebens in einer Art Gefängnis zugebracht. Jetzt kannte sie wenigstens die Wahrheit. Und sie hatte Chase. Sie spürte ihn in ihrer Nähe. Seine Präsenz hinter ihr war warm und tröstlich, obwohl er Anspannung ausstrahlte wie ein Hochofen. Luken warf ihm über die Schulter einen abschätzenden Blick zu. »Leider sind die Verhältnisse hier recht beengt. Wir haben nur noch ein einziges freies Zimmer.« »Ich brauche es nicht«, trotz seines lässigen Schulterzuckens klang Chase düster und abwehrend. »Ihr habt doch sicher schon irgendwo eine abschließbare Zelle für mich vorbereitet.« »Das hängt von dir ab, Harbert.« »Und wir können das alles später klären.« Beim Klang der angenehmen Frauenstimme hinter ihnen im Foyer drehten sich alle Köpfe nach ihr um. Tavia sah die Schönheit mit den kastanienbraunen Haaren an, deren gefühlvolle braune Augen nur auf Luken gerichtet waren. Das war seine Gefährtin. Tavia spürte die knisternde Energie, die das Paar verbannt. »Du musst Tavia sein«, sagte sie und ging mit einem freundlichen Lächeln auf sie zu. »Ich bin Gabriel.« »Hallo?« Gabriel ging zu Luken hinüber und schlang ihre Finger durch seine. »Tess und Dante warten schon mit den anderen drüben in der Kapelle. Kommt ihr?« Luken senkte den Kopf und fuhr ihr mit dem Handrücken zart über die Wange. Nur eine einfache Geste, und doch lag dabei so viel Hingabe in seinen Augen, dass es Tavia den Atem nahm. »Alles, was du willst, meine Liebste. Es ist mein Ernst. Wie du gesagt hast, den Rest können wir später klären.« Sie starrte lange zu ihm auf. Eine unausgesprochene Frage hängt zwischen ihnen in der Luft. Dann breitete sich auf ihrem Gesicht ein sanftes Lächeln aus, warm und freudig und nur für ihn allein bestimmt. Als sie sich wortlos umarmten, kam Myra zu Tavia herüber und nahm sie an der Hand. »Komm mit, du musst das Baby sehen.« »Das Baby?« Tavia sah sich zu den anderen Frauen nach einer Erklärung um. »Tess und Dantes neugeborenen Sohn, Xander Raphael,« antwortete Renate. »Er ist jetzt eine knappe Woche alt und wird heute Nacht offiziell seinen Paten vorgestellt. Das ist eine Stammestradition.« »Du kannst gerne dabei sein,« sagte Gabriel. »Aber du bist sicher sehr erschöpft, also wenn du dich lieber etwas ausruhen möchtest?« »Aber gar nicht.« Erstaunlicherweise war sie alles andere als müde, trotz allem, was sie in der letzten Zeit durchgemacht hatte. Ihr Körper fühlte sich stärker und lebendiger an denn je, was sie zweifellos ihren außerirdischen Genen zu verdanken hatte, und weil sie die Tabletten nicht mehr nahm, die diesen Teil von ihr unterdrückt hatten. Sie musste zugeben, dass sie sehr neugierig auf diese neue Seite ihres Selbst war, ebenso wie auf die Rituale dieser seltsamen neuen Welt, in die sie da so plötzlich eingetaucht war. »Wenn du denkst, dass es niemandem etwas ausmacht, dass ich da bin, würde ich sehr gerne dabei sein.« »Na, dann gehen wir doch endlich!« Myra zog sie eifrig an der Hand und führte die Gruppe an. Trotz Taviers eigenen Interesses an diesen Leuten und trotz des freundlichen Empfangs, den sie ihr bereitet hatten, fiel ihr auf, dass Chase zurückblieb. Tatsächlich fühlte er sich jetzt definitiv unwohler als noch auf der Fahrt in den Norden. Sie spürte sein Unbehagen in ihren Adern. Es prickelte wie winzige Nadelstiche unter ihrer eigenen Haut. Sie blieb stehen und sah sich zu ihm um, wartete darauf, dass er sich ihnen anschloss. Sie konnte ihn nicht alleine hier lassen, wo die anderen alle in den anderen Raum hinübergingen, selbst wenn es offenbar genau das war, was er von ihr wollte. Als er endlich auf sie zuging, tat er es mit dem langsamen Schritt eines Mannes, der auf dem Weg zu seiner eigenen Hinrichtung war. Das war der allerletzte Ort auf der Welt, wo er gerade sein wollte. Das allerletzte, was er tun wollte, war, herumzustehen wie der Eindringling, der er war, und zuzusehen, wie Dante und Tess ihren Sohn seinem Paten Gideon präsentierten. Nicht, dass Chase ihn diese Wahl übel nahm. Das war das Richtige für ihr Kind. Das Beste, was sie tun konnten. Sollte Xanders Eltern etwas zustoßen, bevor er volljährig war, wäre für den jungen Stammesvampir gesorgt. Gideon und Savannah würden ihm all die Liebe und Fürsorge geben, die er brauchte. Dante war wahnsinnig gewesen, zu denken, dass Chase dieser Rolle jemals gerecht werden konnte. Nur gut, dass Chase ihm und Tess bewiesen hatte, was für ein ungeeigneter Kandidat er war, noch bevor ihr Kind seinen ersten Atemzug getan hatte. Und jetzt würde er sich im Hintergrund halten und versuchen, sich unbeteiligt zu fühlen, nur Erleichterung darüber zu spüren, dass diese Ehre Gideon übertragen wurde statt ihm. Aber zu dumm, dass auch Tavia dabei sein würde. Sie kannte die Tradition oder die Bedeutung des Rituals nicht, wusste auch nicht, wie viele Pannen und Versäumnisse Chase sich geleistet hatte, um das Privileg zu verlieren, zum Vormund des Babys ernannt zu werden. Aber als sie jetzt alle die festlich geschmückte Kapelle betraten und sich in die hölzernen Bank reinsetzten, wusste er, dass sie seine Scham spüren konnte. Und das war schlimm genug. Dachte er zumindest, bis Tavia auf der anderen Seite des kerzenerleuchteten Raumes Elise erblickte. Sie zeigte ihre Überraschung nicht, aber er spürte, wie sie neben ihm erstarrte, als sie die Frau ansah, die einst zu seiner engsten Familie gehört hatte. Zur größten Schande seines Lebens. Elise stand mit Gideon und Savannah und Dante, Tess und dem Baby im vorderen Teil der Kapelle. Sie hatte ihnen mit den Seidenbahnen geholfen, die in der Zeremonie verwendet wurden. Aber als ihre blassvioletten Augen Chase und Tavia erblickten, flüsterte sie den wartenden Paaren etwas zu und kam zu ihnen herüber. Auf halber Strecke hielt Tagan sie auf, legte schützend den Arm um sie und begleitete sie zu ihnen. Seine Miene war vorsichtig und wachsam. Ein Mann, der bereit war, notfalls selbst in diesen heiligen Räumen Blut zu vergießen, um seine Gefährtin vor Gefahren zu schützen. Und was Chase anging, war das auch kein Wunder. Chase konnte immer noch Elises Ohrfeige spüren, die sie ihm bei ihrer letzten Begegnung gegeben hatte. Ein Schlag, den er mehr als verdient hatte, dafür, was er kurz vor seiner Trennung vom Orden zu ihr gesagt hatte. Aber das hier war etwas anderes. Er sah zu, wie das blutsverbundene Paar auf sie zukam. Elise madonnenhaft strahlend, Tagan finster und besitzergreifend. Und plötzlich wusste er es. Sie war schwanger. Es hätte ihn schwerer treffen sollen. Vielleicht hätte es das auch, wenn Tavion nicht neben ihm gestanden und ihn ruhig und ohne ihn zu verurteilen beobachtet hätte, als das Paar sich ihnen näherte. Sie war still und heiter. Ruhige Gewässer, wo er sich so daran gewöhnt hatte, alleine auf hoher See unterwegs zu sein. »Sterling«, flüsterte Elise und blieb vor ihm stehen. Sie machte Anstalten, die Hand nach ihm auszustrecken, dann schien sie es sich anders zu überlegen und faltete die Hände. »Ich bin so froh, dass du in Ordnung bist, so wie du uns damals in Boston verlassen hast. Wir alle hatten schon das Schlimmste befürchtet.« »Tut mir leid«, murmelte er, »das war nicht meine Absicht.« »Nein«, sagte sie, »deine Absicht war, uns zu retten, und das hast du getan. Was du für uns alle getan hast, war...« »Ehrenhaft«, beendete Tegan den Satz für sie. »Und ein verdammtes Selbstmordkommando, aber das ist nicht der Punkt.« Chase zuckte unbestimmt mit den Schultern, tat ihre Dankbarkeit ab. Durch eine einzige noble Geste konnte er nicht alles zurückbekommen, was er fortgeworfen hatte, egal wie sehr er sich plötzlich wünschte, dass es so wäre. Es würde Zeit brauchen, sich seinen Brüdern wieder ganz zu beweisen. Zeit, die er vermutlich nicht hatte, so heftig, wie sein Hunger an ihm nagte. Seine Hände an seinen Seiten zuckten unruhig, seine Adern begannen zu summen, und plötzlich hatte er den starken Drang, aus diesem Anwesen auszubrechen und in die Nacht zu verschwinden. Als der dunkle Impuls in ihm immer stärker wurde, spürte er, wie Taviers Finger leicht gegen seine Strichen. Sie wusste, was er empfand, und ihre Hand, die sie ihm anbot, war genau der Rettungsanker, den er brauchte. Ihre Finger verschlangen sich, er räusperte sich und stellte die Frauen einander vor. »Tavia Fairchild, das ist Tagans Gefährtin, Elise.« »Ich bin auch Stirlings Ex-Schwägerin,« sagte sie und lächelte mit echter Freundlichkeit. »Ja, ich weiß,« antwortete Tavia. »Schön, dich kennenzulernen.« »Ganz meinerseits.« Elies Blick wanderte zu ihren verschlungenen Händen, und ihre Augen leuchteten auf. »Vielleicht kann ich euch nach der Zeremonie das Haus und das Grundstück zeigen.« Tavia lächelte. »Gerne, das wäre nett.« »Ich muss jetzt zurück und mich setzen, wir fangen gleich an.« Als sie und Tegan sich abwenden wollten, streckte Chase die Hand aus und nahm Elise leicht am Arm. »Warte.« Sofort stieß Tegan ein tiefes Knurren aus und in seinen Augen blitzten bernsteinfarbene Funken auf. Chase ließ sie los und entschuldigte sich hastig. »Ich wollte nur gratulieren, ich beiden, zum Baby.« »Ich freu mich für euch.« Elise strahlte zu Tegan auf, dann sah sie Chase voller Freude an. »Danke. Das bedeutet mir sehr viel, Starling. Uns beiden.« Tegan stieß einen grunzlaut aus, nahm Chases ausgestreckte Hand und drückte sie fest. Er ließ sie nicht leicht los, las durch die Berührung, ob Chase seine Worte wirklich aufrichtig meinte. Chase wich nicht vor der übersinnlichen Prüfung zurück. Er hatte wirklich nichts zu verbergen. Tegan nickte, dann zog er die Hand weg und schlug Chase auf die Schulter. »Schön, dich wiederzuhaben, Herbert.« Die beiden gingen davon und nahmen ihre Plätze im vorderen Teil der kleinen Kapelle ein. Chase sah sich zu Tavia um. »Sie und Tegan sind seit etwas über einem Jahr zusammen. Ich hätte dir sagen sollen, dass sie jetzt auch zum Orgen gehört.« »Ist schon okay. Ich war überrascht, sie zu sehen, aber es ist schon okay.« Sie hielt seinen Blick und in ihren Augen sah er keine Eifersucht oder Wut, sondern nur ehrliches Mitgefühl. »Was ist mit dir? Ist es okay für dich? Dass Elise hier ist und mit einem deiner Freunde zusammen?« Er nickte und strich mit dem Daumenballen über Tavias Handrücken, ihre Finger immer noch miteinander verschlungen. »Sie ist glücklich mit ihm. Und er mit ihr.« Einen Augenblick lang stellte er sich selbst so glücklich vor wie Tegan mit Elise. Bisher hatte er sich das nie gewünscht, aber jetzt, mit Tavias Hand in seiner, malte er sich plötzlich aus, was ihm die Zukunft mit ihr als seiner blutsverbundenen Stammesgefährtin bringen konnte. Unmögliche Träume. Jede Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft mit Tavia wäre schlagartig zu Ende, sobald er zum ersten Mal seinem Durst nachgab. Er sagte sich, dass es ihm nichts ausmachte, als die Zeremonie begann und er und Tavia sich in die letzte Bankreihe setzten. Während Gabriel vorne im Raum das Baby hielt, zündeten Elise und die anderen Stammesgefährtenen acht weiße Kerzen an, die in einem großen Kreis um Dante und Tess, Gideon und Savannah aufgestellt waren. Ein unendlicher Ring, der sie in diesem Augenblick verbannt. Niemand von ihnen trug bei dieser Zeremonie übliche weiße Kapuzentunika. Vermutlich war bei der Evakuierung aus Boston keine Zeit mehr gewesen, alles Nötige mitzunehmen. Aber sie hatten die acht schmalen weißen Seidenbahnen, und als die Kerzen um sie herum entzündet wurden, flochten Dante, Tess, Gideon und Savannah sie zu einer Wiege zusammen, die sie zwischen sich hielten. Eine symbolische Verbindung zwischen Eltern und Paten. Lucan stand vorne in der Mitte und übernahm nüchtern seine Rolle als Zeremonienmeister. Wer bringt heute Nacht dieses Kind in unsere Mitte? Wir, antworteten Dante und Tess unisono. Er ist unser Sohn, Xander Raphael. Auf Lukens Nicken trug Gabriel den nackten Säugling zu seinen Eltern hinüber und legte ihn seiner Mutter in die Arme. Während Dante ein Ende der geschlochtenen Wiege und Gideon und Savannah das andere hielten, hob Tess Xander hoch und zeigte ihn der Versammlung. Chase spürte, wie Tavia neben ihm den Atem anhielt und in ehrfürchtigem Schweigen beobachtete, wie die Zeremonie ihren Gang nahm. »Dies ist unser Kind«, rezitierten Tess und Dante zusammen. »Mit unserer Liebe haben wir ihn auf die Welt gebracht, mit unserem Blut und unserem Leben nähren und beschützen wir ihn vor allem unbill. Er ist unsere Freude und unsere Hoffnung, perfekter Ausdruck unseres ewigen Bundes, und es ist uns eine Ehre, ihn euch, unserer Familie, zu präsentieren.« »Ihr tut uns Ehre an«, kam die rituelle Antwort der versammelten Gemeinde. Selbst Chase ertappte sich dabei, wie er sie murmelte. Er hatte unzählige solcher Rituale in den dunklen Häfen mitgemacht. Geburten, Todesfälle und Blutsverbindungen. Aber bei den Kriegern waren Zeremonien selten. Und besonders diese, die Präsentation eines Babys im Hauptquartier, war noch nie vorgekommen. Was den Augenblick sogar noch feierlicher machte, als Tess ihr Kind in Lukens Arme legte und dann wieder ihren Platz neben Dante einnahm. Lukens tiefe Stimme dröhnte wie die eines Predigers, als er sich Gideon und Savannah zuwandte. »Wer gelobt, dieses Kind zu beschützen mit Blut und Leben bis zum letzten Atemzug, sollte die Pflicht es erfordern?« »Wir«, antwortete das Paar gemeinsam, und Chase, der es stumm mitgesprochen hatte, schluckte bitter. Er sah, wie Dantes Blick ihn in der Menge fand und zwang sich, ihm zuzunicken, zum Zeichen, dass er die Entscheidung ehrlich akzeptierte, die sein Freund im besten Interesse seines Sohnes getroffen hatte. Wie berechtigt diese Entscheidung gewesen war, erkannte Chase noch deutlicher im nächsten Augenblick, als Lucan Xander in die geflochtene Wiege legte und Gideon zum letzten Schritt des Rituals kam. Er hob das Handgelenk an den Mund und schlug die Fänge hinein, dann drehte er sich um und tat dasselbe mit Savannas Handgelenk. Chase hatte gewusst, dass es kam, aber sobald der Geruch von frischem Blut den Raum erfüllte, wurde sein Körper von einem heftigen Zittern erfasst. Er kämpfte dagegen an, aber sein Hunger war gnadenlos. Seine Fänge schossen aus dem Zahnfleisch und füllten seinen Mund aus. »Chase«, flüsterte Tavia leise neben ihm, »bist du okay?« Sie hob die Hand und berührte seine Wange. Ihr hübsches Gesicht sah im gelben Lichtschein seiner transformierten Augen besorgt aus. Vorne in der Kapelle hielten Gideon und Savannah jetzt ihre Handgelenke über Xander. Blutstropfen regneten auf seine nackte Haut hinunter und bekräftigten ihren Schwur. Zu seinem Schutz notfalls ihr Leben zu opfern. Chase konnte nicht bleiben, nicht ohne die Kontrolle zu verlieren und die ganze Zeremonie zu ruinieren. Voller Selbsthass glitt Chase aus der Bank und schlüpfte aus der Kapelle, so leise er nur konnte. Er stolperte den Korridor hinauf zum großen Saal und durch die Glastür auf die Terrasse hinaus. Dann sprang er mit einem mächtigen Satz hinunter und rannte in den tiefen, dunklen Wald hinaus. Bis er die kalte Nachtluft einatmete, war ihm schlecht vor Hunger. Sein Atem ging heftig, sein Magen fühlte sich an, als wäre er in Fetzen zerrissen. Er ließ sich im Schnee auf alle Viere fallen und atmete keuchend ein und aus. Chase? Ach, verdammt, Tavia! Sie war ihm nach draußen gefolgt. Es brachte ihn um, dass sie ihn so sah, schwach und würgend wie der Junkie, der er war. Er würde sich nie verzeihen, wenn er ihr jetzt etwas antat. »Geh weg von mir, Tavia! Geh einfach wieder rein!« »Was ist los mit dir?« »Rede mit mir, Chase!« »Du musst gehen, Tavia, sofort!« Er zog zusammen, als sie sich bückte und seinen gekrümmten Rücken berührte, und fauchte sie wütend an. »Verdammt noch mal, ich sagte, bleib weg von mir!« Sie blieb abrupt stehen, aber in ihren Augen war keine Angst, kein Mitleid oder Abscheu, nur Besorgnis. »Du brauchst Hilfe. Ich gehe rein und hole jemanden.« »Bitte nicht! Nicht sie!« Seine Stimme war ein heiseres Keuchen, rau und verzweifelt. Er schüttelte den Kopf und sah elend zu ihr auf, wusste, wie er jetzt auf sie wirken musste. So schwach, so vermindert, erbärmlich. Jetzt hatte er keine Schatten mehr, um sich zu verstecken, keine Angeberei oder Wut, um zu verbergen, was aus ihm geworden war. Er stöhnte, ob wegen seines quälenden Dursts oder des ganzen Ausmaßes seiner Demütigung, wusste er selbst nicht genau. »Ich will nicht, dass man mich so sieht.« Nicht einmal sie. Schon gar nicht sie, aber Tavia ging nicht weg. Nein, sie kniete sich neben ihn in den Schnee und streichelte ihm sanft über den Rücken. Durch sein kurzes, schweißnasses Haar. »Ich kann deinen Hunger spüren. Und deinen Schmerz. Du zitterst, Chase. Mein Gott, du bist am Verhungern. Wenn du Blut brauchst, nimm es dir.« »Nein«, wirkte er, sogar als bei dem Gedanken seine Fänge weiter aus dem Zahnfleisch schossen. Seine Kehle war völlig ausgedörrt, der Blutdurst tobte. Seine fiebrigen Augen fielen auf ihren Puls an ihrem Halsansatz. Sein Hunger flammte auf, heftig und fordernd. »Bitte, Tavia, bitte geh wieder rein, bevor ich...« »Bevor du von mir trinkst?« Sie sah ihn unverwandt und ohne Angst an. »Das ist okay, Chase. Ich bin für dich da. Ich lasse dich.« »Nein«, er zischt einen heftigen Fluch und drehte den Kopf von ihrer zarten, verlockenden Kehle weg. »Nein, nie mit dir.« »Weil du dich nicht an mich binden willst.« Diese ruhige Bemerkung war so weit von der Wahrheit entfernt, dass er sie wieder mit seinen glühenden Augen ansah. »Weil ich, sobald ich auch nur einen Schluck von dir nehme, wahrscheinlich nicht mehr aufhören kann. Auch du kannst mir nicht trauen.« Seine Stimme war nur noch ein Knurren, animalisch und wild. »Ich bin krank, Tavia. Dieses Ding hat mich schon so lange in den Krallen, und ich weiß nicht, wie lange ich noch dagegen ankämpfen kann.« Sie starrte ihn an, musterte das Elend, das ihm ins Gesicht geschrieben stand, und wütend in seinen Dermaglyphen pulsierte. Sie wurde blass, als sie endlich verstand. »Du redest von Blutgehr.« »Das ist dieser schreckliche Schmerz, den ich die ganze Zeit in deinen Adern spüre.« »Es ist deine Sucht.« Es hatte keinen Sinn, es zu leugnen. Sie war die einzige Person, vor der er sich nicht verstecken konnte, die Person, deren Ablehnung ihn am schwersten treffen würde. Er stöhnte, als ein weiterer heftiger Krampf ihn erfasste. Am ganzen Körper brach ihm der Schweiß aus und perlte auf seiner Stirn, kalt und feucht in der kalten Winterluft. Als der Anfall am schlimmsten war, waren es Tavias sanfte Hände, die ihn aus seinem Schmerz holten. Sie setzte sich neben ihn auf den gefrorenen Boden und streichelte sanft sein Gesicht, mutig trotz seines Zustandes. »Wann hat das angefangen, Chase? Wie lange kämpfst du schon dagegen an?« Ihre Berührung gab ihm Kraft, holte die Worte aus seiner ausgedorrten Kehle wie ein Balsam, der das Gift aus seiner Wunde zog. »Sechs Jahre«, gab er heiser zu, »jetzt kam alles heraus, die ganze bittere Wahrheit.« »Seit der Nacht, in der mein Bruder starb, ich habe es vor allem verheimlicht.« Sie fuhr mit ihren tröstenden Fingern über seinen angespannten Kiefer. »Was ist in dieser Nacht passiert?« »Ich wusste, dass du etwas verheimlichst, als du mir das erste Mal von Quentons Tod erzählt hast. »Du hast gesagt, du kannst dich an nichts mehr erinnern, aber das stimmt nicht. Du erinnerst dich an alles, nicht?« Er nickte, ganz elend von dem, was er damals getan hatte, und doch konnte er es ihr gegenüber nicht länger leugnen. Er erinnerte sich an jede Sekunde dieser blutigen Stunden vor und nach Quents Tod. An jeden einzelnen der Rogues, die er abgeschlachtet hatte, um seinen gefallenen Bruder zu rächen. Und er erinnerte sich auch an die Schande danach, als seine Schuldgefühle ihn dazu getrieben hatten, sogar noch tiefer zu sinken. »Ich war derjenige, der den Rogue hereingebracht hat, der meinen Bruder getötet hat. Der Bastard hatte vor einer Bar der Goth-Szene in Cambridge zwei Menschen ausgesaugt. Ich hätte ihn auf der Stelle einäschern sollen, aber das war gegen die Agenturrichtlinien.« Er schnaubte verächtlich, spülte seine Wut immer noch wie Säure auf der Zunge. »Also habe ich ihn eingeliefert, und Quent hat ihn für Verhöre und die Krankenaufnahme weggesperrt.« Er war nur ein paar Minuten alleine mit dem verdammten Junkie im Raum. Bis Quent den Alarm auslösen konnte, verblutete er schon aus einer klaffenden Wunde in seinem Hals. »Oh, Jace!« Tavias Stimme war ein Flüstern in der kalten nächtlichen Brise, voll desselben Schocks, derselben Qual, wie er selbst sie bei der Erinnerung an diesen schrecklichen Augenblick empfand. »Ich hatte den Rogue nach Waffen durchsucht, als ich ihn eingeliefert habe, aber irgendwie hat er eine behelfsmäßige Klinge an mir vorbeigeschmuggelt. »Ich bin schuld am Tod meines Bruders.« Er stieß einen Fluch aus. »Genauso gut hätte ich ihn mit eigenen Händen erstechen können.« »Nein«, sagte Tavia und schüttelte den Kopf, als sie ihn streichelte. »Gott nein, du kannst dir keine Schuld geben.« »Wirklich?« Seine Stimme war monoton, so kalt wie die Nacht. »Weißt du, wie oft ich mich gefragt habe, wie es gewesen wäre, nicht immer in Quents Schatten leben zu müssen? Verdammt, es gab Zeiten, wo ich mir das sogar gewünscht habe, Tavia.« Sie starrte ihn an, jetzt zweifellos schockiert. Ihre Finger lösten sich von ihm. Sie keuchte auf und ihre Atemwolke, die sich in der Kälte bildete, wehte in die Dunkelheit davon. »Du hast ihn nicht getötet, Chase. Jeder macht Fehler.« »Keiner von Orgos Chases Söhnen«, antwortete er, bitter vor Selbsthass. Er erinnerte sich an das Gemunkel direkt nach Quentons Tod. Elises Entsetzen war am schlimmsten zu ertragen gewesen. Ihre Fragen und ihre Verwirrung, als sie ins Hauptquartier der Agentur kamen, um ihren toten Gefährten zu sehen, klangen ihm immer noch im Kopf. »Wie konnte das passieren, Sterling? Wer hat den Rogue hereingebracht? Wer war verantwortlich dafür, ihn nach Waffen zu durchsuchen? Sterling, bitte sag mir, dass Quenton nicht tot ist.« Ich wollte es irgendwie wieder gut machen, aber ich konnte nichts tun. Nicht einmal den Rogue zu töten, der meinen Bruder abgeschlachtet hat, hat etwas genützt. Er fluchte rau und fuhr sich mit der Hand über sein schmerzendes Gesicht. Sein Hunger hatte ihn immer noch in seinen Klauen, aber als er die kalte Winterluft in seine Lungen sog, begann das Brennen, etwas abzuklingen. Ich ging zurück zu dem Goth-Club, wo ich den Rogue verhaftet hatte. Da draußen hing noch ein anderer rum, lauerte auf Beute. Ich habe mich ein bisschen abreagiert, und dann habe ich ihn gezwungen, mir zu sagen, wo sein Nest war. Eine Gruppe Rogues hatte ein Lagerhaus am Charles River besetzt. Ich habe sie alle brutal umgebracht. Es war das reinste Blutbad. Und dann konnte ich plötzlich nicht mehr aufhören. Es war wie ein Rausch. Bis zum Morgengrauen hatte ich meinen ersten Menschen getötet und hatte einen rasenden Durst, den ich kaum noch kontrollieren konnte. Und seither kämpfe ich gegen ihn an. »Blutgehr«, murmelte sie leise. Er nickte. Ganz kurz davor. »Es gibt bei der Krankheit einen Punkt ohne Wiederkehr, den ich noch nicht erreicht habe. Wenn ich diese Grenze überschreite und zum Rogue mutiere, bin ich verloren.« »So wie der Sohn von Quentin und Elise?« fragte sie und runzelte die Stirn. »Du hast mir erzählt, was mit ihm passiert ist, bevor du...« »Bevor ich ihn erschossen habe«, sagte er bitter. »Ja, aber bei Camden war es anders. Er hatte eine neue Clubdroge genommen, die letztes Jahr in Boston die Runde machte. Sie hieß Crimson. Das war starker Stoff. Eine Designerdroge extra für den Stamm. Eine winzige Kostprobe von diesem roten Pulver. »Geschnupft oder geleckt, und du hast alles gefickt, zusammengeschlagen oder gebissen, was nicht bei drei auf den Bäumen war.« »Mein Gott«, keuchte Tavia. »Das klingt furchtbar.« Chase grunzte. »Nicht, wenn du ein junger Mann bist, der sich in den dunklen Häfen zu Tode langweilt. Sie haben das Zeug eingeworfen wie Smarties, und für einige von ihnen war das die Überholspur zu Blutgier. Cam war einer von ihnen.« »Das tut mir leid.« Er zuckte mit den Schultern. »Mir auch.« »Der Orden und ich haben das Labor des Dealers gestürmt und die ganze Produktion zerstört.« »Oder jedenfalls fast alles.« »Eine Dosis habe ich für mich behalten.« »Eine letzte Dosis.« »Genug, um einen umzubringen.« »Das silberne Röhrchen, das ich in Boston in deinem Schreibtisch gefunden habe,« murmelte Tavia. »Warum wolltest du so etwas behalten?« Er brauchte nicht zu antworten. Sie verstand seinen Grund auch so. Diese Dosis Crimson war sein Fluchtplan. Seine silberne Kugel, falls die Blutgier ihn endgültig packte. Und die Frage war immer weniger, ob, sondern nur noch, wann es soweit war. Er stieß einen Raumfluch aus. Weggehen, das war es, was er tun sollte. Wie er es bisher jedes Mal getan hatte, wenn seine Probleme zu real, zu übermächtig wurden. Und jetzt war da ein Teil von ihm, der nichts lieber wollte, als in die Nacht zu verschwinden und nie mehr zurückzuschauen. Nur wegrennen, bis die Sonne kam und all seine Probleme, all sein verdammenswertes Versagen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verzehrte. Das wäre die einfache Variante gewesen. Die schwere Variante war, hier sitzen zu bleiben und die heftigen Krämpfe durchzustehen, die seinen Körper schüttelten. Die schwere Variante war, seine Schwäche und seine hässlichsten Sünden bloßzulegen, dabei in Tavias sanfte Augen zu sehen und auf den Augenblick zu warten, wenn ihre Besorgnis zu berechtigter Verachtung mutierte. Oder noch schlimmer, Mitleid. Aber Tavias Augen ließen ihn nicht los. Diese klaren, ruhigen, hellgrünen Augen hielten ihn in der Dunkelheit wie eine Liebkusung. Als er sie jetzt ansah, erkannte er, dass das wilde Glühen seiner Augen aufgehört hatte. Ihr Gesicht war nicht mehr in ihren bernsteinfarbenen Schein getaucht. Sogar das hungrige Pulsieren seiner Fänge hatte nachgelassen, seit er allein mit ihr hier draußen war. »Du hast den Kampf noch nicht verloren, Chase«, sagte sie zu ihm. »Gibt es nichts, was du tun kannst, um wieder gesund zu werden? Vielleicht kann ich dir dabei helfen mit etwas Zeit. Das würde ich gerne versuchen, wenn er mich lässt.« Er starrte sie an, geplättet von dem ehrlichen Mitgefühl, von der Tiefe des Gefühls, das er kaum erfassen könnte, das aus ihrem schönen Gesicht strahlte. Er konnte nicht widerstehen, die Hand auszustrecken und ihr die Wange zu streicheln. »Wie kannst du so liebevoll sein nach allem, was du gerade gehört hast? Wo ich dir das Leben zur Hölle mache, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe.« »Du hast mein Leben nicht zur Hölle gemacht. Das war Dragos.« Ihre Hände waren warm und tröstlich an seinem Gesicht, als sie ihn an sich zog und ihm einen kurzen Kuss auf die Lippen drückte. »Du hast mir die Wahrheit gesagt, Chase. Von Anfang an. Du hast mir die Augen geöffnet. Mir gefällt vielleicht nicht alles, was ich sehe, aber es ist real und ehrlich und endlich fühle ich mich wirklich lebendig. Das alles hast du mir gegeben.« Er fluchte leise und fragte sich, wie er nur hatte zulassen können, dass diese Frau ihm so unter die Haut ging. Und noch schlimmer, irgendwie war sie auch in sein Herz gekommen, in sein Blut. Welche Ironie des Schicksals es doch war, dass er sie ausgerechnet jetzt gefunden hatte, wo das Letzte, was er verdiente, eine so außergewöhnliche Frau wie Tavia Fairchild war. Ob er sie verdiente oder nicht, Chase schlang ihr die Hand um den Nacken, zog sie an sich und küsste sie. Sie schmeckte so süß, fühlte sich so gut und warm an, als sie sich an ihn schmiegte und die Lippen öffnete, um seine Zunge einzulassen. Er hätte sie die ganze Nacht lang küssen können. Das hätte er wohl auch getan, wenn nicht plötzlich die Kinder aus dem Haus gerannt wären, um sich mit großem Hallo in den Schnee zu stürzen. Chase blickte sich um und sah, wie Myra, Callan und Nathan mit den beiden Hunden des Hauptquartiers, Alexandras majestätischer grau-weißer Wolfshündin aus Alaska und einem rauflustigen braunen Terrier-Mischling, der Dante und Tess gehörte, von der Terrasse in den tannengesäumten Hof sprangen. Die Kinder rannten direkt an ihnen vorbei, blieben kaum stehen, um Chase und Tavia zu bemerken, die eng umschlungen da saßen. Callan bückte sich, packte eine Handvoll Schnee und formte einen Schneeball. Er warf ihn auf Myra und verfehlte sie nur um Zentimeter, als sie nach rechts auswich und sich mit einem eigenen Wurfgeschoss revanchierte. Sie erwischte den Teenager voll auf der Brust. Echter Profi, rief Chase ihr zu, was ihm ein breites Grinsen von der winzigen, blonden Göre einbrachte. Mehr Salven wurden zwischen Myra und den beiden Jungen ausgetauscht, bis plötzlich Chase und Tavia sich von drei Seiten unter Beschuss fanden. Sie sprangen auf und Tavia lachte, als Chase hastig versuchte, sie hinter einer dicken Tanne in Sicherheit zu bringen. Einer von Nathans Schneebellen traf ihn am Hinterkopf und eisige Schneekristalle rieselten ihm über den Nacken und in seinen Hemdkragen. Das bedeutet Krieg, rief Chase, packte eine Handvoll Schnee und warf einen Schneeball auf die Kinder und die Hunde, die bellend um sie herumsprangen. Tavias Kichern war das Wunderbarste, was er je gehört hatte. Mit gespielter Wut fuhr er zu ihr herum. »Du denkst, das ist lustig, Frau?« Ihr Lächeln wurde breiter, aber in ihren Augen litzerte so viel Hitze wie Humor. Er stapfte auf sie zu, jetzt grinste er auch. Heißer, als er sollte, schließlich spielten die Kinder hinter ihnen im Wald. »Du bist sicher, dass du's mit mir versuchen willst.« Der Blick, mit dem Tavia ihm antwortete, war verheerend einladend. »Hast du vielleicht ein Problem damit?« »Find's raus!« Er zog sie heftig an sich und küsste sie, als gäbe es kein Morgen. Tief im Wald formte Kellen lachend und mit vor Kälte brennenden Wangen mit seinen Handschuhen einen Schneeball und wirbelte herum, um ihn auf Nathan zu werfen. Der Junge war fort. Er hörte Myra irgendwo links von ihm kichern. Das Gebell der beiden Hunde folgte ihr tiefer in den dichten Wald. Kellen blieb stehen und lauschte, versuchte Nathan in der Dunkelheit zu orten, erwartete die plötzliche kalte Explosion eines feindlichen Schneeballs. Sie spielten nur Krieg, das wusste Kellen. Aber da war ein Funke von Rivalität in ihm. Ein nagender Drang, sich als fähiger Gegner zu beweisen, besonders gegen diesen seltsamen Neuankömmling, den ausgerechnet der Schurke aufgezogen und ausgebildet hatte, der für die Ermordung von Callens Familie verantwortlich war. Seine Instinkte prickelten. Er spülte eine leichte Bewegung in der Luft. Nathan bewegte sich jetzt durch die Bäume und Kellen lief geduckt auf ihn zu. Er fand Nathan, wie er sich geräuschlos an Myra anschlich, die mit den Hunden spielte. Er hielt einen Schneeball in der Hand und im nächsten Augenblick warf er ihn auf Myra. Er schoss wie eine Kugel auf sie zu und traf sie voll in den Rücken. Sie fiel zu Boden, wie von einer Pistolenkugel getroffen. Die Wucht des Schneeballs warf sie mit dem Gesicht voran, flach in eine Schneewehe. Sie schrie überrascht auf. »Myra!« rief Kellen und sprang aus seiner Deckung in den Tannen. Er sah die Überraschung in Nathans Gesicht. Er hatte ihr nicht wehtun wollen. Aber für Callens Instinkte machte das keinen Unterschied. Sie explodierten in ihm wie ein Feuerwerkskörper und eine verwirrende Flut von Besorgnis und Aggression schoss ihm durch die Adern. Er brüllte auf und warf seinen Schneeball auf Nathan, absichtlich mit ganzer Kraft. Nathan wich ihm aus und legte fragend den Kopf schief. Dann griff er hinunter und erwiderte das Feuer. Er warf einen Schneeball nach dem anderen, ein gnadenloser Hagel, der Kellen mit der Kraft von hundert Fäusten zurücktrieb. Kellen war außer sich vor Wut. Sein Gefühl von Machtlosigkeit explodierte mit einem heißeren Knurren aus seinem Mund. Er stand auf und sprang Nathan an, wollte dem stoischen kleinen Killer die Faust ins Gesicht rammen. Nathan wich ihm kühl aus. Er bewegte sich so schnell, dass Callen seinen Verteidigungsschlag nicht einmal kommen sah, bis er mit dem Rücken auf den Boden knallte und ihm auf einen Schlag die Luft aus den Lungen gepresst wurde. Nathan hatte ihn festgenagelt, völlig außer Gefecht gesetzt. Eine kalte, nasse Hand schloss sich um Callens Kehle, nur eine Sekunde davon entfernt, ihm den Kehlkopf zu zerdrücken. Callen bekam keine Luft mehr. Hört auf, schrie Myra. Mit erschrockenen Augen rannte sie zu ihnen herüber und zerrte an Nathans Armen, aber seine Hand blieb unerbittlich um Callens Hals geschlossen. Nathan, bitte hör auf, du bringst ihn um! Ihre Einmischung war Callen peinlich. Er wurde rot vor Scham, Demütigung und hilfloser Wut, als der Druck auf seiner Kehle nachließ. Ohne eine Entschuldigung ließ Nathan ihn los. Er stand auf und sah ohne Reue zu, wie Callen hustend nach Luft schnappte. Myras Gesicht war voller Sorge, als sie neben ihm in die Hocke ging und ihm zögerlich die Hand auf die Schulter legte. Callen schüttelte sie ab, hasste es, dass sie seine Demütigung mit angesehen hatte. Langsam sah er auf in das schweigende, gelassene Gesicht des Jungen, der wahrscheinlich ein Dutzend Männer umgebracht hatte. Jeder einzelne von ihnen ein viel gefährlicherer Gegner, als Callen es wohl jemals sein würde. Callen bewunderte diese tödliche Wendigkeit. Er würde sie brauchen, wenn er in der düsteren Welt überleben wollte, die Dragos erschaffen hatte. Wenn er seine Familie rächen wollte. Ob eines Tages als Ordenskrieger oder allein, würde er dasselbe kalte Talent brauchen, dieselbe emotionale Distanz, die er in Nathans Augen, die unverwandt auf ihn hinunterblickten, sah. Callen rieb sich die verletzte Kehle. Mühsam schluckte er die Scham über seine Demütigung vor Myra und sah zu dem Jungen auf, der so effizient töten konnte. »Bring mir alles bei, was du kannst!« Tavia lag in lustvoller Benommenheit auf dem großen Doppelbett in ihrem Zimmer im Hauptquartier, Arme und Beine mit denen von Chase verschlungen. Sie wusste gar nicht mehr, wie oft sie sich geliebt hatten. Sie hatten letzte Nacht nach der Schneeballschlacht angefangen und dann weitergemacht, nachdem sie den größten Teil des Tages getrennt verbracht hatten. Tavia hatte mit Elise und ein paar anderen Stammesgefährten gegessen und sich angenehm unterhalten. Derweil war Chase in vertraulichen Besprechungen mit Lucan, Gideon, Tagen und den übrigen Kriegern gewesen. Jetzt kroch draußen vor den abgedunkelten Fenstern eine weitere Morgendämmerung auf die Nacht zu und Tavia schwebte in glückseliger Euphorie. Mit geschlossenen Augen, in einem faulen, befriedigten Schlummer gefangen, spürte sie, wie er sich neben ihr regte. Er küsste sie auf die Augenlider, eines nach dem anderen, seine Lippen sanft, auch wenn sein steifer Schwanz sich schon wieder frech gegen ihre Hüfte drückte. »Hm«, stöhnte sie und öffnete lächelnd die Augen. »Guten Morgen, du bist ein echter Frühaufsteher. Wenn du irgendwo in der Nähe bist, stehe ich immer, garantiert.« Sie sah in seine dunkelblauen Augen und lächelte. »Nur gut, dass ich auch Stammesgene habe, sonst könnte ich nie mit dir mithalten.« »Vielleicht, aber ich würde schon dafür sorgen, dass du deinen Spaß dabei hast.« Er küsste sie langsam und ausgiebig, bis ihre Sinne hellwach und erhitzt waren. »Frore Weihnachten, meine Schöne!« »Weihnachten?« Sie ging in Gedanken die vergangenen Tage durch und erkannte, dass es stimmte. »Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich am Weihnachtsmorgen nackt in den Armen eines Vampirs aufwache.« Er grinste. »Der Weihnachtsmann war schon da. Willst du sehen, was er dir mitgebracht hat?« Sie lachte. »Ist es ein großes Geschenk?« Seine Augen glänzten schelmisch, bernsteinfarbene Funken tanzten darin. »Riesengroß!« »Mit einer großen roten Schleife?« Er sah an sich hinunter und zuckte mit den Schultern, und sein sardonisches Grinsen enthüllte die Spitzen seiner Fänge. »Wie wär's stattdessen mit einem bunten Mützchen?« Sie kicherte immer noch, und er küsste sie wieder. Als er in sie eindrang, wurde ihr Kichern zu seufzen und dann zu lustvollem Stöhnen. Er hatte inzwischen gelernt, wie er jedem Zentimeter ihres Körpers Lust bereiten konnte, und verfühlte sie gnadenlos. Sie gab sich ihn ganz hin und schrie auf, als er sie zu einem schnellen, fiebrigen Orgasmus brachte. »Mein Gott!«, keuchte sie, und ihre eigenen Fänge füllten ihren Mund aus, als er sie zu einem weiteren heftigen Höhepunkt brachte. »Frohe Weihnachten, Tavia!« Das Knurren, mit dem er ihr antwortete, war reiner maskuliner Stolz. »Du kennst meine Geburtstagsgeschenke noch nicht.« Sie lachte erschöpft und sah zu ihm auf. Sein Anblick, so nah und so intim, fühlte sich inzwischen so vertraut, so richtig an. Das Gefühl, wie sein nackter Körper sich an ihren presste, war so natürlich für sie wie ihr eigener Atem, ihr eigener Herzschlag. Und der warme Knoten, der sich so fest in ihrer Brust zusammenzog und dann tiefer zwischen ihre Beine wanderte, war ein Gefühl, das sie nie zu verlieren hoffte. In ihrem tiefsten Innern fragte sie sich, ob sie Angst haben sollte. Denn irgendwie, erkannte sie, hatte sie sich in Sterling Chase verliebt. Der Traum überfiel Jenna aus dem Nichts. In Brocks Arme gekuschelt war sie immer wieder aufgewacht und weggedämmert, von einer flüchtigen Traumlandschaft zur nächsten getrieben. Dann kam die dunkelgraue Nebeldecke und trug sie ohne Vorwarnung davon, weit fort von ihrem eigenen Bewusstsein und in das eines anderen Wesens. Des ältesten, des außerirdischen Teils von ihr, der immer mehr mit ihrem Menschenkörper verschmolz, den Teil von ihr stärkte, der einst sterblich gewesen war und so etwas anderes entstehen ließ. Es war dieser Teil von ihr, der jetzt die Kontrolle übernommen hatte, als der dichte Nebel sie tiefer in seine Erinnerungen trug, in die Schatten eines dichten Urwaldes im Zwielicht, umgeben von zerklüfteten, hohen Sandsteinfelsen. In der Ferne brannten große Feuer und erfüllten die Landschaft mit Rauchwolken und wirbelnder Asche. Sie rannte darauf zu, einen Metallharnisch an ihre glyphenbedeckte Brust und Oberschenkel geschnallt, erklirrte bei jedem Schritt ihre nackten, blutbespritzten Füße. Sie hielt ein langes Schwert gezückt, eine rohgeschmiedete Waffe aus der Welt der Menschen, mit gehämmerte Eisenklinge und Leder umwickeltem Griff. Aber sie würde genügen. Heute Nacht hatte sie damit mehr als einen Feind geköpft, und gleich würde sie es wieder tun. Lockere Erde knirschte unter ihren Füßen, als sie auf den Rauch eines brennenden Zeltlagers zurannte. Einige ihrer Brüder waren schon da und lieferten sich heftige Zweikämpfe mit der Legion, die sie über die Kontinente und viele lange Jahrhunderte gejagt hatten. Jenners gespenstischer Kampfschrei erschütterte die dürren Tannen und Basaltfelsen, als sie angriff, durch den Vorhang von dickem, schwarzem Rauch und die blutüberströmten Leichen auf dem Boden rannte. Sofort erhob sich die mächtige Silhouette eines feindlichen Kriegers, der über einem Gefallenen gekauert hatte. Er sah sich zu ihr um, gerade, als sie ihr Schwert in einem weiten tödlichen Bogen schwang. Langes, blondes Haar, zu dünnen Zöpfen geflochten, die steif waren von trocknendem Blut und Schweiß, schwang ihm aus dem Gesicht, als er herumfuhr, um sich ihr im Kampf zu stellen. Er war nur ein Wachposten und trug keine Rüstung auf seiner nackten Brust, nur gehämmerte Metallringe auf den muskulösen Unterarmen. Seine weiten weißen Hosen waren voll Blut und Dreck und hingen ihm in Fetzen über seine in Sandalen steckenden Füße. Jenners grob geschmiedete Klinge fuhr auf ihn herunter, und er parierte den Schlag mit einer raschen Drehung seines polierten Speeres, den er in beiden Händen hielt. Die Waffen schlugen Funken, das Schwert klirrte laut, als der Speer es blockierte und nach unten abgleiten ließ. Jenners spürte, wie sich ihr Mund bewegte und die Stimme, die nicht ihre eigene war, Worte in einer seit langem toten Sprache sagte, die auch nicht die des Ältesten war. Eure Königin kann sich nicht ewig verstecken, Atlantide! Nein, antwortete der Krieger, seine grimmigen Augen waren schmal vor Wut. Aber sie braucht es nicht ewig zu tun, sie braucht dich und deine bestialische Spezies nur zu überleben, und das wird sie. Er hob den langen Speer und im Schein der lodernden Flammen glänzte das Symbol auf, das den Speer schafft und seine schimmernden Armspangen zierte. Es war eine Träne, die in die Wiege einer Mondsichel fiel. Das selbe Symbol, das jede Stammesgefährtin als Mutter mal irgendwo auf ihrem Körper trug. Jenna hatte keine Zeit, diese unheimliche Enthüllung zu verarbeiten, und auch nicht, sich zu fragen, was das zu bedeuten hatte. Sie riss den Schwertarm hoch und schwang das Schwert mit all der übernatürlichen Kraft, die sie besaß. Ihr Feind wich aus, nur einen Sekundenbruchteil zu spät. Die eiserne Klinge fraß sich in Fleisch, Knochen und Sehnen seiner Schulter. Blut schoss wie ein Springbrunnen hervor, der Arm des Wachpostens hing nutzlos hinunter, fast vollständig abgetrennt. In seiner Handfläche begann ein helles Licht zu leuchten, in der Form des gleichen Symbols, das er auf seinen Waffen und seiner Rüstung trug. Er war jetzt verletzt und geschwächt, aber ein verlorener Körperteil würde nicht ausreichen, um das unsterbliche Leben dieses Kriegers zu beenden. Jenna atmete den frischen Blutgeruch ihres Feindes ein und spürte, wie wilder Jubel sie durchzuckte. Sie brüllte auf, triumphierend, erobernd, unaufhaltsam. Wiederholte sie mit dem Schwert aus und schwang es, schlug es tief in den Hals ihres Feindes. Ein gleißender Lichtstrahl brach hervor, als sein Kopf sich von seinem Körper trennte, so rein und milchweiß wie der Vollmond am Nachthimmel. Der Strahl wurde heller, unglaublich hell, und dann erlosch er. Eine unsterbliche Flamme für immer erstickt durch das Schwert in ihrer außerirdischen Hand. Jenna! Die tiefe Stimme rief sie durch die wirbelnden schwarzen Rauchwolken und das Waffengeklirr unweit von dort, wo sie stand. Starke Hände packten und schüttelten sie heftig. Jenna! Hörst du mich? Jenna, wach auf, verdammt! Keuchend wachte sie auf, an Brock geklammert, der sich neben ihr im Bett aufgesetzt hatte. Seine Augen waren groß und besorgt. Seine großen Hände strichen ihr die Haarsträhnen aus der schweißnassen Stirn. Sie starrte ihn an und versuchte zu verarbeiten, was sie da eben mit angesehen hatte. Schließlich waren alles, was sie schaffte, ein paar zitternde Worte. Heilige Scheiße! Lucan ging in seinem Schlafzimmer auf und ab, trotz der körperlichen Befriedigung nervös und rastlos. Draußen vor den schützenden Wänden und den abgedichteten Fenstern des provisorischen Hauptquartiers war es früher Morgen. Weihnachten! Verdammt noch mal! Ihm war so gar nicht nach Feiern zumute, ihm war nach Waffen und Kampfkleidung und danach diesen verdammten Krieg endlich mit Dragos direkt auszutragen. Er wollte ihn beenden, am besten mit Dragos unter seinem Stiefelabsatz. Er sollte ihn blutend und gebrochen um Gnade anflehen, welche er nie bekommen würde. Das wünschte Lucan sich mit einer Wildheit, die er kaum im Zaum erhalten konnte. Und noch mehr, als er an das Versprechen dachte, das er Gabriel gegeben hatte, in den Stunden, die sie sich geliebt hatten, in dem Bett, wo sie jetzt schlief. So süß und wunderschön wie ein Traum. Beim nächsten Mondzyklus wurde Lucan ihr einen Sohn schenken. So sehr er sich auch gegen den Gedanken gesträubt hatte, so wünschte ein Teil von ihm sich das genauso sehr wie sie. Vielleicht sogar noch mehr? Neunhundert Jahre lang war es seine Entscheidung gewesen, alleine zu sein. Er hatte seine Krieger gehabt, aber eine Familie, eine Stammesgefährtin und Kinder, hatte ihm nie gefehlt. Bis eine Schönheit mit kristallienrotem Haar, samtigen braunen Augen und dem furchtlosen Herzen einer Löwin in sein Leben getreten war und all seine Absichten schlagartig zunichte gemacht hatte. Er hatte sich nie vorstellen können, jemanden so ganz und gar lieben zu können wie sie. Sein Grauen vor einer unbekannten Zukunft war nichts im Vergleich zu seiner Hingabe an die unglaubliche Frau, die ihn zu ihrem Gefährten erwählt hatte. Und genau wie Tegan gesagt hatte, zu wissen, dass die Welt, für die sie kämpften, einst ihren Söhnen gehören würde, machte seine Entschlossenheit nur umso größer, für eine friedliche Welt zu kämpfen. Lucan ging zum Bett zurück, beugte sich über Gabrielle und küßte sie sanft auf die Wange. Sie bewegte sich. Dann lächelte sie, immer noch im Halbschlaf. »Guten Morgen«, murmelte er leise. »Schlaf weiter, Liebste. Ich wollte dich nicht wecken. Ich gehe eine Weile runter ins Techniklabor und nehme mir das Datenmaterial aus New Orleans noch mal vor.« »Heute ist ein Feiertag«, erinnerte sie ihn schläfrig, streckte sich mit katzenartiger Grazie und rollte sich auf den Rücken, um ihn anzusehen. Viel zu verlockend. »Kommst du wieder ins Bett?« »Gott, er war wirklich versucht, das zu tun.« »Es ist nur für ein paar Stunden. Ich will etwas arbeiten, solange die anderen im Haus alle schlafen. Du schläfst auch noch eine Runde, und ich bin bald wieder da.« Das Stöhnen, mit dem sie ihm antwortete, war träge und atemlos. Er wäre zu gerne zu ihr unter die Decke gekrochen und hätte sie noch mal so zum Stöhnen gebracht. Am liebsten, während sie an seinem Mund kam. Er trat vom Bett weg und zog sich in frisches T-Shirt und Trainingshosen über. Gabriel war schon wieder eingeschlafen, atmete leise mit leicht geöffnetem Mund. Er lächelte, glücklich, sie nur anzusehen. Himmel, es hatte ihn wirklich schwer erwischt, und er wollte es gar nicht anders haben. Er lächelte immer noch wie ein liebestoller Idiot, als er auf den Korridor hinausging und geräuschlos die Schlafzimmertür hinter sich schloss. Weiter unten im Gang öffnete sich eine weitere Tür, und Myra kam auf Zehenspitzen herausgeschlichen. Ihr rosa Nachthemd raschelte um ihre Knöchel, als sie eilig den Gang hinauflief. Ihr flachsblondes Haar war wild zerzaust, ihre Augen halb geschlossen und noch ganz verschlafen. Praktisch blind vor Entschlossenheit rannte sie geradeaus und direkt in ihn hinein. Oh, keuchte sie, als er sie mit beiden Händen auffing, damit sie nicht hinfiel. Ich dachte, ich hätte den Weihnachtsmann hier draußen gehört. Nicht den Weihnachtsmann. Luken lachte leise und ging vor ihr in die Hocke. Nur mich. Als er ihr das zerzauste Haar aus dem Gesicht strich, sah Myra ihm in die Augen. Er hatte erwartet, ihre violetten Kontaktlinsen zu sehen, die speziell für sie angefertigt waren, um die Sehergabe der kleinen Stammesgefährtin zu dämpfen. Stattdessen starrte Luken in die klaren, spiegelartigen Augen der kleinen Seherin. Eine Vision traf ihn wie eine Kugel ins Gehirn. Blutig. Entsetzlich. Oh nein! rief Myra. Sie erkannte ihren Fehler sofort, hob die Hände und schirmte ihre Augen ab. Meine Linsen! Ich hab sie vergessen, tut mir leid, Luken. Ist ja gut, beruhigte Luken sie, als sie in Tränen ausbrach. Das kleine Mädchen schluchzte vor Reue und er zog sie an sich und umarmte sie tröstend. Ist schon gut, Myra, du hast nichts falsch gemacht. Sie zog sich zurück und achtete nun sehr darauf, sich den Arm über die Augen zu halten. Was hast du gesehen, Luken? War es was Schlimmes? Nein, lug er. Es war gar nichts weiter. Mach dir keine Sorgen, ist alles in Ordnung. Aber noch während er sprach, klaffte ein schwarzer, grausiger Abgrund der Angst in ihm auf. Myras Gabe hatte ihm gerade einen Blick in die Zukunft gezeigt, und sie war trostloser als alles, was er sich in seinen schlimmsten Albträumen vorgestellt hatte. Das ist die Letzte, dann sollte es reichen, Tavia, sagte Gideon auf der anderen Seite seines improvisierten Techniklabors. Alles klar da drüben, Harvard? Chase knurrte nur. Das war die einzige Antwort, zu der er fähig war, als er zusah, wie der andere Krieger die letzte von sechs Blutproben aus Tavias Arm entnahm. Chase kam sich wie ein Weichei vor, weil er während der Prozedur auf der anderen Raumseite sitzen musste, und nahm sich beim Anblick dieser Plastikröhrchen, die sich mit ihrem Blut füllten, schwer zusammen. Seine Fänge waren sofort aus dem Zahnfleisch geschossen, als die Nadel ihre Vene gefunden hatte, und durch den exotischen Duft ihres Blutes wurde sein Hunger zu einem fiebrigen Pulsieren. So schwer es für ihn war, hier zu sein, während sein ganzer Körper angespannt und unruhig vor Durst war, draußen in der Halle zu warten, während Gideon zahlreiche Untersuchungen mit Tavia machte und ihr Gewebeproben entnahm, kam überhaupt nicht in Frage. Zum Glück arbeitete Gideon schnell und effizient. Das war's, verkündete er einen Augenblick später. Chase stapfte hinüber, als der blonde Krieger die Plastikröhrchen mit den Blut- und DNA-Proben einsammelte und damit in den Nebenraum ging, um sie für die Analyse zu präparieren. Alles okay? fragte er Tavia. All seine Gedanken um sein eigenes Wohlbefinden hatten sich vor Sorge um sie schlagartig verdunkelt. Das war ein Klacks, sagte sie und rollte sich den langen Ärmel wieder über ihren glüfenbedeckten Unterarm. Ich habe die ersten 27 Jahre meines Lebens als Versuchskaninchen von Privatkliniken verbracht. Ich bin darin gewöhnt, gepikst zu werden. In Chase's Grinsen lag jetzt ein Hunger der anderen Art. Ich will nicht, dass du dich daran gewöhnst, gepikst zu werden. Höchstens von mir. Es war besitzergreifend, das zu sagen, und obwohl er kein Recht hatte, so etwas auch nur zu denken, geschweige denn zu sagen, konnte und wollte er es nicht zurücknehmen. Die letzten Stunden, die er mit Tavia verbracht hatte, ihr seine Seele entblößt, mit ihr gelacht, sie geliebt und dann wieder geliebt hatte, hatten einen so tiefen Widerhaken in ihn geschlagen, dass er sich fragte, ob er ihn je wieder abschütteln konnte. Nicht, dass er das wollte. Und genau das war seine Hölle. Er begehrte diese Frau. Sie bedeutete ihm mehr als jeder und alles andere je zuvor. Und ein verzweifelter, hoffnungsvoller Teil von ihm fragte sich, ob das Loch in seinem Herzen, das sie füllte, vielleicht eines Tages zuwachsen und das andere, Hungrige, in ihm füllen konnte, das ihn zu verschlingen drohte. Okay, Kinder, verkündete Gideon, als er wieder zu ihnen in den Raum kam. Ich lasse die Blut- und Gewebeproben heute noch durchlaufen. In ein paar Tagen durften wir die vollständige Analyse haben, aber nach dem, was ich hier schon gesehen habe, zusammen mit den Daten, die ihr in Dr. Lakais Patientenakten gefunden habt, ist für mich ziemlich klar, was dabei herauskommen wird. Er fuhr sich mit den Fingern durch seinen stacheligen, blunden Haarschopf und stieß ein staunendes Kichern aus. Hätte mir ja nie erträumt, dass ich eines Tages mit einer waschechten Stammesvampirin zu tun habe und auch noch mit einer Gen 1 mit Stammesgefährten-DNA. Du kannst dich als Normalsterblicher ausgeben, wenn es sein muss. Du kannst von Blut und von menschlicher Nahrung leben. Und du kannst tagsüber draußen sein, ohne nach ein paar Minuten als Grillware zu enden. Mein Gott, Tavia, du bist absolut bemerkenswert. Sie lächelte. Hey, ich hab dich an diesen Computern arbeiten sehen, Gideon, du bist auch nicht von schlechten Eltern. Chase knurrte und warf dem Krieger einen schrägen Blick zu. Ja, und wo ich so darüber nachdenke, hat es dir jetzt für einen Tag genug mit ihr zu tun. Gideon grinste in Tavias Richtung. Tja, was soll ich sagen? Er wird immer schrecklich eifersüchtig, wenn ich flirte. Das ist echt ein Problem zwischen uns. Sie lachte mit ihm. Inzwischen war ihr so klar wie allen anderen, dass das Universalgenie des Ordens nur Augen für seine Stammesgefährtin Savannah hatte. Gideon musterte Tavia mit offenem Staunen. Jetzt hatte er den Kopf schiefgelegt und die Arme über seinem grauen T-Shirt mit dem Schriftzug der Boondock Saints verschränkt. »Habt ihr über Kinder nachgedacht?« »Kinder?« Tavia warf Chase einen unbehaglichen Blick zu. »Äh...« »Oh, ich will euch nichts einreden«, barf er schnell ein. »Ich meine nur, von einem genetischen Standpunkt aus sind die Möglichkeiten, naja, aufregend, faszinierend genau gesagt. Denkst du nicht auch, Harbert?« Chase hätte nicht antworten können, selbst wenn er es gewollt hätte. Der Gedanke an eine schwangere Tavia hatte ihm absolut die Sprache verschlagen. Er konnte sich nichts Überwältigenderes vorstellen als Tavia, die ein Kind gebar. Aber die Tatsache, dass ihre Kinder den Beginn einer ganz neuen Generation des Stammes bilden würden, verblasste angesichts des Gefühls, das Chase überkam, wenn er sich als Vater ihrer Söhne vorstellte. Oder Himmel ihrer Töchter. Tavia sah ihn unverwandt an, und er fragte sich, ob sie durch ihre Verbindung zu ihm die Tiefe seiner Reaktion spüren konnte. Er konnte seine Gefühle nicht vor ihr verbergen. Und selbst ohne die Blutsverbindung, die ihr sagte, wie tief sie ihn berührte, hätte sein flammender Blick ihm sowieso verraten. Gedan räusperte sich in das bedeutungsschwangere Schweigen im Raum. »Du sagst, es gab Patientenakten, die andere Fälle wie dich dokumentierten, Tavia?« Sie nickte. »Dr. Lewis hat andere wie mich behandelt, aber laut der Akten, die wir gefunden haben, sind die Patientinnen über die Jahre alle verstorben. Wenn es Akten von anderen gab, die noch am Leben sind, habe ich sie nicht gesehen, als wir die Klinik durchsucht haben.« »Aber es könnten noch andere wie du da draußen sein«, sagte Gedan. »So wie ich Dragos kenne, durfte es definitiv noch andere geben. Frauen, die unerkannt als Normalsterbliche leben, so wie du. Frauen, denen bald die Tabletten ausgehen werden und die sich dann zu ihrer wahren Stammesnatur transformieren, genau wie du.« »Oh mein Gott«, antwortete sie. »Wenn das wahr ist, wenn es dazu kommt«, Gedan nickte. »Katastrophe.« »Und angenommen, dass es andere gibt«, warf Chase ein, »wir wissen nicht, wozu Dragos sie einsetzen will. In Tavias Fall hat er ihr fotografisches Gedächtnis benutzt. Dragos hat sie eingesetzt, um durch ihren Job beim Senator an heikle Informationen der menschlichen Regierungen heranzukommen.« Tavia nickte zustimmend. »Meine Klinikaufenthalte dienten nicht nur der Behandlung, sondern auch dazu, meine Erinnerungen abzuschöpfen. Details über Orte, wo ich mit dem Senator war, sicherheitsrelevante Daten, in die ich als seine Assistentin Einblick hatte. Nicht nur, dass sie mich als geheimes wissenschaftliches Experiment ausgebeutet haben, sie mussten auch noch meinen Geist vergewaltigen.« Chase höllte die Wut in ihrer sonst so ruhigen Stimme. Er streckte die Hand aus und schob seine Finger zwischen ihre. »Das alles werde ich dem kranken Bastard zurückzahlen, je schmerzhafter, desto besser.« »Du, ich und der Rest des Ordens«, sagte Gideon. Er sah wieder Tavia an. »Ich gehe davon aus, dass du keinerlei Informationen über Dragos' Operation hast, und sei sie noch so klein.« »Nein, ich wusste nicht mal, dass er existiert, bis Chase versucht hat, mich vor ihm zu warnen.« Sie runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. »Wenn ich irgendwie in Dragos' Nähe käme, würde ich zu gerne meine neuen Fähigkeiten gegen ihn einsetzen, besonders die tödlichen.« Obwohl Chase ihr Bedürfnis verstand, sträubte er sich gegen die Vorstellung, dass sie auch nur in Erwägung zog, in Dragos' Nähe zu kommen. »Das wird nicht passieren, solange ich da ein Wort mitzureden habe.« »Dragos ist tödlich, Tavia. Du darfst nie unterschätzen, wozu er fähig ist.« »Harvard hat recht«, sagte Gideon. »Aber so sehr ich ihm auch zustimme, muss ich doch zugeben, dass ein Maulwurf in seiner Operation uns gerade verdammt nützlich wäre.« Er zeigte auf einen Computerbildschirm, auf dem gerade eine lange Datenliste durchlief. »Die Daten, die Hunter und Corinne aus New Orleans mitgebracht haben, sind passwortgeschützt und verschlüsselt. Ich habe ein Programm geschrieben, um sie zu knacken, aber das verdammte Ding arbeitet sich seit Tagen an dieser Zahlensequenz ab, und wir haben noch nicht mal die Hälfte geknackt.« Chase sah auf den Bildschirm. Erst sechs der dreizehn Felder der Sequenz waren ausgefüllt. »Fünf, null, fünf, eins, eins, N.« Tavia lächelte verschmitzt und warf Gideon einen Blick zu. »Darf ich mal versuchen?« Mit einer einladenden Geste machte er ihr den Bürostuhl vor einem seiner Rechner frei. Er tippte etwas auf der Tastatur ein, worauf der Rechner piepte und ein Zugriff-verweigert-Fenster erschien, das ein Passwort verlangte. »Tob dich aus!« Tavia gab die sechs Zeichen ein, die das Dechiffrierprogramm bereits ausgespuckt hatte, und Chase und Gideon stellten sich hinter sie und sahen ihr zu. Sie tippte weitere sieben Zeichen ein, um die Sequenz zu vervollständigen. »Eins, fünf, zwei, fünf, eins, zwei, E.« Und dann war sie drin. »Es ist dasselbe Passwort wie das von Dr. Lewis' Patientendatenbank,« sagte sie und wirkte sehr zufrieden mit sich. Gideon schlug Chase von hinten auf die Schulter und stieß ein wildes Triumphgeheul aus. »Ich fasse es nicht! Harvard, sie ist brillant!« Er wirbelte herum, schnappte sich Notizblock und Cooley von seinem Schreibtisch und reichte sie Tavia. »Schreib mir das doch bitte noch mal auf!« Sie tat es, und als sie ihm den Block zurückgab, zischte er einen Fluch. »Mist! Ich hätte mir denken können, dass es so was in der Art ist.« Er rief einen Browser auf und tippte die Sequenz in eine Suchmaschine ein. »Das sind GPS-Koordinaten!« Chase sah zu, als auf dem Bildschirm die Nahaufnahme einer Gegend erschien, die er sofort wiedererkannte. »Das ist eine Bergregion in Tschechien. Ist es nicht dort, wo wir die Gruft gefunden haben, in der der Älteste im Winterschlaf lag, bevor Dragos ihn geweckt und in seinem Labor eingespart hat? »Bingo!«, bestätigte Gideon. »Und die Koordinaten hat Dragos als Passwort für seine ganze Operation benutzt.« Er lachte ungläubig auf. »Verdammt! So sieht das aus, wenn größenwahnsinnige Schurken den Namen ihres Lieblingshaustiers als Passwort benutzen. Vielleicht haben wir Hoffnung, dieses Arschloch doch noch zu schlagen.« Gideon begann, auf drei Tastaturen einzuhämmern. Aufgeregt wechselte das Computergenie von einem Bildschirm zum nächsten und hackte Dateien und Labordaten auf mehreren Computern gleichzeitig, wie ein Dirigent, der eine Symphonie dirigierte. Chase und Tavia waren schlagartig vergessen. »Ich bin beeindruckt«, sagte Chase zu ihr, stolz und definitiv widerscharf auf sie. Das Lächeln, das sie ihm schenkte, schoss direkt in seinen Schwanz. »Wir haben eben alle unsere Talente.« Er wollte gerade fragen, ob sie eines seiner Talente sehen wollte, als sich draußen auf dem Korridor dröhnende Schritte näherten. Lucan kam herein, in Kampfmontur und schwer bewaffnet, gefolgt von den übrigen Kriegern. Sie alle hatten grimmige Minen, die Chase gut kannte. Der Orden bereitete sich darauf vor, in die Schlacht zu ziehen. »Ich bin drin«, sagte Gideon und wirbelte auf dem Stuhl zu ihnen herum. »Tavia hat uns gerade die Labordaten geknackt. Ich stecke mit beiden Händen drin.« Lucan sah sich anerkennend zu ihr um. »Gute Arbeit«, sie nickte ihm leicht zu. »Ich tue, was ich kann.« »Wissen wir zu schätzen«, sagte er, dann sah er zu Chase hinüber und nickte ihm zur Begrüßung neutral zu. »Ich habe eben mit Matthias Rowan telefoniert und ihm unsere Pläne durchgegeben«, sagte er zu Gideon. »Wir brechen zu Sonnenuntergang auf und nehmen uns jeden einzelnen Nachtclub der Agentur in Boston vor.« »Ihr macht eine Razzia?«, fragte Chase. »Wir stürmen sie. Machen sie dem Erdboden gleich und mähen die Arschlöcher nieder, wenn es sein muss«, antwortete Lucan und seine tiefe Stimme vibrierte vor Tatendrang. Chase stieß einen leisen Fluch aus. »Das kann doch nicht euer Ernst sein. Der Waffenstillstand zwischen der Agentur und uns ist fragil, immer gewesen. Wenn der Orden einen Offensivschlag auf Agenturterritorium begeht, liegt ihr nicht mehr nur mit Dragos, sondern mit dem ganzen Vampirvolk im Krieg.« »Wir haben diesen Krieg nicht begonnen«, fauchte Lucan. »Aber wir werden ihn verdammt noch mal beenden. Selbst wenn ich die ganze Spitze der Agentur durchkämmen muss, um Dragos endlich zu fassen zu kriegen. Was mich angeht, sind er und die Agentur zwei Seiten einer Medaille, und ich vernichte mit Vergnügen alle beide. Soll Matthias Rowan sich um die Leichen kümmern, wenn sich der Staub gelegt hat?« Noch nie hatte Chase Lucan so heftig erlebt. Der Anführer des Ordens strahlte Gefahr aus. Seine kalte Wut stand förmlich mit Händen greifbar im Raum. »Wir haben die Patrouillentaktik zu besprechen.« »Wir«, sagte er, aber Chase konnte den Befehl in Lucans Blick lesen. »Wir« bedeutete »der Orden«, und er war nicht gemeint. »Verstehe«, sagte er, und weder in seiner Stimme noch in seinen Adern lag Feindseligkeit. Er war jetzt eine Belastung für den Orden, in einer Zeit, wo sie sich keine Probleme leisten konnten. Das verstand er, und er konnte Lucan keinen Vorwurf machen, ihn aus dieser Mission auszuschließen. So sehr er sich auch wünschte, seine Brüder noch nicht völlig verloren zu haben, verstand Chase, dass er immer noch einen weiten Weg vor sich hatte, wenn er sich ihres Vertrauens würdig erweisen wollte. Er hoffte nur, dass sie ihm diese Chance eines Tages geben würden. Tavia ging mit ihm auf den Gang hinaus und schob schweigend ihre Hand in seine. Sie brauchte nichts zu sagen. Sie verstand. Sie fühlte mit, und er fragte sich zum hundertsten Mal, womit er sie nur verdient hatte. »Hey, Havert!« Beim Klang der tiefen Männerstimme blieb er stehen. Dante stand hinter ihm im Gang. Der dunkelhaarige Krieger hatte die Arme vor der Brust verschränkt. Seine geschwungenen Titandolche, mit denen er unzählige Rogues getötet und die er vor gar nicht langer Zeit sogar Chase ans Kinn gedrückt hatte, hingen ihm wie riesige Klauen am Waffengürtel. Er machte die whiskyfarbenen Augen unter den dunklen Brauen schmal und zeigte mit dem Kinn über die Schulter. »Was eben da drin passiert ist...« »Vergiss es«, sagte Chase. »Ich will auch, was gut für den Orden ist, und im Moment bin ich das nicht.« Er machte Anstalten zu gehen, aber Dante trat zu ihm und brachte ihn mit einer brüderlich auf die Schulter gelegten Hand zum Stehenbleiben. »Ich wollte dir nur sagen, schön, dich wieder bei uns im Hauptquartier zu haben. Ich bin froh, dass du da bist.« Chase spürte Taviers Blick auf sich, als er das Friedensangebot des Kriegers in sich aufnahm, der einst sein engster Verbündeter im Orden gewesen war. Sein bester Freund. Ein Bruder in jedem Sinn des Wortes. »Danke«, eine schwache Antwort, aber alles, was er mit seiner plötzlich trockenen Kehle schaffte. »Hör mal, Tess würde sich freuen, wenn du und Tavia uns mal in unserem Quartier besuchen kommte. Ich würde mich auch freuen. Ich würde euch meinem Sohn gerne richtig vorstellen.« »Gern«, Chase nickte. »Klar, gerne natürlich.« »Es wäre uns eine Ehre, ihn kennenzulernen«, sagte Tavia und sprach die Worte aus, die ihn in diesem Augenblick so spektakulär verließen. »Okay«, sagte Dante, »das wird klasse.« Er ging zurück, dann drehte er sich noch einmal abrupt um, ein breites Grinsen im Gesicht, als er Chase über den Korridor hinweg ansah. »Ach, übrigens, frohe Weihnachten, Arschloch!« »Dir auch«, kicherte Chase und verfiel wieder in die alte Kameraderie. »Gott, ihm war gar nicht bewusst gewesen, wie sehr er das vermisst hatte. Und du pass bloß auf, dass man dir heute Nacht auf Patrouille deinen Arsch nicht auf dem Silbertablett serviert, okay?« Immer noch grinsend zeigte Dante ihm den Stinkefinger. Sein tiefes Lachen dröhnte, als er wieder ins Techniklabor ging, um sich zu den anderen Kriegern zu gesellen. Es war lange nach Mitternacht. Der Orden war seit seiner Ankunft in Boston auf Patrouille, hatte etwa ein Dutzend Stripclubs und sonstige Treffpunkte der Agentur in und um die Innenstadt gestürmt. Logan hatte keine Absicht, Schluss zu machen, bevor sie nicht jeden Einzelnen durch hatten. Nur wenige der von ihnen verhörten Agenten hatten gestanden, etwas über Verräter in den eigenen Reihen zu wissen. Aber unter Folter war ein Name immer wieder aufgekommen. Arno Pike. »Sein dunkler Hafen ist in North End«, meldete Matthias Rowan. Lucan hatte den Agenturdirektor angerufen und ihn um Hintergrundinformationen zu dem Mistkarl gebeten, während Kate, Brock und Hunter die blutüberströmten Leichen beseitigten, die sie bei ihrer letzten Razzia hinterlassen hatten. »Lebt dort Familie von ihm?« »Keine«, sagte Rowan. »Pyke lebt alleine. Keine direkten Angehörigen, bis vor etwa einem Jahr hatte er eine Stammesgefährtin, aber sie ist gestorben. Hier steht, dass sie in Dyrchester überfallen und erwirkt wurde.« Lucan stieß einen Grundslot aus. »Wie praktisch.« »Adresse?« Rowan nannte ihn eine schicke Straße in einer Gegend mit alten Stadtwellen, die Millionen von Dollars wert waren. Lucan schickte sie mit seinem zweiten Handy per SMS an seine Bodentruppen. »Lucan Hützung, du weißt, dass ich an Bord bin bei allem, was ihr für nötig haltet, um Dragos zu stoppen. Und ich meine, für immer zu stoppen. Aber meine Telefone glühen heiß. Ständig rufen Zivilisten an und melden entsetzt, was sie gehört haben. Die Stammesbevölkerung hier in Boston denkt, dass du den Verstand verloren hast. Sie sagen, du bist endgültig wahnsinnig geworden und der Orden überfällt auf deinen Befehl dunkle Häfen und zärt unbewaffnete Zivilisten mit vorgehaltener Waffe auf die Straße.« Lucan stieß einen deftigen Fluch aus. »Die gleiche Scheiße erzählt man sich seit Jahren und Jahrzehnten über den Orden.« »Nur, dass es jetzt wahr ist.« Robans Stimme klang erschöpft. »Und wir haben Weihnachten, verdammt. Wie lange willst du noch damit weitermachen?« »Bis ich Dragos und all seine Anhänger aus ihren Löchern getrieben und kurzen Prozess mit ihnen gemacht habe.« Robans schwieg lange und Lucan konnte ihn förmlich nachdenken hören. Da klingelte Lucans anderes Handy. Er bat den Agenten dran zu bleiben und nahm das Gespräch an. Es war Nico. »Lucan, wir haben Preik.« »Wo seid ihr?« »In Sadi, unten am Fluss.« »Rio und ich haben den Bastard in ein leeres Lagerhaus verfolgt. Sollen wir ihn für dich festhalten oder können wir schon anfangen?« »Haltet ihn fest!« knurrte Lucan und war schon in Bewegung. Er winkte Hunter in dem zertrümmerten Nachtclub, ihm zu folgen. »Bin unterwegs. Bringe Verstärkung für das Verhör mit. Wenn die Folter uns nicht weiterbringt, wird Hunter die Wahrheit aus ihm herausholen.« Er legte auf und informierte dann Rowan über die neue Situation, als er und Hunter in den wartenden Rover sprangen und mit quietschenden Reifen nach Sadi rasten. Obwohl Arno Peik im Gewahrsam des Ordens nur einige Kratzer und blaue Flecke abbekommen hatte, sah der Mann scheiße aus und roch auch so. Nach Pisse jedenfalls. Und sein scharfer Angstgeruch war überwältigend. Lucan konnte den Gestank kaum ertragen, der von dem Vampir ausging, als er und Hunter in das Lagerhaus kamen, wo Nikolai und Rio mit dem Agenten warteten. »Sie sind sehr beliebt bei den Kollegen, Peik«, sagte Lucan, als er sich dem Mann näherte, der auf einem rostigen Metallstuhl zusammengesackt war. »Sie werden gar nicht glauben, wie viele Agenten heute Nacht ihren Namen erwähnt haben, als wir sie fragten, wen sie am ehesten als Verräter ihrer Spezies sehen. Sie sind eindeutig der Gewinner. Gratuliere.« »Gangar nicht erwarten, zu sehen, was er gewonnen hat«, sagte Nico, und seine Zähne und Fänge glänzten in der Dunkelheit des verlassenen Gebäudes. »Dieses Mal habt ihr eure Kompetenzen definitiv überschritten«, ging Peik zum Angriff über. Seine Stimme war dünn, aber nichtsdestotrotz bösartig. Sein blasses Gesicht und sein Hals waren von Schweißpaaren bedeckt, seine Wangen teigig und verhärmt, seine Lippen weiß und blutleer. »Der Orden hat sich heute Nacht viele Feinde gemacht. Die Agentur wird diese illegalen Razzien und Belästigungen nicht ungestraft dulden.« »Die Agentur kann anfächten, so viel sie will«, antwortete Lugin. »Derweil hat der Orden die Absicht, diese verdammte Organisation auf den Kopf zu stellen und die Verräter zu orten.« Peik begann keuchend zu lachen. »Du kommst zu spät, Krieger. Jetzt werdet ihr ihn nicht mehr aufhalten.« Schlagartig erinnerte Lugin sich an die schreckliche Vision, die Myra ihm gezeigt hatte. So viel Blut auf den Straßen. Unzählige Leben verloren, Stamm und Menschen. Die Schreie des Entsetzens und der Trauer. Die Klagen der Starbenden, die die Nacht erfüllten. Bevor ihm bewusst wurde, dass er sich bewegt hatte, stand Lugin vor Peik und hat ihn am Kragen gepackt. »Was soll das heißen, zu spät?« fauchte er kochen vor Wut. »Sag mir, was du über Dragos-Pläne weißt!« Peik biss die Zähne zusammen. Seine trüben Augen blickten mörderisch. »Das werde ich dir nie sagen. Und wenn du mich tötest?« »Kein Problem,« knurrte Lugin. »Aber zuerst redest du. Oder ich verspreche dir, du wirst um den Tod betteln.« Peik stieß ein manisches Kichern aus. »Du wirst nie etwas aus mir herausbekommen, von keinem von uns, die ihm ergeben sind.« Am liebsten hätte Lugin ihm die Kehle aufgerissen, aber er hielt sich mit Mühe zurück. »Es gibt andere Methoden, dich zum Sprechen zu bringen, Arschloch!« Er nickte Hunter zu. Der Gen-Einskiller konnte die Erinnerungen von Stammesvampiren in ihrem Blut lesen. Ein Biss und Peiks Geheimnisse waren enthüllt. Hunter stapfte auf ihn zu und bläckte die Finger. »Mach schon,« befahl Lugin ausdruckslos. Hunter packte Peik am Handgelenk und schlug die Fänge hinein. Im ersten Augenblick zuckte er zurück und spuckte fluchend das Blut aus. Er sah Lugin an. Seine goldenen Augen blickten wild, als er sich das Blut vom Mund wischte. »Er hat Gift genommen. Verdammtes Arschloch!«, zischte Lugin. Sie alle starrten Peik an, der jetzt lachte, noch während er in heftigen Zuckungen auf den Boden fiel. Schaum trat aus seinem Mund aus, als das Gift seine Wirkung entfaltete. »Du kommst zu spät, Lugin. Genau wie ich dir gesagt habe.« Sein Kichern brach mit einem gequälten Stöhnen ab. Er begann nach Luft zu schnappen, schon im Todeskampf. »Los!«, sagte Lugin und winkte den anderen, ihm zu folgen. »Machen wir, dass wir hier rauskommen.« Als sie Arno Peik in seinen Todeszuckungen im leeren Lagerhaus verließen, halten ihnen seine Verhöhnungen nach. »Ihr kommt zu spät. Pragos hat schon gewonnen.« Tevia schrie vor Lust und bäumte sich unter Chase auf, davongetragen von ihrem dritten Orgasmus in genauso vielen Stunden. Ihre Ekstase war wild und hemmungslos, und sie genoss sie in vollen Zügen, die Finger in seine muskulösen Schultern verkrallt, als er in einem fiebrigen, animalischen Tempo in sie stieß. Sie liebte es, wie er es mit ihr machte. Liebte es, wie stark und mächtig er war, wie unirdisch und düster. Sie liebte es, dass er ihr dasselbe entlockte. Liebte es, wie er den wilden, hungrigen Teil von ihr willkommen hieß, der nicht mehr menschlich war, ihn von ihr forderte, und sie liebte es, wie er sie mit jeder Berührung, jedem Kuss und jedem fiebrigem Stoß als sein Eigentum kennzeichnete. Sie gehörte ihm. Das wusste ihr Herz so sicher wie ihr weißglühendes Blut und ihr Körper. Ihr entfuhr ein Zischen, als er tief in sie eindrang. Sie ausfüllte, einen Ort in ihr berührte, der nur ihm allein gehörte. Sie warf den Kopf auf das Kissen zurück, bleckte die Lippen von Zähnen und Fängen und kam mit einem keuchenden Schrei. »Ja, auf, verdammt, Chase, Fester, hör nicht auf!« Er brüllte mit zusammengebissenen Zähnen, packte ihren Po mit beiden Händen und hob ihre Hüften seinen harten Stoessen entgegen. Er stieß wild und gnadenlos in sie, sein Schwanz so hart wie Stahl in ihr dehnte sie weit. Ein Fauchen entfuhr ihm, als er immer härter zustieß, ihre glühenden Augen ineinander versunken. Seine Glyphen pulsierten in den dunklen Farben von Verlangen und Gier, genau wie ihre nackte Haut, als er sie erneut zum Orgasmus brachte. Er beschleunigte das Tempo, ritt sie mit fiebrigen Stoessen, seine Fenge riesig und glänzend in seinem wild verzerrten, schönen Mund. »Tavia«, keuchte er und erschauderte unter der Kraft seines Höhepunktes. Sie spürte, wie er sich heiß in ihr ergoß und kam mit ihm, keuchte und stöhnte, als ihr Innerstes um ihn zuckte und ihre Sinne in eine Million glitzernder Stücke explodierten. Und dann kam der Hunger. Seit diesem ersten Mal mit ihm hatte sie keine Nahrung mehr zu sich genommen. Jetzt, wo jedes Nervenende elektrisiert war, dürstete sie nach seinem Blut mit einer Wildheit, die an Wahnsinn grenzte. Sie konnte den Blick nicht von der pulsierenden Ader an seinem muskulösen Hals abwenden. Ihr Mund war völlig ausgedörrt und ihr Zahnfleisch pulsierte dort, wo ihre Fänge sich ausgefahren hatten. Sie leckte sich die trockenen Lippen und sah mit halbgeschlossenen Augen zu ihm auf. Er verstand, was sie brauchte. Seine bahnsteinfarbenen Augen glühten heller auf, die Pupillen zogen sich zu dünnen Schlitzen zusammen. »Jesus«, flüsterte er, Fluch und Gebet zugleich. Sie setzte sich auf dem Bett auf, legte ihm die Hand auf die Brust und stieß ihn auf den Rücken. Sein Atem ging heftig, als sie ihn bestieg, sein Körper heiß und mächtig unter ihr. Sie beugte sich nach vorne und leckte langsam seinen angespannten Hals hinauf, umspielte mit der Zungenspitze die dicke Ader, die so köstlich unter seiner glatten Haut pulsierte. Sie neckte sie mit den scharfen Spitzen ihrer Fänge und ihm entfuhr ein ersticktes Stöhnen. Dann schlug sie ihm die Zähne in den Hals. Sie stöhnte auf, als sein Blut über ihre Zunge schoss, heiß, prickelnd und düster. Sie schluckte es gierig, genoss seinen würzigen, exotischen Geschmack. Als sie sich näherte, lag er steif unter ihr und streichelte ihren Rücken und ihr offenes Haar. Sie wusste nicht, ob ihre Nahrungsaufnahme ihm dieselbe Befriedigung brachte wie ihr. Alles, was sie spürte, war sein dröhnender Pulsschlag an ihren Lippen und in ihren Ohren, das donnernde Tosen seines Blutes, als es in ihre eigenen Muskeln, Knochen und Zellen floss. Es unterdrückte das wilde Dröhnen ihrer Sinne und näherte sie, als wäre sie ihr ganzes Leben lang am Verhungern gewesen. Als sie satt war, leckte sie widerwillig über die Bisswunden und versiegelte sie. Sie erkannte seine Qualen nicht, bis sie ihm wieder ins Gesicht sah. Seine Lippen waren blutleer und in einer wilden Grimasse hatte er Zähne und Finger gebleckt. Mit einem wilden Fluch rollte er sich von ihr fort. Er zitterte heftig am ganzen Körper, als er die Beine über die Bettkante schwang und mit schwachen Fingern durch sein feuchtes Haar fuhr. Sein Hunger hatte ihn gepackt. Jetzt spürte sie ihn auch. Die Wildheit seiner Blutgier überlagerte schlagartig all die Lust in ihr, die sie sich ebenso selbstsüchtig aus seinen Adern genommen hatte. Er zerriss sie innerlich und ließ in den Tiefen ihrer Seele einen kalten, leeren Schmerz zurück. Gott, wie er litt! Sie wusste nicht, wie er solche Qualen aushalten konnte. Allein das Echo davon in ihrem eigenen Blut reichte schon aus, um ihr die Luft aus den Lungen zu saugen. Sie keuchte auf und klammerte ihren Bauch, als sein Schmerz sie aufs Bett warf. Sie wand sich in Qualen, ihr Körper krümmte sich heftig zusammen, als sein Hunger sie innerlich wie schwarze, ätzende Säure zerfraß. Er tat ihr weh. Der Gedanke schlug wie ein Blitz in seinen ausgehungerten Verstand ein, noch bevor er sich umdrehte und Tavia vor Schmerzen zusammengekrümmt auf dem Bett liegen sah. Um Gottes Willen! Und zischte auf, als er spürte, wie heiß ihre Haut war. »Sag mir, dass du in Ordnung bist!« Sie stöhnte, als eine weitere Hungerwelle in ihm aufflammte wie ein Waldbrand. Als sie die Augen öffnete, sah er reines Elend in ihren bernsteinfarbenen Augen. Ihre Damaglyphen pulsierten wild, in denselben wütenden Farben wie seine eigenen. Er stieß einen erstickten Fluch aus, seine Kehle war ausgedorrt. Noch nie hatte er sich so hilflos gefühlt, so voller Selbsthass und voll Hass auf die Krankheit, von der er wusste, dass sie ihn eines Tages zerstören würde. Aber selbst die Blutgier war nichts im Vergleich zu den Qualen Tavia Leiden zu sehen und zu wissen, dass er es war, der das verursachte. Er musste Nahrung zu sich nehmen. Die Erkenntnis traf ihn kalt. Er brauchte Blut, um ihre Schmerzen zu lindern. Für sie. Seine eigenen Schmerzen bedeuteten nichts, außer was er damit dieser Frau antat, die ihm wichtiger war als sein Leben. Die Frau, die er liebte. Tavias Wangen waren Tränen überströmt, als sie von ihrer Embryonalhaltung auf dem Bett zu ihm aufsah. Ihr Atem ging keuchend und sie zuckte heftig am ganzen Körper. Gott verdammt! Er konnte sie nicht so hier lassen und draußen auf die Jagd gehen. Es war nicht abzusehen, wie lange er brauchen würde, bis er Beute fand, und diese ganze Zeit über würde Tavia alleine leiden. »Hilf mir, Chase!« Ihre Stimme war nur noch ein ersticktes Flüstern. So nackt und vertrauensvoll. Sie streckte die Hand nach ihm aus und ließ sie kraftlos aufs Bett fallen. »Bitte!« »Tu's!« »Mach, dass diese Schmerzen aufhören!« Er starrte sie an und spürte, wie der letzte Rest seiner fragwürdigen Ehre sich in Luft auflöste, als ein ausgehungerter Blick auf den Puls an ihrem ausgestreckten Handgelenk fiel. Er hätte die Versuchung zurückgeweisen und eine andere Lösung finden sollen, jede, außer der, die ihm jetzt angeboten wurde, die ihn unwiderruflich an Telvir binden würde, für alle Ewigkeit. Aber im selben Moment, als er noch zu leugnen versuchte, was sein Herz sich am meisten ersehnte, fand Chase sich über ihr auf dem Bett. Mit äußerster Vorsicht und zitternden Händen hob er ihren Arm an den Mund, legte die scharfen Spitzen seiner Fänge an ihre zarte Haut, stieß einen leisen Fluch aus, als er sie in ihre Haut schlug und ihr Blut auf seiner Zunge schmeckte. Oh Gott, wie süß sie war! Ihr Blut war wie der Nektar einer verbotenen Rebe. Er trank es in tiefen Zügen, spürte, wie seine elektrisierende Macht in jede ausgehungerte Zelle seines Körpers schoss. Das Gefühl traf ihn wie ein Schlag gegen die Brust. Eine Explosion, die seine Sinne weckte und sie mit der Kraft einer Supernova zum Aufleuchten brachte. Er hatte gehört, dass die Blutsverbindung mächtig war, aber er war auch nicht annähernd darauf vorbereitet gewesen. Ein letzter Rest seines Verstandes erinnerte ihn daran, dass Telvir nicht nur eine Stammesgefährtin, sondern eine Stammesvampirin war, und die Intensität dieser Kombination machte sich ihm jetzt bemerkbar, als er spürte, wie ihr Blut durch seinen Körper schoss. Die Menschen, von denen er sich so oft bis zum Exzess genährt hatte, waren nichts dagegen. Telviers Blut war eine Droge, wie er sie noch nie gekostet hatte. Er konnte nicht genug von ihr bekommen. Seinen Mund fest auf ihr Handgelenk gepresst, trank er in tiefen, gierigen Zügen. Er konnte nicht aufhören, nicht einmal, als sie ihre Hand zur Faust ballte und die Sehnen in ihrem Arm sich unter seinen Lippen anspannten, nicht einmal, als sie leise stöhnte und unsicher seinen Namen keuchte. Erst als er ihre eisige Angst spürte, die durch ihre Blutsverbindung sickerte, fand er die Kraft, sie loszulassen. Und das nur knapp. Als sie ihn jetzt anstarrte, waren ihre Augen riesig und voller Grauen. Jetzt glühten sie nicht mehr Bahnsteinfarben vor Lust und Begehren, sondern waren hellgrün und voll von einem Entsetzen, das ihn innerlich zerriss. Ihre Wangen waren blass, ihre Dermaglyphen fast völlig farblos. Sie hielt ihr blutendes Handgelenk an die Brust gedrückt, den Finger auf der Bisswunde. »Chase«, flüsterte sie gebrochen, »tut mir leid, dass ich Panik gekriegt habe. Ich hatte Angst. Du hast so viel genommen und ich...« »Herr im Himmel!« Er konnte den Gedanken kaum ertragen, was er da fast getan hätte, wenn die Blutsverbindung ihn nicht auf ihr Entsetzen aufmerksam gemacht hätte. Seine größte Angst war es, ihr etwas anzutun. Die Erkenntnis, dass es fast dazu gekommen wäre, war mehr, als er ertragen konnte. Und gleichzeitig gierte er danach, sie noch einmal zu nehmen, sich in der Lust ihres Körpers und ihres süßen, berauschenden Blutes zu verlieren. »Ich kann nicht in deiner Nähe sein«, hörte er sich zu ihr sagen, obwohl er seine Stimme kaum noch wiedererkannte. Er stieß die Worte wild und keuchend hervor. »Ich darf das nie wieder tun. Ich werde es nie wieder tun.« »Chase«, sagte sie und streckte die Hand nach ihm aus. »Die mit dem verletzten Handgelenk.« Der Duft ihres Blutes traf ihn wie eine Kugel. Er zuckte zurück und wich mit abgewandtem Blick an die gegenüberliegende Wand zurück. So weit fort von ihr, wie er nur konnte. Er sah durch das Fenster in den noch dunklen Morgen hinaus. Auf seinem mentalen Befehl hin schwang das Fenster auf und ließ einen Schwall eisiger Winterluft ein. Tavia stand vom Bett auf und ging auf ihn zu. »Chase, bitte, schließ mich nicht aus. Lass mich dir helfen.« Er gestattete sich einen letzten Blick auf sie. Dann war er mit einem Satz zum Fenster hinaus und in der Dunkelheit verschwunden. Tavia ließ sich Zeit beim Duschen und Anziehen und lauschte darauf, ob Chase zurückkam. Aber jetzt war er schon über zwei Stunden fort. Bald schon würde die Sonne aufgehen und er war immer noch nicht wieder da. Vielleicht war er sogar für immer aus ihrem Leben verschwunden. Sie taumelte unter diesem Gedanken. Es war unmöglich, sich ihr Leben, ihr neues Leben, das endlich auf Wahrheit aufgebaut war, ohne Chase vorzustellen. Sie war mit ihm verbunden, nicht nur durch das Blut. Er bedeutete ihr so viel. Sie liebte ihn und hätte das auch ohne diese unauflösliche Verbindung getan, die sie auf einer instinktiven, übernatürlichen Ebene mit ihm verbannt. Und weil sie ihn liebte, konnte sie jetzt nicht mehr hierbleiben. Er hatte Recht. Was vorhin zwischen ihm passiert war, durfte sich nicht wiederholen. Sie hatte die Macht seines Hungers gespürt. Das ganze Ausmaß seiner Sucht, die immer schlimmer wurde. Sie hatte gespürt, wie heftig er auf ihr Blut reagiert hatte. Wie leicht es ihm gefallen wäre, ganz die Kontrolle zu verlieren und in einen Abgrund zu stürzen, aus dem es keine Wiederkehr gab. Sie konnte es nicht ertragen, seinen Kampf noch schwerer für ihn zu machen. Als sie aus dem Schlafzimmer in den Gang hinaustrat, hörte sie einige der Frauen des Ordens miteinander reden. Offenbar hatten sie sich in der Küche versammelt. Der Geruch von frischem Kaffee und Frühstück strömte auf sie zu. Jetzt denk doch mal eine Minute darüber nach. Hast du dich nie gefragt, was es ist, was uns von anderen Frauen unterscheidet? Die samtige Stimme gehörte zu Savannah. Was, wenn Jenners Traum die Erklärung dafür ist? Bewohnerinnen von Atlantis? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das war Rios Gefährtin Dillon. Gabriel antwortete ihr. Es ist noch gar nicht so lange her, da sagten die meisten von uns dasselbe über den Stamm. Nicht, dass ich es leichter finde, dass das Muttermahl, das wir alle haben, irgendwie mit einer unsterblichen Spezies von Kriegern in Verbindung steht. Hildi ging ein paar Schritte den Gang hinauf und sah Hunters schwarzhaarige Stammesgefährtin mit Tellern für den Esszimmertisch aus der Küche kommen. Während sie den Tisch deckte, sagte sie, Ich war ein Findelkind und wurde von einer Stammesfamilie in ihren dunklen Hafen aufgenommen. Meine Eltern kannte ich nie, und auch meine Adoptivschwester Charlotte kannte ihre leiblichen Eltern nicht. Das gilt für dich, Elise, Renata und Myra, antwortete Dillon. Aber wie erklärst du dann den Rest von uns? Eva und Danika könnt ihr auch mit auf die Liste setzen, sagte Savannah. Sie waren beide Findelkinder, die in dunklen Häfen aufgezogen wurden. Tavia wollte eigentlich nicht bemerkt werden, schon gar nicht, wie sie aus dem Schlafzimmer geschlichen kam wie ein Geist, aber sie konnte es nicht unbemerkt zur Haustür schaffen. So blieb sie stehen, als Elise mit einem Tablett voller Tassen- und Untertassenstapel aus der Küche kam. Die meisten Stammesgefährtin, die ich kenne, waren entweder Waisen oder wurden als Babys oder Kleinkinder ausgesetzt. So konnten so viele von uns in Pflegefamilien oder Jugendheimen landen. Dillon kam mit einer dampfenden Kaffeekanne heraus. Also ich kannte meinen Vater und glaub mir, der war nichts Besonderes. Nur ein ganz normaler Schwindler, Betrüger und Säufer, der meiner Familie das Leben schwer gemacht hat, bevor er uns verlassen hat. Tess' Vater ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als sie ein Teenager war, und ist Alex' Vater nicht an Alzheimer gestorben? Ja, ist er. Kates Stammesgefährtin aus Alaska reichte Corinne das Besteck. Hank McGuire war der einzige Vater, den ich je hatte, aber er war nicht mein biologischer Vater. Meine Mutter hat mir nie erzählt, wer mein Vater war. Sie hat das Geheimnis mit ins Grab genommen. Ich hab meine Eltern auch nicht gekannt, raff Gabriel ein. Meine Mutter wurde kurz nach meiner Geburt als namenloser Teenager in die Psychiatrie eingewiesen. Meine ganzen Dokumente sind irgendwo beim Bosner Jugendamt. Aber Claires Vater, den können wir nicht außer Acht lassen, fügte Dylan hinzu, offensichtlich nicht überzeugt. Er und ihre Mutter wurden beide von Rebellen in Afrika getötet. Somit scheidet er als Unsterblicher aus. Schaut mal, sagte Janna, die jetzt auch aus der Küche kam. Ich will ja nicht sagen, dass ich das alles sicher weiß, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Die Ältesten führten Krieg mit einer Spezies von Wesen, die irgendwie keine Menschen waren. Sie jagten diese Krieger jahrhundertelang über Kontinente hinweg. Und sie konnten nur durch Köpfen getötet werden. Hallo, Tavia! Myra war aus einem Zimmer in den Korridor gekommen und stapfte mit einem Winken direkt an ihr vorbei. Frühstückst du mit uns? Oh, ich... Sie sah auf und fand mehrere Augenpaare auf sich gerichtet. Elise, Dylan und Gabriel waren auf den Gang gekommen und sahen sie fragend an. Ich... wollte mir eben nur etwas die Beine vertreten. Myra zuckte mit den Schultern. Okay, aber du willst doch keine Blaubeerpfannkuchen mit Schlagsahne verpassen. Das kleine Mädchen wanderte mit den anderen Stammesgefährtinnen in die Küche und nur Elise blieb bei ihr auf dem Gang. Ihr Blick war mitfühlend. Viel wissender, als Tavia lieb war. Es war etwas mit Sterling. Es war keine Frage, sie stellte nur eine Tatsache fest. Ist er wieder verschwunden? Tavia nickte. Es war kein Sinn darin, es zu verleugnen. Vor ein paar Stunden, ich weiß nicht, ob er zurückkommen wird. Elise stieß einen kleinen Seufzer aus. Das tut mir leid. Ich hab gesehen, wie er ist, wenn er mit dir zusammen ist. Wenn er jetzt verschwunden ist, frag dich nicht, ob ihm etwas an dir liegt oder nicht. Für mich und alle anderen war offensichtlich, dass du ihm viel bedeutest. Tavia zuckte mit den Schultern und ihr gelang ein schwaches Lächeln. Ich kann jetzt auch nicht mehr bleiben. Jetzt wurde Elise Mine wachsam. Vielleicht solltest du zuerst mit Logan reden. Ist das eine höfliche Art, mir zu sagen, dass ich das Grundstück nicht verlassen darf? Sie stammelte eine leise Entschuldigung. Wenn Chase zurückkommt, wenn er zurückkommt, will ich ihm bloß nicht alles noch schwerer machen. Er braucht den Orden. Das tut er, stimmte Elise zu. Aber ich glaube, dich braucht er auch. Tavia schüttelte den Kopf und wünschte sich, es wäre so. Ich muss gehen. Bleib doch wenigstens zum Frühstück, sagte Elise. Die Krieger und Renata kommen zu Sonnenuntergang zurück. Vielleicht ist auch Sterling bis dann wieder da. Das kann ich nicht, antwortete Tavia. Sie sah an Elise vorbei, als Dylan ihren feuerroten Kopf aus der Esszimmertür streckte. Noch ein Gedeck mehr? Das war gerade die Frage. Elise beendete den Satz nicht. Denn in der Zeit, in der die blonde Stammesgefährtin sich zu Dylan umdrehte, hatte Tavia die übernatürliche Geschwindigkeit ihrer Stammesgene abgerufen und war durch die Haustür verschwunden. Er war ein Vollidiot. Um zu diesem Schluss zu kommen, hatte er mehrere Stunden gebraucht. Wie ein wildes Tier war er mehrere Dutzend Meilen durch die eisige dunkle Wildnis gerannt, bis er verstand, dass er nie weit genug vor seinem Problem davonlaufen konnte. Sich selbst. Er musste sich seinen Dämonen stellen, statt vor ihnen davonzulaufen oder sie zu verleugnen. Das hatte ihn Tavia durch ihr Beispiel gelehrt. Vom Augenblick an, als er sie zuerst gesehen hatte. Er war nur zu bescheuert gewesen, um das zu kapieren. Er hatte ihr vorhin wehgetan, ihr Angst gemacht, und diesen Schaden musste er wieder gut machen. Denn sie ihn ließ. Er wusste nicht, wie man mit jemand anderem zusammenlebte. Jemand anderen so liebte, wie eine so besondere Frau wie Tavia es verdiente. Aber er wollte es versuchen. So unsicher er war, ob er sich ihrer jemals würdig erweisen konnte, ein Leben ohne sie war für ihn unvorstellbar geworden. Er liebte sie. Und wenn er sich in eine Zelle im Keller des neuen Hauptquartiers des Ordens einsperren musste, um seinem Blutgier auszuhungern, dann war er verdammt noch mal bereit dazu. Seine nackten Füße flogen über den schneebedeckten Waldboden. Er spürte die Kälte nicht, nur das warme Versprechen einer Zukunft, von der er hoffte, Tavia überzeugen zu können, einem Leben mit ihr als seiner Gefährtin. Aber als in der Ferne das mächtige Anwesen vor ihm auftauchte, erkannte Chase, dass sie fort war. Er spürte ihre Abwesenheit, noch bevor er wieder durch das Fenster ins Schlafzimmer einstieg, das sie offengelassen hatte. Wo sie sich geliebt hatten. Wo er sie angefallen hatte, wie das Tier, das er war, und ihr Blut getrunken hatte, bis sie vor Entsetzen geweint hatte. Sein Blut sagte ihm, dass sie jetzt nicht mehr hier war. Der kalten Leere in seinen Adern nach musste sie meilenweit fort sein. Er hatte sie verloren, wahrscheinlich für immer. Er sollte erleichtert sein. Wenn schon nicht für sich selbst, dann wenigstens für sie. Nee, sie hatte die Entscheidung für ihn getroffen. Die sicherste Entscheidung. Die einzige, mit der sie ihr Leben nicht jedes Mal in Gefahr brachte, wenn sie in seine Nähe kam. Er setzte sich auf die Bettkante, nackt und wie beraubt. Die Morgendämmerung kam und sandte blasrosa Lichtstrahlen durch das dichte Tannengeäst. Er sah ihnen einen Augenblick zu und fand nicht die Kraft, die Läden zu schließen. Das erledigte das elektronische Sicherheitssystem des Hauses für ihn, Die automatischen Stahljalousien schlossen sich fest und sperrten den Morgen aus. Er wusste nicht, wie lange er so da gesessen hatte. Als hinter ihm ein lautes Klopfen an der Tür ertönte, kam seine Stimme heiser aus seiner ausgedörnten Kehle. »Ja«, »Harvard«, »Dante sprach durch die grob gezimmerte Holztür.« »Kann ich reinkommen? Seid ihr angezogen, Alter?« Chase knurrte leise. »Sie ist weg«, murmelte er. Die Tür öffnete sich und Dante trat ein. »Ist ihr Arsch kalt bei euche? Was solle das heißen, sie ist wegge?« Chase blickte sich zu seinem alten Freund um, der jetzt verwirrt die Stirn runzelte und sah ihn mit seinen glühenden Augen an. Der Krieger hob das Kinn. »Ach, du Scheiße. Du hast sie doch nicht«, »ich hab von ihr getrunken«, »gab Chase zu.« »Ich hab die Kontrolle verloren. Ich hab ihr ziemliche Angst gemacht. Ich hab ihr wehgetan und jetzt ist sie fort.« Dante starrte ihn lange musternd an. »Diese Frau bedeutet dir etwas?« »Ich liebe sie. Das sollte Grund genug sein, sie gehen zu lassen, oder?« Langsam schüttelte er den Kopf, dachte daran, wie viel besser sie ohne ihn dran wäre. »Ich bin das Letzte, was ihr in ihrem Leben braucht.« »Ist du wohl so«, antwortete Dante ernst, ohne Gnade, in seiner Stimme oder den ernsten Augen. »In diesem Zustand braucht sie dich nicht in ihrem Leben, mein Freund. Niemand, dem etwas an dir liegt, will hier sein und dir beim endgültigen Absturz zuschauen. Sie am allerwenigsten. Und das sage ich nicht, um dir ein Rein zu wirken. »Ich sehe ja, dass du versuchst, dich in den Griff zu kriegen.« »Ja«, stimmte Chase zu. »Das muss ich. Ich will dir beweisen, dass ich meine Sucht besiegen kann.« Dante schüttelte den Kopf. »Nein, Mann. Zuerst du es dir selbst beweisen wollen.« Die Morgendämmerung war kalt, und Teviers Atem bildete eine Wolke, als sie auf der Schwelle des kleinen Hauses stand, das sie bis vor etwa einer Woche noch ihr Zuhause genannt hatte. Die Haustür, an der immer noch der weihnachtliche Kranz mit roten Schleifen und Schlittenglocken hing, war mit dem gelben Absperrband der Polizei versiegelt. Die Glöckchen klingelten, als sie das Band zerriss und ins Haus trat. Drinnen war es still wie in einer Gruft. Eine leere Hülle, die sich jetzt so leer und fremd anfühlte wie das Leben, das sie hier verbracht hatte. Ein Leben, das eine einzige Lüge gewesen war. Langsam ging Tavia durch das Haus und fühlte sich seltsam abgeklärt. Nichts hier gehörte ihr. Nicht die schlichten Möbel oder die fröhliche Dekoration. Nicht einmal die Fotos an den Wänden. Collagen von Schnappschüssen aus einer anderen Zeit. Eine zerstreute Chronik ihrer Kinder- und Teenagerjahre. Ein Leben, das sorgfältig überwacht und manipuliert, aus zahllosen Lügen und Verrat konstruiert worden war. Diese Erinnerungsstücke an ihre Vergangenheit waren einst so real für sie gewesen. Bis vor einer Woche war ihr Leben so normal gewesen. Die meiste Zeit war sie glücklich gewesen. Hatte ihr Leben zu Hause und ihren Job genossen. Hatte akzeptiert, dass die Welt, in der sie lebte, diejenige war, in die sie gehörte. Wie war es möglich, dass das alles so lange ihre Realität gewesen war und doch nichts als eine einzige Lüge? Es war nicht mehr wichtig. Jetzt ließ sie das alles los. Sie empfand keine Bitterkeit, als sie sich umsah. Nichts als ruhige Akzeptanz, als sie den Blick über die Küche schweifen ließ. Auf dem cremefarbenen Fußboden war immer noch der entsetzliche braune Blutfleck, wo die Lakaien, die sich als ihre Tante ausgegeben hatte, sich auf Dragos' Befehl das Leben genommen hatte. Erst jetzt dachte sie an ihn. Dragos, der Schurke, der mit seinen gewissenlosen Machenschaften so viele Morde begangen und Leben zerstört hatte, und Tavia spürte, wie Wut in ihr aufflammte. Wut darüber, was er ihr und den anderen wie ihr angetan hatte, was er dem Orden angetan hatte, über die Untaten, die er auch jetzt noch beging, und sie hoffte, dass sein Ende nicht mehr lange auf sich warten ließ. Ein dunkler Teil von ihr, das mächtige Raubtier, das ihr jetzt vertrauter wurde als ihr altes Ich der letzten 27 Jahre, wollte dabei sein, wenn Dragos seinen letzten Atemzug tat. Sie knurrte auf vor Gier nach blutiger, endgültiger Rache, ihre Glyphen unter ihren Kleidern pulsierten farbig vor Wut. Aber so sehr sie auch zu Dragos' Untergang beitragen wollte, sie durfte mit ihren persönlichen Rachegelüsten nicht im Orden in die Quere kommen. Das war die Schlacht des Ordens, nicht ihre, genauso wie Chase seine Schlacht mit der Blutgier alleine austragen musste. Er hatte sie nicht um Hilfe gebeten, wollte diese Hilfe auch nicht. Das hatte er ihr unmissverständlich klargemacht, und sie akzeptierte es, auch wenn es ihr das Herz brach. Sie war nicht Teil von Chases Welt, auch nicht der des Ordens, und genauso wenig gehörte sie in das vollgestellte, beengte Haus der toten Lakaien. Sie musste ihren eigenen Platz in der Welt finden, einen Ort, wo sie hingehörte, wo auch immer er sein mochte. Doch das Problem war, dass sie immer, wenn sie versuchte, sich ihr neues Leben vorzustellen, Chases gutaussehendes, gehetztes Gesicht vor sich sah. Sie liebte ihn, sie gehörte zu ihm und würde immer zu ihm gehören, selbst wenn seine Krankheit ihn nie aus ihren Klauen ließ. Im Lauf des Morgens hatte sich das Gefühl einer unheilverkündenden Vorahnung über das Hauptquartier gesenkt. Die Neuigkeit, dass es einen Konflikt zwischen Chases und Tavia gegeben hatte und Tavia daraufhin verschwunden war, war nur eine weitere Komplikation in einer Situation, in der alle ernst und angespannt waren. Bracus brütete etwas Großes aus. Niemand konnte sicher sein, was genau er vorhatte, aber nachdem der Orden letzte Nacht einen seiner Leutnants in Boston verhört hatte, waren alle Krieger in einem Zustand grimmiger Erwartung. Und dass der Orden jetzt um zehn Uhr am Morgen weitere fünf oder sechs Stunden ins Haus verbannt war, um das Tageslicht abzuwarten, machte die Lage auch nicht besser. Während die meisten Krieger anderswo versammelt waren, um mit Lucan Informationen und die Taktik ihrer Patrouillen durchzusprechen, saßen Gideon und Lazarus Arker mit Dylan und Jenner im provisorischen Techniklabor. Mit seinen etwa tausend Jahren war Arker einer der ältesten seiner Spezies, sogar noch älter als Lucan. Trotzdem wirkte der gutaussehende, schwarzhaarige Stammesvampir mit den mitternachtsblauen Augen keinen Tag über dreißig. Erst als er von der normannischen Eroberung Englands und den Kreuzzügen erzählte, als wären sie erst im letzten Jahr passiert, wurde Jenner sich der schwindelerregenden Diskrepanz zwischen seiner Lebenserfahrung und seiner jugendlichen Erscheinung bewusst. »Du hältst es also für möglich, dass die Ältesten aktiv eine nichtmenschliche Spezies jagten?«, fragte sie ihn. Arker dachte einen Augenblick nach. »Alles ist möglich. Es könnte erklären, warum mein eigener Vater, einer der acht Ältesten, monatelang verschwand, als ich ein Junge war. Manchmal hat er Versammlungen mit seinen Brüdern erwähnt. Das könnten ohne weiteres solche Jagdzüge gewesen sein, wie du sie im Traum gesehen hast.« »Warum sie umbringen?«, fragte sich Jenner laut. »Ich meine, was war das Problem zwischen ihnen?« Arker hob die muskulösen Schultern. »Die Ältesten waren Eroberer. Wir haben es in deinen Aufzeichnungen gesehen, in der Geschichte, die wir inzwischen aus deinen Träumen zusammengetragen haben. Mein Vater und seine Spezies hatten nichts Menschliches an sich, und sie kannten keine Gnade.« »Er hat recht,« bemerkte Gideon von der anderen Seite des Raumes. Wo er wild auf seine Tastaturen eintippte und sich durch tausende von Datensätzen hackte, die sie Dragos totem Leutnant in New Orleans abgenommen hatten. Bevor der Orden sie getötet hatte, befielen die ältesten menschliche Siedlungen wie ein Heuschreckenschwarm. Sie haben Blut gesoffen, vergewaltigt, Menschen abgeschlachtet. Wer ihnen Widerstand leistete, wurde vernichtet. Jenner nickte und erinnerte sich an den Albtraum von der Flutwelle, die die Bevölkerung einer ganzen Stadt ausgelöscht hatte. In dem eine geflohene Königin erwähnt worden war, die sich geweigert hatte, sich den Ältesten zu ergeben. Die Vernichtung ihrer Stadt war der Vergeltungsschlag der Ältesten gewesen, und seither hatten sie ihre Legion mit hartnäckiger Entschlossenheit gejagt. Mal angenommen, das alles ist wahr, fügte Dylan jetzt hinzu und drehte sich in ihrem Bürostuhl herum. Selbst wenn es auf diesem Planeten eine weitere nichtmenschliche Spezies gibt, die sich mit den Vätern des Stammes einer Art übernatürlichen Zweikampf liefert, bedeutet das immer noch nicht, dass jede Stammesgefährtin einen Vater aus Atlantis im Schrank versteckt hat. »Gedian grinste.« »Wo wir gerade dabei sind. Hat mein Hackerprogramm für die Datenbank des Jugendamtes, das ich für Gabriel geschrieben habe, was gebracht?« »Sie kam an ihre Akte ran, aber viel stand nicht drin«, antwortete Jenner. »Beide Eltern sind als unbekannt eingetragen. Ihre minderjährige Mutter war psychisch schon zu instabil, um bei ihrer Einweisung irgendwelche Details anzugeben. »Und was Gabriels Vater angeht, kann man nur raten. Ihre Mutter hat einen Freund erwähnt, ein Saisonarbeiter, der verschwand, kurz nachdem sie schwanger wurde.« Gedian hob die Brauen, seine blauen Augen blickten fasziniert. »Ein Mann unbekannter Herkunft, der verschwunden ist, nachdem er eine junge Frau geschwängert hat?« »Ach komm schon«, warf Dylan ein, »jetzt sag mir nicht, du hältst das auch für möglich. Gerade dich habe ich für die Stimme der Vernunft gehalten.« »Es klinge logisch«, erhob kapitulierend die Hände. »Ich sag's ja nur.« »Claire recherchiert gerade, wie genau ihre Eltern in Afrika ums Leben gekommen sind«, fügte Jenner hinzu. »Es ist über fünfzig Jahre her, aber die Entwicklungshilfeorganisation, für die ihre Mutter gearbeitet hat, hat ziemlich genaue Aufzeichnungen. In ein paar Tagen durften sie mehr wissen.« Dylan war immer noch skeptisch. »Und dann ist da die Sache mit Tess' Vater. Wer einem Verkehrsunfall zum Opfer fällt, ist doch eher kein Unsterblicher.« Jenner zuckte mit den Schultern. »Ich weiß. Ich brauche noch ein paar Informationen von ihr, bevor ich da etwas ausschließen kann.« Dylan schüttelte ihre dichte rote Mähne. »Und gleichzeitig hältst du es für möglich, dass all diese unsterblichen Krieger, diese Legion aus Atlantis, die einer Königin im Exil dient, seit Jahrtausenden unbemarkt auf diesem Planeten herumläuft.« Jetzt sahen alle drei sie mit fragend hochgezogenen Augenbrauen an. Sie stieß einen gereizten Säufzer aus und hob die Hände. »Ja, ja, ich weiß, aber der Stamm ist anders. Der Stamm hat sich in Gruppen zusammengetan und Kolonien gebildet. Sie schützen ihre Leute. Wenn es da draußen eine unsterbliche Spezies gibt, die Kinder zeugt und sich dann aus dem Staub bacht, will ich nichts damit zu tun haben.« »Vielleicht ist es sicherer für sie,« riet Jenner. Dylan runzelte die Stirn. »Sicherer für einen Unsterblichen?« »Nein,« antwortete Lazarow Arter. »Sicherer für ihre Töchter, wenn sie nie erfahren, wer ihre wahren Väter sind. Zumindest so lange, bis alle eingeschworenen Feinde der Unsterblichen tot sind.« Jenner sah ihn an. »Der letzte Älteste ist inzwischen tot. Aber seine Erinnerungen und seine Geschichte sind in mir immer noch lebendig. Wahrscheinlich so gut wie für immer, wenn Gideon mit seiner Prognose über meine Lebensspanne richtig liegt.« Vielleicht war das der Punkt. Arkas kluge, alterslose Augen glitzerten. Er war der Letzte seiner Art auf diesem Planeten. Er konnte sogar auch der Letzte seiner ganzen Spezies sein. Wenn dem Ältesten klar war, dass sein Tod bevorstand, riet ihm vielleicht sein Ego, einen Teil von sich im Leben zu erhalten. »Aber warum hat er mir die Wahl gelassen, sein wandelnder Erinnerungsspeicher zu sein?« fragte Jenner. »In jener Nacht hat er mich vor die Wahl zwischen Leben und Tod gestellt. Was wollte er damit?« Arka wurde jetzt ernster, beinahe grimmig. »Vielleicht haben wir noch viel über diese Unsterblichen zu lernen. Und durch dich hat der Älteste uns diese Möglichkeit gegeben.« Als die Bemerkung im Raum hing, piepte plötzlich einer von Gideons Computern los. Gideon wirbelte herum und tippte hektisch auf die Tastatur ein. »Das gibt's doch nicht! Kann das wirklich so einfach sein?« Während Jenner und die anderen zusahen, rannte er zu einem Tisch hinüber, auf dem ein halbes Dutzend dicker, schwarzer Halsbänder lagen. Von Dragos entwickelte tödliche UV-Halsbänder, die alle seine im Labor gezüchteten Gen-1-Killer tragen mussten. Auch Hunter und Nathan hatten sie getragen, solange sie in Dragos Diensten waren, und sie hatten beide verdammt großes Glück gehabt, sich von ihnen befreien zu können, ohne dabei ihre Köpfe zu verlieren. Die Träger der Halsbänder auf Gideons Tisch hatten weniger Glück gehabt. Hunter hatte sie von jedem Angehörigen von Dragos Privatarmee eingesammelt, die er getötet hatte. Die meisten der aktivierten Polymerringe waren hoffnungslos verschmort, aber einige hatte Gideon tatsächlich rekonstruieren können, und so eines holte er sich jetzt. »Dank Tavia konnte ich einige passwortgeschützte Dateien öffnen,« erklärte er, trug das Halsband zu einer großen Metallkiste neben seinem Arbeitstisch, legte es hinein und schloss den Deckel. Dann nahm er als improvisierte Fernsteuerung ein Handy und begann, eine Sequenz einzutippen. Wenn meine Berechnungen stimmen, dürfte dieser Code den Auslöser deaktivieren. Das Halsband in der Kiste begann leise zu summen. »Ach, du Scheiße!« Gideon wurde etwas blass. »Acker, Entdeckung!« Bevor Janna wusste, wie ihr geschah, fanden sie und Dylan sich auf dem Boden wieder, abgeschirmt von den mächtigen Körpern der beiden Stammesvampire, gerade als gleißend helles UV-Licht unter dem Deckel der Metallkiste hervorbrach. Genauso schnell war es wieder verschwunden. »Ich werd verrückt,« sagte Gideon und stand auf, damit Janna unter ihm ebenfalls aufstehen konnte. Die Schutzmaßnahme war für Dylan und sie unnötig, aber bei Gideon und Arcker war die Sache anders gelagert. Gideon fuhr sich mit der Hand durch seinen wirren, blonden Schopf, sodass das Computergenie noch zerzauster wirkte. »Das war das erste Mal, verdammt!« »Du hast doch nie eines von den Dingern detonieren sehen?« fragte Arcker, reichte Dylan eine Hand und zog sie vom Boden hoch. Gideon knurrte und schüttelte den Kopf. »Nein, geirrt hab ich mich noch nie!« Dann grinste er schief zu ihnen hinüber. »Aber dafür weiß ich jetzt, wie ich diese Scheißdinger per Fernbedienung hochgehen lassen kann.« In diesem Augenblick erschien Tess in der offenen Tür des Techniklabors. Sie sah sich in der Runde und dann im Raum um, als spürte sie, dass gerade etwas schiefgelaufen war. »Savanna sagte, du willst mich sprechen, Janna?« »Ja,« sagte sie und sah ihr in die sanften, aquamarinenblauen Augen. »Ich wollte dich ein paar Sachen zu deinem Vater fragen.« »Klar, aber viel gibt's dir nicht zu erzählen. Er ist in Chicago gestorben, als ich vierzehn war.« »Verkehrsunfall«, sagte Dylan neben Janna. Tess nickte. »Genau, warum fragst du?« »Bist du sicher, dass es ein Verkehrsunfall war?«, bohrte Janna. »Absolut. Er war in einem Cabrio mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Mein Vater fuhr gerne schnell.« Sie lächelte traurig. Er lebte gerne wild und gefährlich, kannte keine Angst. Janna fühlte mit dem jungen Mädchen, das einen Vater verloren hatte, den sie offensichtlich sehr geliebt hatte. »Wie ist es passiert?« Laut der Unfallzeugen wollte er einem Hund ausweichen, der im Fossauto gelaufen ist. Er geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein Laster kam ihm entgegen. Bei ihrem alten Job bei der Staatspolizei von Alaska hatte Janna genug Frontalzusammenstöße gesehen und konnte sich vorstellen, was passiert war. Aber sie musste die Antwort von der Stammesgefährtin selbst hören. »Wie genau ist er gestorben, Tess?« Er wurde geköpft. Er war sofort tot. »Ich kann keine schöne Frau alleine trinken sehen.« Tavia machte sich nicht die Mühe, aufzusehen, als der ältere Mann im Anzug am anderen Ende des Bartresens in der Hotellounge endlich seinen Mumm zusammengenommen hatte, zu ihr hinüberzuschlendern und sie anzubaggern. Ihr Getränk war längst leer, und ihren Hamburger mit Pommes zum Mittagessen hatte sie kaum angerührt. »Mir ist nicht nach Gesellschaft.« »Geht mir auch so, hatte die letzten paar Tage viel zu viel davon. Das ist immer das Narfige an den Weihnachtsfeiertagen.« Sein Leitbier schwappte in der Flasche, als er auf den leeren Barhocker neben ihr zeigte. »Macht sehen was aus, wenn ich mich setze?« Jetzt fauchte sie praktisch. »Und wenn ja?« Er kicherte, als wäre das Einladung genug, und ließ sich neben ihr auf den Barhocker plumpsen. Ohne ihn anzusehen wusste sie schon am Geruch, was sie daneben sich hatte. Die billige Hotelseife und das Designerparfum auf seiner Haut konnten den frischen, charakteristischen Sexgeruch nicht überdecken, der an ihm klebte. Sie roch Weichspüler und Sprühstärke auf dem weißen Hemd, das er unter seinem billigen Anzug von der Stange trug. Er roch immer noch schwach nach Kerosinabgasen, offenbar war er im Fluggepäck gewesen. Er trug keinen Ehering, aber sie brauchte nicht nachzusehen, um zu wissen, dass sie seinen schwachen, hellen Umriss in der Sonnenbräune finden würde, die wahrscheinlich von einem Besuch in Disney World mit der Familie vor nicht allzu langer Zeit stammte. »Geschäftlichen, Boston?« fragte sie. Er stellte seine leere Bierflasche auf dem Tresen ab und drehte sich auf seinem Hocker zu ihr um. »Vertretertagung hier im Hotel in den nächsten paar Tagen. Bin diesen Nachmittag angekommen.« Tavia lächelte ihm angespannt zu und widerstand nur knapp dem Drang, ihre Fänge blitzen zu lassen. »Sie lassen ihr nichts anbrennen. Weiß Ihre Frau, dass Sie sie betrügen, wenn Sie auf Geschäftsreise sind?« Er erstarrte. »Meine... was zur Hölle wissen Sie von meiner Frau?« Sie grinste in ihren Teller, als er sich verärgert von seinem Barhocker gleiten ließ und davonstapfte, um sich zu seinen Kollegen zu gesellen. Wieder allein konnte Tavia sich ein leises Lachen nicht verkneifen. Ihr neues Leben als Stammesvampiren, mit übernatürlich scharfen Sinnen, hatte durchaus seine amüsanten Seiten. Sie winkte nach der Rechnung und kramte in ihrer Jeans nach ihrem Geld. Bevor sie heute das Haus verlassen hatte, hatte sie die 200 Dollar Notreserve aus der Küchenschublade mitgenommen. Die würde schließlich niemand vermissen. Lange würden sie allerdings nicht reichen, und dann musste sie sich etwas anderes überlegen. Sie fühlte sich schon schuldig genug, dass sie sich einfach selbst ein Zimmer genommen hatte, als das Hotel ihr ohne Kreditkarte und Ausweis keines geben wollte. Es war kinderleicht gewesen, mental ein leeres Zimmer direkt neben dem Treppenhaus aufzuschließen. Ein Fluchtweg, falls ein legitimer Hotelgast mit einem Zimmerschlüssel kam und sie schnell verschwinden musste. »Darf sonst noch was sein?«, fragte der Barmann, als sie mit der Rechnung herüberkam. Tavia schüttelte den Kopf. »Nein, danke.« Sie warf einen Blick auf die Rechnungssumme und gab ihm ein großzügiges Trinkgeld. Jetzt, wo die Bar sich mit einem Dutzend weiterer Geschäftsmänner füllte, die nach billigem Bier, Zigaretten und schlechtem Rasierwasser rochen, wollte sie lieber von hier verschwinden. Sie glitt vom Barhocker und kam kaum durch die Menge in der Lounge, die sich jetzt immer mehr füllte. Die Leute bewegten sich auf einen Flachbildschirm zu, der am anderen Ende der Bar an der Decke montiert war. Sie dachte schon, dass gleich ein wichtiges Spiel übertragen wurde, bis mehrere der versammelten Männer, die gebannt auf den Fernseher starrten, sich mit großen Augen bekreuzigten. »Verdammt!«, murmelte jemand düster. »Drehen Sie doch mal lauter, ja?« Die Lautstärke wurde voll aufgedreht und Tavia starrte entsetzt auf die Live-Übertragung eines europäischen Nachrichtensenders. Der Reporter sprach deutsch, aber man musste die Sprache nicht können, um zu erfassen, was gesagt wurde. Die Szene, die hinter ihm in mehreren simultanen Video-Übertragungen gezeigt wurde, war das absolute Chaos. Schreiende, weinende Menschen rannten um ihr Leben durch die dunklen Straßen einer Stadt. Wilde Maschinengewehrsalven ertönten in der Ferne. Von Geschäften und Hochhäusern stieg Rauch auf. Mitten auf den Straßenkreuzungen standen verlassene Autos, alle Türen geöffnet, das Metall verbogen und zerquetscht von einer so brutalen Kraft, wie die Menschheit sie noch nie zuvor gesehen hatte. Und die Leichen. Es waren Dutzende. Und sie lagen wie zerbrochene, blutüberströmte Puppen herum. Der Reporter redete weiter. Seine Stimme versagte vor Bewegtheit, und er versuchte, die Tränen zurückzuhalten, während seine Stadt vor den Augen der ganzen Welt geplündert wurde. Am Ende verlor er die Fassung. Er schluchzte auf, und in dem Augenblick, bevor er sich in einem unverständlichen Heulen des Entsetzens auflöste, heilte ein Wort in Taviers Herzen wieder wie ein Schrei. Vampire. Lucan spürte seine Beine nicht mehr. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte er sich völlig machtlos. Er stand im großen Saal des provisorischen, unzureichend ausgerüsteten Hauptquartiers, hatte das Telefon auf Lautsprecher gestellt und hörte gemeinsam mit dem Rest des Ordens Andreas Reichens Bericht aus Berlin zu. Zu Sonnenuntergang hatten sich die Reha-Einrichtungen der Agentur in ganz Europa geöffnet und hunderte blutsüchtiger Rogues auf die artlose, unvorbereitete Menschheit losgelassen. Es sind in erster Linie die Großstädte betroffen, dort ist die Situation derzeit am schlimmsten, sagte Reichen. Seine Stimme mit dem deutschen Akzent klang grimmig und hölzern. In Deutschland sind's Berlin, Frankfurt und München. Auch aus Frankreich werden hunderte von Opfern gemeldet. Ebenso auch aus Polen und Tschechien. Jede Stunde gibt's neue Live-Berichte. Lukin wollte brüllen vor Wut, etwas zerstören, seine Wut herausschreien, bis das Haus um ihn zu einem brennenden Trümmerhaufen einstürzte. Aber er schaffte nicht einmal, seine Fäuste zu öffnen. Er konnte kaum Worte bilden. Seine Kehle war staubtrocken geworden, seit vor wenigen Minuten die ersten Medienberichte von den Vampirattacken in Europa kamen. Und nun hatte Reichen ihnen das Schlimmste bestätigt. Das alles war Dragos' Werk. Das war der Schachzug, mit dem er sie matt setzen wollte. Den Luke nicht vorhergesehen hatte. Zu dem er Dragos nie für fähig gehalten hatte. So unvorstellbar war er. So endgültig. Arno Pikes höhnische Worte der letzten Nacht trafen ihn jetzt wie ein Schlag in den Magen. Du kommst zu spät. Dragos hat schon gewonnen. Was konnte der Orden dagegen tun? Wie konnten sie die Situation unter Kontrolle bekommen, wenn die befreiten Rooks so viel mehr waren als sie und gleichzeitig in mehreren Regionen der Erde losgelassen wurden? Wie konnte irgendjemand hoffen, den Schaden rückgängig zu machen, den Dragos mit diesem Vergeltungsschlag angerichtet hatte? Der Schleier der Geheimhaltung, des provisorischen Friedens, hinter dem der Stamm seit Jahrtausenden gelebt hatte, war nun mit einem Schlag weggerissen worden. Das konnte nie wieder rückgängig gemacht werden. Jetzt war der Stamm auf die schlimmstmögliche Weise vor der Menschheit enttarnt. Als Monster. Als gewissenlose, seelenlose Killer. Und die Angriffe in Europa waren erst der Anfang. Luken kannte Dragos jetzt gut genug, um zu wissen, dass dasselbe schreckliche Blutbad schon bald auch die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko treffen würde. Keine drei Stunden mehr bis Sonnenuntergang. Der Abend kam schnell. Hol mir Matthias Rowan ans Telefon, sagte er zu Gideon. »Ich will eine absolute Ausgangssperre für alle Rehabilitierungseinrichtungen der Agentur in Nordamerika. Sag ihm, er muss es sofort tun!« Während Gideon zum Telefon rannte, sah Luken die Krieger und ihre Gefährtinnen an, die jetzt um ihn versammelt waren. Dante und Tess, ihren neugeborenen Sohn in den Armen, Tegan und Elise, grimmig angesichts der düsteren Welt, die ihr eigener Sohn erben würde, Ryo und Dylan, die sich fest an den Händen hielten. Ryo's vernarbtes Gesicht war angespannt und ernst. Nico und Renata hatten beide eine mutige Fassade aufgesetzt und hielten Myra beschützend im Arm. Kate und Alex standen eng aneinandergeschmiegt neben Brock und Jenna. Sie weinte stumm, er hatte die Arme um sie gelegt. Hunter und Corinne blickten stoisch, obwohl sie sich so fest an den Händen hielten, dass die Fingerknüchel weiß wurden. Die beiden standen mit Corinnes Sohn Nathan bei den Argers. Auf Lukens anderer Seite standen Savannah und Gabriel, die beiden Frauen aufrecht und resolut, so tapfer und mutig wie jeder Krieger. Und auch Chase war da. Er blieb in der Raumecke, niemand hatte ihn eingeladen. Nichtsdestotrotz war er in voller Kampfmontur, trug schwarze Drillichhosen und Kampfstiefel, seine Waffengürtel um Hüften und Brust mit Waffen gespickt. Luken sah ihn und nickte ihm zum Dank zu. Bei dieser Mission brauchten sie jeden Mann. Chase würde nie eine bessere Chance haben, sich zu beweisen. Luken konnte dem Krieger ansehen, dass er genau das vorhatte, oder bei dem Versuch untergehen würde. Jedes Augenpaar war auf Luken gerichtet, wartete auf seine Entscheidung, vertraute ihm jetzt, das Richtige zu tun. Sie anzuführen, wie er es noch nie hatte tun müssen. Er durfte sie nicht enttäuschen, und das würde er auch nicht. Gideon kam wieder in den Raum zurück und hielt Luken ein Handy entgegen. Rowan ist dran. Er sagt, alle Einrichtungen der Agentur Nordamerika sind offline, technische Störung auf allen Kanälen. Keine Chance für eine Ausgangssperre. Es bedeutete, dass Dragos diesen Schritt vorhergesehen und seine Vorkehrungen getroffen hatte. Luken warf seinen Brüdern einen ernsten Blick zu. Alle fertig machen. Wir brechen vor Sonnenuntergang auf. Tavia zitterte immer noch, als sie am späten Nachmittag in der Stadt unterwegs war. Überall redeten die Leute über die Katastrophe in Europa. Europäische Länder baten die internationale Gemeinschaft um Notstands- und Katastrophenhilfe, flehten verzweifelt die Regierungen der Vereinigten Staaten und anderer Nationen um umgehende militärische Unterstützung an. Es war entsetzlich und surreal, wie die Welt sich nach nur ein paar Stunden grundlosen Blutvergießens verändert hatte. Und Tavia war sicher, dass Dragos dahinter stand. Sie hatte jede Menge Fotos und Fernsehberichte gesehen, die die wilden, blutverschmierten Gesichter der Angreifer zeigten. Der Vampire, so wie die Menschheit sie jetzt kannte. Sie waren Rogues, jeder einzelne von ihnen. Nicht zum ersten Mal seit dem Beginn der Angriffe dachte sie daran zurück, was Chase ihr von der Reha-Einrichtungen der Agentur erzählt hatte. Er hatte erwähnt, wie groß die Gewaltwelle, wie total das Gemetzel sein würde, wenn blutsüchtige Rogues plötzlich auf die Menschheit losgelassen würden. Und jetzt hatte Dragos diesen Albtraum in Europa wahrgemacht. Er musste aufgehalten werden, bevor er die Chance hatte, noch mehr Schrecken zu verbreiten oder die Bewohner des Planeten in noch größere Gefahr zu bringen. Wenn sie nur irgendwie in seine Nähe kam, würde sie eine Möglichkeit finden, ihn zu töten. In den letzten paar Stunden hatten sich die Anfänger eines Plans in ihrem Kopf gebildet, genau das zu tun. Sie eilte zu Fuß in die Wohngegend Beck Bay, gerade als der Sonnenuntergang die Stadt in kühle Schatten tauchte. Leichter Schneefall dämpfte etwas von dem Verkehrslärm der verstopften Straßen und den nervösen Unterhaltungen der Fußgänger auf den Gehwegen und Gassen. Tavia sah die vertraute alte Villa vor sich auf der anderen Straßenseite. Sie wartete, bis ein Linienbus vorbeigefahren war, dann trat sie auf die Fahrbahn der Einbahnstraße, um sie zu überqueren. Als sich die giftige Abgaswolke des Busses verzogen hatte, fand sie sich Auge in Auge mit einem Monster. Der Rogue stand im Zwielicht auf dem Gehsteig, in einem zerschlissenen, blutigen Anstaltskittel gekleidet. Er legte den Kopf schief und starrte sie an, Gesicht und Hals noch blutverschmiert von seiner letzten Beute. Tavias Fänge pulsierten beim Geruch der frischen roten Zellen, aber der Adrenalinstoß, der sie jetzt durchzuckte, hatte mit Hunger nichts zu tun. Eisige Angst schoss ihr durch die Adern und den Rücken hinauf. Oh Gott! Auch hier würde das Gemetzel beginnen. Mit einem tierischen Schnüffeln und einem tiefen Knurren kam der Rogue vom Bordstein auf sie zu. Tavia duckte sich vor ihm weg und rannte auf die nächste Seitenstraße zu. Sie sah sich um, vergewisserte sich, dass er ihr folgte. Der Angstklumpen, der sich in ihrem Magen bildete, als sie sah, wie er ihr mit gebleckten Fängen nachschlich, war kalt wie Eis. Sie rannte tiefer in die Straße hinein und griff nach der Waffe, die sie sich hinten in den Bund ihrer Jeans gesteckt hatte. Die schweren Schritte des Rogues knirschten auf dem gefrorenen Asphalt. Tavia schlüpfte um die Ecke einer Villa und wartete ein paar Sekunden, bis der schwerfällige, riesige Vampir auftauchte. Dann schlug sie zu, blitzschnell und geräuschlos. Die Klinge fuhr dem Rogue in die Brust und er blieb abrupt stehen. Er grunzte etwas Unverständliches und hob die Hände zu der Wunde, die über seinem Herzen zu bluten begann. Das Titan wirkte schon. Es drang in den Blutkreislauf des Rogues, schoss durch seine verseuchten Venen und Arterien wie Gift, genau wie Chase gesagt hatte. Auf diesen guten Rathen hatte Tavia vor einigen Stunden einem Pfandleigeschäft einen Besuch abgestattet und die Hälfte ihres restlichen Bargelds in diesen Dolch investiert. Gut gemacht, dachte sie, und sah zu, wie der Rogue auf die Knie fiel und das Metall ihm schnell den Garaus machte. Jagdmesser aus Titan, gebraucht, 63 Dollar, Wirkung auf Rogues, unbezahlbar. Sie wartete nicht ab, bis der Rogue sich zu zischendem Glibber zersetzte und sich dann in Asche auflöste. Stattdessen wischte sie die Klinge ab, steckte sie ein und rannte zu Chases dunklem Hafen. Als sie an der Haustür der verwaisten Sandsteinvilla ankamen, ertönte in einem anderen Teil der Nachbarschaft ein markerschütternder Schrei. Noch mehr Rogues auf Beutezug, noch mehr Menschen wurden gerade getötet. Die Nacht kam und das Entsetzen, das sie brachte, war schon da. Die Welt um ihn herum in der Dunkelheit brannte und blutete. Chase betrachtete die Katastrophenszenerie vom Rücksitz des rasenden, schwarzen Rover des Ordens, Dante und Renata schweigend neben ihm. Rio saß mit grimmigem Gesicht hinten auf dem Notsitz, Lucan stoisch und mit zusammengebissenen Zähnen neben Nikolai auf dem Beifahrersitz. Sie hatten schon Meilen hinter sich. Dank Nikos halsbrecherischen Tempos hatten sie eine Strecke von über fünf Stunden Fahrzeit in knapp drei Stunden zurückgelegt. Rog folgte mit dem zweiten Fahrzeug und brachte den Rest der Einsatztruppe des Ordens nach Boston. Selbst Lazaro Arca hatte Kampfmontur angelegt und Waffen umgeschnallt, um heute Nacht mit den Kriegern in die Schlacht zu ziehen. Sie konnten, weiß Gott, jede Hilfe gebrauchen. Laut Matthias Rowan waren allein in den Reha-Einrichtungen an der Ostküste fast 100 Rogues freigelassen worden. Es würde Wochen dauern, sie alle zu neutralisieren, wahrscheinlich sogar länger. Und dabei waren die vielen Rogues noch nicht mit eingerechnet, die heute Nacht wohl auch in anderen Teilen Nordamerikas losgelassen wurden. Die Chancen für den Orden, der Lage Herr zu werden, standen schlecht. Sie würden sich aufteilen und das Problem von mehreren Richtungen aus gleichzeitig in Angriff nehmen müssen. Aber Boston war derzeit ihre größte Sorge. Hier hatte Dragos offenbar am starksten zugeschlagen, zweifellos, um vor den Kriegern mit seiner Macht zu prahlen, indem er auf dem heimatlichen Territorium des Ordens eine wahre Hölle auf Erden entfesselte. Je näher sie der Stadt kamen, desto schlimmer wurde das Chaos. Auf beiden Seiten des Highways brannten immer wieder Häuser, hellorange Flammen schossen in den Nachthimmel. In beiden Fahrtrichtungen herrschte Verkehrschaos, als panische Fahrer sich auf den diversen Hauptverkehrsadern durch die Stadt kämpften. Überall schrillten Sirenen. Und in den Wohnvierteln und Straßen rannten Menschengruppen in blinder Verwirrung zu Fuß hin und her, flohen mit vor Entsetzen verzarrten Gesichtern vor einer Gefahr, der sie nie entkommen würden. Wohin Chase auch blickte, überall sah er nichts als blutigen Wahnsinn. »Cristo!« zischte Rio in der gruftähnlichen Stille des Rover. Aus dem Augenwinkel sah Chase, wie der respekt-einflößende spanische Krieger sich bekreuzigte und ein kleines heiligen Medaillon, das er an einer dünnen Kette um den Hals trug, in stummem Gebet an die Lippen drückte. Vor ihnen ragte jetzt die Skyline von Boston auf. Schwarzer Rauch stieg von brennenden Gebäuden und den Autowracks auf, die von ihren fliehenden Besitzern auf den Straßen zurückgelassen worden waren. Schreier erfüllten die Luft. Über der ganzen Stadt hing eine Kakophonie der Gewalt. Chase dachte an Tavia. Seit er mit dem Orden nach Boston aufgebrochen war, war sie ihm keine Minute lang aus dem Sinn gegangen. Er wusste, dass sie in der Nähe war, irgendwo hier in der Stadt. Er spürte sie in seinem Blut. In seinen Adern prickelte immer noch ihre Angst, die er aufgefangen hatte, kurz nachdem der Orden nach Boston aufgebrochen war. Das heftige, aber kurze Gefühl war längst wieder abgeklungen. Er klammerte sich an das Wissen, dass sie jetzt in Sicherheit war, dass sie lebte und unversehrt war, während der Rest der Welt sich vor seinen Augen in Blutvergießen und Zerstörung auflöste. Trotzdem wurde er fast überwältigt von dem Drang, die Wagentür aufzureißen und zu ihr zu rennen, aber seine Pflicht war hier beim Orden, jetzt mehr als je zuvor. Und solange er nur wusste, dass sie lebte, konnte er heute Nacht tun, was getan werden musste. Tavia war eine starke, fähige Frau. Das war sie schon vor der Enthüllung ihrer Abstammung gewesen. Sie war klug und vernünftig. Das wusste er. Er tröstete sich mit der Tatsache, dass seine Liebste, seine Gefährtin, wenn er sich denn jemals ihrer würdig erweisen sollte, die außergewöhnlichste Frau war, der er je begegnen würde. Aber sie war auch mutig und entschlossen. Zwei Dinge, die ihm Sorgen machten, als er darüber nachdachte, was sie tun würde, wenn die Gewalt, die Dragos heute Nacht hier entfesselt hatte, sie erreichen sollte. Er betete darum, dass sie einen sicheren Ort fand und dort blieb, bis er und der Orden diese höllische Situation unter Kontrolle gebracht hatten und er sie endlich suchen konnte. Auf dem Beifahrersitz funkte Luke in dem zweiten Fahrzeug. Tag in. Geh mit dem Team nach Northend, um dort aufzuräumen. Wir anderen fangen unten in Sazi an, so treiben wir die Rogues aus beiden Richtungen zusammen und erwischen so viele wie möglich. Roger, kam die grimmige Antwort. Hinter ihn drehten die Scheinwerfer des Rover abrupt ab, als Brock durch den Hindernisparcours von Stau und Verkehrschaos schlängelte und dann das Gaspedal durchdrückte. Alle Mann fertig machen, sagte Luke und warf einen ernsten Blick auf die anderen. Das wird eine lange, blutige Nacht. Der Terror dauerte bis zur Morgendämmerung an. Tavia hatte kein Auge zugetan. Wahrscheinlich hatte das niemand in der Stadt. Wahrscheinlich hatte niemand im ganzen Land in dieser scheinbar endlosen, hoffnungslosen Nacht voller Schreie und Gewalt auch nur eine Minute Schlaf gefunden. Erst als der Tagesanbruch die Rogues in ihre Verstecke trieb, hatten die Angriffe nachgelassen. Seither waren die Schreie der Trauernden, Verzweifelten und Verlorenen zu hören. Der Morgen danach in einem Kriegsgebiet, dessen ganzen Schrecken die wenigsten Menschen erfassen konnten. Und das war noch nicht vorüber. Sobald die Sonne unterging, würde eine erneute Todeswelle kommen. Das wusste Tavia mit einem Grauen, das ihr bis ins Mark ging, als sie die Haustür von Chases dunklem Hafen öffnete und hinaus ins Tageslicht trat. Ihr Plan, Dragos zu finden, hatte sich über Nacht gefestigt. Sie hatte die notwendigen Maßnahmen ergriffen, die Methode ausgeklügelt, wie sie in seine Nähe kam und den Bastard mit etwas Glück töten konnte. Als Tavia mit raschen Schritten aus der alten Villa trat und losging, empfing sie ein wahres Armageddon. Überall standen verlassene Autos mit blinkenden Scheinwerfern herum. Das Schrillen ihrer Alarmanlagen vermischte sich mit dem melodiösen Klingeln von tausenden von Handys, die niemand mehr abnahm, zu einer misstönenden Symphonie. Rauch und Asche wirbelten aus den schwelenden Trümmern geplünderter Geschäfte und Wohnhäuser und auf den schneebedeckten Plätzen und verwaisten Gehsteigen standen riesige Blutpfützen. Boston war eine Geisterstadt geworden. Niemand riskierte es, auf die Straße zu gehen, außer Tavia und den Mitarbeitern des Katastrophenschutzes, die mit grimmigen Gesichtern die verwüsteten Straßen patrouillierten, oder den Teams der Gerichtsmediziner, die die zahllosen Leichen zudeckten und abtransportierten. Mit gesenktem Kopf eilte Tavia zu ihrem Ziel. Ihr Tränten die Augen angesichts all der Abscheulichkeit und Zerstörung. Sie ging ans andere Ende der Stadt, zum Polizeirevier von Suffolk County, demselben, wo sie erst vor einer Woche gewesen war. Es kam ihr vor, als wäre ein Jahrzehnt vergangen, seit man sie dorthin bestellt hatte, um den namenlosen Schützen von Senator Clarences Weihnachtsfeier zu identifizieren. Ihre Welt hätte sich nicht grundlegender ändern können, als sie es in den paar Tagen danach getan hatte. Die Realität war auf den Kopf gestellt, und jetzt war der angebliche Wahnsinnige der Mann, den sie so liebte wie niemanden sonst, ohne den sie nicht mehr leben wollte. Und sie war fest entschlossen, wieder mit ihm zusammenzukommen, sobald sie ihren Teil beigetragen hatte, ihren gemeinsamen Feind zu vernichten. Miss Fertschald! »Tavier!« Über den Lärm in dem geschäftigen Revier hinweg hörte sie Detective Averys Stimme, kurz nachdem sie eingetreten war. Sie blickte auf und sah, wie der ältere Polizist auf sie zueilte. Sein Gesicht sah verhärmt und abgespannt aus. Mit offener Besorgnis musterte er sie von Kopf bis Fuß. »Mein Gott, fehlt Ihnen auch nichts!« Sie war in Ordnung, aber die Schürfwunden und Prellungen auf ihrem Gesicht und Körper vermittelten ein anderes Bild, genau wie beabsichtigt. Außer diesen Verletzungen, die sie sich selbst zugefügt hatte, waren ihre Jeans und der schwarze Pulli mit den langen Ärmeln zerrissen, ihre verdreckten Halbschuhe blutgetränkt. Letzteres Ergebnis ihres Fußmarsches ins Revier. »Kommen Sie mit! Ich finde jemanden, der Sie verarztet!« sagte der freundliche Detective, der ihr Schweigen offenbar als Schock interpretierte. Er führte sie durch das Gebäude, durch die Gruppen nervöser Polizeibeamter, die in kollektiver Benommenheit im Gebäude ankamen oder es verließen. »Wenigstens sind Sie am Leben, Gott sei's gedankt!« redete er weiter und führte sie zu einem leeren Stuhl in einem unbesetzten Büro. Mit zitternden Händen nahm er den Hörer des schwarzen Telefons auf dem Tisch ab und wählte eine Nummer. Dann knallte er fluchend den Hörer wieder auf die Gabel. »Besetzt! Könnte sein, dass das Telefonnetz tot ist! Da draußen bricht die ganze verdammte Stadt zusammen! Ich kapiere noch gar nicht, was in den letzten Stunden passiert ist! Ich meine, das kann doch alles gar nicht wahr sein!« Tavia empfand Mitleid für den Schrecken, den dieser Mann und der Rest seiner Spezies erlitten. Aber sie hatte keine Worte des Mitgefühls für ihn, hätte sowieso nichts Angemessenes sagen können. Sie war einzig und allein auf ihr Vorhaben konzentriert und betrachtete aufmerksam die Dutzenden von Gesichtern, die an ihr vorbeigingen. Schließlich fand sie eines, das sie suchte. Über die wogende Menschenmenge hinweg sah sie plötzlich in kalte, tote Augen. Der Lakai erkannte sie sofort, wusste, was sie war. »Bin gleich wieder da!« murmelte Tavia dem Detective zu. »Ich brauche einen Schluck Wasser.« Avery protestierte nicht und machte auch keine Anstalten, ihr zu folgen. Er war schon wieder völlig von einem Beamten in Uniformen Anspruch genommen, der ihm ein Update über die Situation draußen gab. Tavia eilte an den Menschen vorbei zu dem Lakai. »Ich muss zu deinem Herrn!« Er verzog den Mund. »Befehle nehme ich nur von ihm selbst entgegen.« »Ich komme gerade aus dem Hauptquartier des Ordens,« drängte sie. »Ich glaube, es durfte Dragos interessieren, was ich ihm zu sagen habe.« Der Lakai in Uniform starrte sie lange an und dachte nach. »Folgen Sie mir.« Sie ging mit ihm durch eine Hintertür auf den Parkplatz hinaus und der Lakai wählte eine Nummer, ließ einmal klingeln und legte dann wieder auf. Eine Sekunde später klingelte sein Handy. Tavia konnte ihre Verachtung kaum verbergen beim Klang von Dragos Stimme, der sich ungehalten nach dem Grund für die Störung erkundigte. Der Lakai informierte ihn, dass Tavia bei ihm war und erhielt dann knappe Anweisungen, sie nach Waffen zu durchsuchen. Er steckte das Handy ein, während Dragos noch dran war, und begann sie abzutasten. Er fand die Titanklinge sofort, nahm sie ihr mit einem selbstgefälligen Grinsen ab und schob sie in den Ledergürtel seiner Polizeioniform. Seine Hände waren grob. Er fuhr ihr beide Beine und Schenkel ab, bevor er sich ihren Oberkörper vornahm. Er verweilte etwas zu lange bei ihren Brüsten und Tavia knurrte warnend und zeigte ihm die Spitzen ihrer Fänge. Der Lakai wich zurück und sprach in sein Handy. »Sie ist sauber. Was soll ich mit dir tun, Meister?« Dragos' Stimme klang drohend, mit einem intriganten Unterton, der ihr eine Gänsehaut verursachte. »Die Frau festhalten und weitere Instruktionen abwarten.« »Die bestätigten Opferzahlen weltweit gehen in die Tausende.« Luke nickte, als Matthias Rowan ihm am Morgen nüchtern diese Nachrichten überbrachte. Sie waren alle in seinem dunklen Hafen. Dorthin hatte der Orden sich schließlich nach der langen Nacht zurückgezogen. Nicht einmal Dragos konnte es mit der aufgehenden Sonne aufnehmen. Der Tagesanbruch war der ganze Stamm, Krieger, Zivilisten und Rogues, gezwungen, Schutz zu suchen. Im Hintergrund seppten Tag and Chase und die anderen Krieger durch die Fernsehkanäle. Das alles war völlig surreal. Nicht nur die Berichte von den Massenmorden und Verwüstungen der letzten 18 Stunden, sondern auch, wie offen die Polizeibehörden und Regierungsbeamten der Menschen jetzt über die unbestreitbare Existenz von Vampiren redeten. Und die Menschheit betrachtete sie als ihre Feinde. Wilde, blutrünstige Monster. Eine tödliche Geißel der Menschheit, die schnell und gezielt ausgelöscht werden musste. Lucan erkannte Myras Vision in den Fernsehbildern und Fotos wieder, die auf der ganzen Welt gesendet wurden. Er hatte sie letzte Nacht selbst erlebt, als er mit seinen Stiefeln durch Blut gewartet war. Überall Leichen von Menschen und Rogues, so weit sein Auge reichte. Er spürte bittere Reue, dass er Dragos nicht gestoppt hatte, bevor er diese Hölle hatte entfesseln können. Und dieser Albtraum hatte gerade erst begonnen. Europa rüstete sich wieder für den Einbruch der Dunkelheit, hatte die Armee einberufen, um die größten Städte vor erneuten Angriffen zu sichern. Alle beteten darum, dass er nicht kam, aber Lucan und der Rest des Ordens wussten es besser. Obwohl keiner der Krieger oder Matthias Rowan viel gesagt hatte, fragten sie sich alle, wie sie es schaffen sollten, einen Angriff dieser Größenordnung zu bekämpfen. Sie waren hier nur etwa ein Dutzend gegen Hunderte von Rogues auf zwei Kontinenten. Zwanzig, wenn man Rowan und die paar Agenten mitrechnete, für die er sich verbirgt hatte. Gute Männer, die sich sofort der guten Sache angeschlossen hatten. Dann noch ein paar mehr in Europa. Reichensleute. Aber der Orden und seine neuen Verbündeten konnten nicht überall sein. Sie brauchten zehnmal mehr Männer, um die Rogues auszulöschen, bevor ihnen noch mehr Unschuldige zum Opfer fielen. Bevor die Menschen zum Gegenschlag ausholten. »Sind die Ausgangssperren in Kraft?« fragte Lucan. Solange die Rogues nicht unter Kontrolle waren, würde es keinem Stammesvampir gestattet sein, Nahrung zu sich zu nehmen. Denn für die Menschen gab es zwischen einem gesetzestreuen, zivilen Stammesvampir und einem Rogue keinen Unterschied. Als Sicherheitsmaßnahme für den ganzen Stamm hatte Lucan verlangt, dass die dunklen Häfen bis auf weiteres eine nächtliche Ausgangssperre verhängten. Rowan warf ihm einen zweifelnden Blick zu. »Wir tun unser Bestes, aber wir kommen mit der Benachrichtigung der dunklen Häfen nur langsam voran. Die Infrastruktur der Agentur ist seit den ersten Angriffen größtenteils zusammengebrochen.« »Macht weiter«, sagte Lucan zu ihm, »wir haben schon genug zu tun, ohne uns auch noch über Zivilisten Sorgen machen zu müssen, die in die Schusslinie geraten.« Die Agentur hatte sich über Nacht praktisch aufgelöst. Die Kommunikationsnetze waren zusammengebrochen. Dragos' verborgenes Netzwerk von Anhängern, einschließlich zwei Direktoren der Agentur, einer in Seattle, ein weiterer in Europa, hatten sich öffentlich loyal gegenüber Dragos und seinen Zielen erklärt. Unzählige andere Mitarbeiter der Agentur waren desertiert, entweder um sich ebenfalls Dragos anzuschließen, oder um sich ganz zurückzuziehen und in diesen finsteren Zeiten bei ihren Familien zu sein. Lucans Herz war mehrere Stunden nördlich von Boston. Bei Gabrielle. Er machte sich Sorgen um sie und die anderen Stammesgefährtinnen und Kinder, die in all diesem Aufruhr und Chaos mit Gedeon allein waren. Er hatte keine Zweifel, dass Gedeon sie beschützen würde. Aber es brachte Lucan fast um, von seiner Gefährtin getrennt zu sein, während er ihre tiefe Beunruhigung in seinen eigenen Adern spürte. Alle Krieger waren heute sehr ernst und nachdenklich, besonders Chase. Mit ihm fühlte Lucan sich heute wohl am meisten verbunden. Der Krieger stand allein im hinteren Teil des Raumes, stoisch und beherrscht, ganz anders als der Mann, der in den letzten Monaten so aufbrausend gewesen war. Rücksichtslos und aufsässig, eine Gefahr für seine Patrouillenpartner und für sich selbst. Von diesem Chase war nur wenig übrig bei diesem kühlen, fähigen Krieger, der letzte Nacht Seite an Seite mit ihm gekämpft hatte, obwohl sie in frischem Blut warten mussten. Diese Nacht war eine Prüfung für sie alle gewesen, aber für Chase besonders. Und doch war er stark geblieben. Er war nicht zusammengebrochen. Und das würde er auch nicht, dachte Lucan, und sah dem Krieger über den Raum hinweg in die klaren, konzentrierten Augen. Chases Blick war fest und voll stählerner Entschlossenheit, und Lucan konnte einen Blick auf den Anführer erhaschen, zu dem Sterling Chase geboren war. Den Anführer, der er eines Tages in der Zukunft wieder sein konnte, wenn sie sie denn erlebten. Lucan senkte den Kopf, sein anerkennendes Nicken sagte mehr als alle Worte. Chase nickte ernst zurück. Er verstand. Lucan war stolz, Harvard wieder im Orden zu haben. Stolz, Sterling Chase seinen Bruder und seinen Freund nennen zu können. Jenna legte das Telefon auf und lehnte sich im Stuhl zurück. Auch wenn ihr Herz angesichts der eben gehörten Neuigkeiten heftig schlug, senkte sich eine schwere Erschöpfung auf ihre Schultern. Wie hält sich Claire unten in Newport? fragte Gideon und sah vom anderen Ende des Techniklabors zu ihr herüber, wo er immer noch mit den UV-Halsbändern experimentierte. Sie ist okay, sie ist in Sicherheit und die Lage dort ist vorerst ruhig. Während der Rest des Hauptquartiers gebannt vor den Fernsehberichten über die Rogue-Angriffe saß, hatten Jenna und Gideon sich voll in ihre Arbeit gestürzt. Nach der unbeabsichtigten Explosion des Halsbandes hatte er den Schlüssel für die Aktivierungssequenzen aller Halsbänder entdeckt. Er hatte es sogar geschafft, eines der Halsbänder aus seiner Sammlung auf einer GPS-Karte zu orten und war deshalb sehr euphorisch gewesen. Es war gut, beim langen Warten auf Neuigkeiten etwas zu tun zu haben. Jenna rieb sich den Nacken mit der Glühfe. Er schmerzte von zu vielen Stunden ohne Schlaf und zu vielen Sorgen um Brock und die anderen Krieger. Sorgen um die ganze Welt. Im Licht der Geschehnisse der letzten 24 Stunden schien nichts anderes mehr wichtig. Wenigstens waren alle, die ihr wichtig waren, in Sicherheit. Lukin und Matthias Rowan haben zwei Agenten nach Newport runtergeschickt, um den dunklen Hafen zu bewachen, solange reichen in Europa ist. Claire sagt, sie ist in guten Händen. Gideon nickte. Freut mich zu hören. Konnte sie noch einige Nachforschungen darüber anstellen, wie genau ihre Eltern umgekommen sind, bevor gestern Abend die Hölle ausgebrochen ist? Ja, antwortete Jenna. Darum hat sie eigentlich angerufen. Claire hat die Hilfsorganisation kontaktiert, für die ihre Mom in den Fünfzigern gearbeitet hat, und sie haben ihre Aufzeichnung über den Rebellenangriff auf das Dorf durchgesehen. Wie sich herausstellte, wurden an diesem Tag mehrere Menschen getötet, drei Mitarbeiter der Hilfsorganisation und vier Dorfbewohner. Claire's Vater war einer von ihnen. Als sie mit den Schultern zuckte, legte Gideon den zerbrochenen, schwarzen Polymerring hin, an dem er gearbeitet hatte, und sah sie mit gerunzelten Brauen über den Rand seiner kleinen, blau getönten Sonnenbrille an, die ihm kühn auf der Nasenspitze saß. Claire's Vater ist nicht unter den Opfern? Niemand scheint es sicher zu wissen. Laut Augenzeugenberichten von Dorfbewohnern wurde er mehrfach angeschossen, tödlich verletzt, genauso wie Claire's Mutter und die anderen. »Aber«, drängte Gideon, »jetzt mit finsterem Gesicht.« »Aber es existieren keine Aufzeichnungen darüber, dass seine Leiche geborgen wurde.« »Ich werd verrückt.« »Kannst du laut sagen?« Jenner schüttelte den Kopf, immer noch etwas benommen von dem Gedanken. Er wurde für tot erklärt wie die anderen Opfer und hörte von diesem Tag an, einfach aufzuexistieren. Soweit wir wissen, könnte er einfach aufgestanden und weggegangen sein. »Nicht, wenn er ein Normalsterblicher war«, antwortete Gideon. Sein Blick war ernst und verriet, dass jeder Zweifel ausgeschlossen war. »Genau.« Claire's Neuigkeiten hatten Jenners Gewissheit nur verstärkt, dass sie auf der richtigen Spur war. »Wenn Dylan nicht so hartnäckig darauf bestanden hätte, dass ihr Vater nur ein Normalsterbliches Durchschnittsarschloch gewesen war, hätten sich alle Fragezeichen zu Jenners Theorie aufgelöst.« »Jen«, als hätte der Gedanke sie herbeigezaubert, stand Dylan in der offenen Tür des Techniklabors. Sie war bleich vor Schreck. In der Hand hielt sie ein vergelbtes Stück Papier. »Hallo«, sagte Jenner, stand auf und ging ihr entgegen. Dylan sah so fassungslos aus, dass Jenner sie fest in den Arm nahm. »Was ist los? Ist was passiert?« Die Augen der Stammesgefährten wirkten verloren. Bei allem, was gerade los ist, hatte ich heute irgendwie Heimweh. Meine Mom hat mir gefehlt. Als sie letztes Jahr gestorben ist, habe ich eine kleine Schachtel mit Andenken aus ihrer Wohnung mitgenommen. Ich hatte sie noch nicht ganz durchgesehen, wusste nur, dass ein paar Briefe und Postkarten von ihren Reisen drin waren. Nur Kleinigkeiten eben. Sie war sentimental, hatte das größte Herz der Welt. Jenner führte Dylan in den Raum und zu dem leeren Bürostuhl. »Erzähl mir, was los ist.« »Ich habe gerade alles in der Schachtel durchgesehen. Ganz unten habe ich einen zugeklebten Umschlag gefunden. Das hier war drin.« Sie legte das Papier auf den Tisch. In der rechten oberen Ecke stand etwas in einer schwungvollen, ausgreifenden Handschrift. »Seil, Mykonos, 75.« Dylan starrte vielsagend zu Jenner hoch. »Ich bin im Jahr darauf geboren.« Keine Frage, worauf sie anspielte. »Aber ich dachte, deine Mom und dein Dad waren schon verheiratet. Du hast zwei ältere Brüder.« Dylan nickte. »Und 1975 hat meine Mom sie ein paar Monate verlassen. Sie ging ganz allein nach Griechenland, ließ einfach alles stehen und liegen und verschwand. Vor ein paar Jahren hat sie mir erzählt, dass sie sich von meinem Dad scheiden lassen wollte, aber er hat sie angefleht, zu ihm zurückzukommen. Aber von dem hier hat sie mir nie erzählt. Von ihm.« Dylan drehte das Papier um. Es war ein aus der Nähe aufgenommenes Foto eines unglaublich schönen Mannes mit nacktem Oberkörper und goldbrauner Haut, der auf einem weißen Sandstrand saß. Sein sinnlicher Mund lächelte betörend in die Kamera. Den Schnappschuss hatte offenbar Dylans Mutter aufgenommen. »Du denkst, sie hatte eine Affäre mit diesem Typen?« »Schau ihn dir an!«, sagte Dylan. »Ich würde mal sagen, die Chancen stehen verdammt gut.« Jenner nahm das Foto vom Tisch und musterte es genau, betrachtete gebannt den makellosen, muskulösen Körper und die rotblonde Mähne. Sein Gesicht war faltenlos, alterslos, seine Augen mit den dunklen Wimpern blau und durchdringend, von der Farbe tropischer Lagunen. Weise und irgendwie unirdisch, und um sein starkes Handgelenk trug er ein geflochtenes Lederband mit einem Anhänger aus gehämmertem Silber. Eine Träne, die in die Wiege einer Mondsichel fielen. Taviers Magen hob sich, als der schwarze Helikopter über das sonnenhelle Wasser auf eine isolierte, baumbestandene Insel mehrere Meilen vor der Küste von Maine herabstieß. Zwanzig Minuten, nachdem der Lakai auf dem Polizeirevier Dragos kontaktiert hatte, war der Pilot im dunklen Anzug, auch er ein Lakai, gekommen und hatte sie auf einem privaten Hubschrauberlandeplatz auf einem Hochhaus in der Innenstadt von Boston an Bord genommen. Sie nahm jedes Detail des Fluges in sich auf, katalogisierte im Geiste Orientierungspunkte in der Landschaft, um die Informationen später dem Orden geben zu können. Obwohl das alles nicht mehr nötig wäre, wenn ihr Plan, Dragos zu töten, schiefging und sie in den nächsten paar Stunden tot war. Der Pilot setzte den Hubschrauber auf einem betonierten Landestreifen hinter einem festungsartigen Anwesen auf. Es war das einzige Gebäude auf dem unwirtlichen, mit hohen Fichten bestandenen Granitfelsen. Kein Weg führte von dieser Insel herunter, es sei denn, sie wollte im eisigen Atlantik schwimmen oder ihr wuchsen Flügel. Hier lang. Der Lakai kletterte aus dem Cockpit und wartete, dass sie ihm folgte. Gegen den kalten, heulenden Wind überquerten sie den Hof und näherten sich der Rückseite des stattlichen Anwesens. Die Tür wurde von innen geöffnet und ein weiterer Lakai, dieser mit einem halbautomatischen Gewehr in den Händen, winkte sie herein. Sie hatte gedacht, sie wäre vorbereitet gewesen, Dragos gegenüberzutreten, aber als er jetzt im Haus auf sie wartete, gefror ihr bei seinem Anblick das Blut in den Adern. Miss Fairchild! Welch ein unerwartetes Vergnügen! Er war flankiert von vier von Kopf bis Fuß in schwarz gekleideten Gen-1-Killern. Auch sie hatten Waffen, Pistolen und Messer in den Holstern über ihren mächtigen Oberkörpern und an ihren muskulösen Schenkeln. Aber es waren weder die Waffen, die sie so tödlich wirken ließen, noch ihre kahlrasierten Schädel oder die schwarzen UV-Halsbänder um ihre muskulösen Hälse. Es waren ihre Augen. Sie zeigten keine Gnade. Keinerlei Emotion. Sie waren Mordmaschinen, und jede Hoffnung, Dragos schon kurz nach ihrer Ankunft zu töten, war zunichte. Diese vier Killer würden sie im Handumdrehen töten, sobald sie auch nur eine falsche Bewegung machte. So bedrohlich sie waren, so war es doch Dragos Präsenz, die sie bis ins Mark erschauern ließ. Etwas an ihm hatte sie instinktiv abgestoßen, als sie ihm im Büro des Senators zum ersten Mal begegnet war. Jetzt, nachdem sie das ganze Ausmaß seiner Verdorbenheit kannte, war sie körperlich von ihm abgestoßen. Sie täuschte ein leichtes Zittern vor, um ihm Angst und Erleichterung vorzuspielen. Ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Danke, dass Sie mich empfangen haben. Dragos beäugte sie argwöhnisch. Sie sind die ganze Zeit beim Orden gewesen. Keine Frage, sondern eine Anklage. Ich hatte schon gedacht, ich entkomme Ihnen nie. Und ich dachte schon, Sie sind freiwillig mitgegangen, antwortete er und musterte sie wachsam. Ich dachte, vielleicht hat Sterling Chase es geschafft, sie zu bezirzen. Mich zu bezirzen? Sie zwang sich zu einem empörten Schnauben. Er hat mich entführt, verhört, mich geschlagen. Er musterte ihre Schirrfwunden und Prellungen, die schon wieder verheilten. Mit bebenden Nasenflügeln schnüffelte er, prüfte an ihrem Duft, ob sie ihm die Wahrheit sagte. Hat er dich verführt? Sie konnte ihn nicht völlig täuschen, das wusste sie. Er konnte die Wahrheit auf ihrer Haut riechen. Sie ließ den Kopf hängen, als schämte sie sich. Er hat meinen Körper gegen mich benutzt. Er hat mich gezwungen, sein Blut zu trinken. Hmm. Er klang mit ihrer Antwort zufrieden, nicht aber mit den Tatsachen. Das ist bedauerlich, Tevia. Diese Verbindung ist unauflöslich. Nur der Tod kann sie beenden. Antwortete sie, und die Worte blieben ihr fast im Hals stecken, wenn auch nicht aus Reue, wie sie ihm vormachen wollte. Er hob ihr Kinn und sie zwang einen kalten Hass in ihre Augen, was ihr nicht schwer fiel, wenn dieser für den Vampir reserviert war, der vor ihr stand. Warum haben sie mir nicht gesagt, wer ich war? Warum haben sie mir meine Herkunft verheimlicht? Er wich zurück, aus ihrer Reichweite. Seine eisigen Augen wurden schmal und wieder blitzte Argwohn in ihnen auf. Seine Gen-1-Killer bewegten sich auf sie zu, bereit, ihren Gebieter zu schützen. Tavias Herz raste, als sie um Dragors Aufmerksamkeit kämpfte. Sie musste ihn neugierig machen, ihn dazu bringen, ihr zu vertrauen. Das war ihre einzige Chance. Er durfte auf keinen Fall an ihr zweifeln. Warum haben sie mich schwach gemacht, wenn ich ihnen im Vollbesitz meiner übernatürlichen Kräfte so viel besser hätte dienen können? Vor Entschlossenheit, ihn für sich zu gewinnen, blitzten ihre Augen bernsteingelb auf. Ich hätte mehr für sie sein können, wenn sie mir nur die Wahrheit gesagt hätten. Seine dunklen Brauen hoben sich etwas und sein Mund kräuselte sich zu einem schwachen Lächeln. Du hast mir sehr gut gedient, Tavia. Du warst mir überaus nützlich, und ich hätte dir alles gesagt und diesen herrlichen Teil von dir befreit. Zum richtigen Zeitpunkt. Stattdessen haben sie mich hilflos gelassen. Sie haben mir keine Chance gegeben. Sie appellierte an sein Ego und an sein offensichtliches Interesse an ihr, das sie spürte, als ihr Abscheu vor ihm ihre Stammesnatur weckte. Sie mussten doch wissen, dass der Orden mich in seiner Gewalt hatte. Sie mussten wissen, dass man mich über sie verhören und mich misshandeln würde. Die Krieger glaubten mir nicht, als ich ihnen sagte, dass ich nicht wüsste, wer sie waren und wo sie zu finden sind. Und wenn sie die Wahrheit über dich gewusst hätten, hätten sie dich getötet, antwortete er ruhig. Ich an ihrer Stelle hätte es getan. Kalte Worte aus einem kalten, schwarzen Herzen. Sie glaubte ihm, und es kostete sie ihre ganze Kraft, sich dazu zu zwingen, die nächsten Worte auszusprechen. Sie waren der Erste, an den ich nach meiner Flucht dachte. Ich habe sie aufgesucht, weil sie mein Schöpfer sind, der Einzige, an den ich mich wenden kann. Nur sie sind stark genug, um den Orden zu besiegen. Das habe ich bereits, antwortete er mit einem selbstzufriedenen Lächeln. Jetzt betrachtete er sie lange und mit offensichtlichem Interesse, und sie bekam Gänsehaut. Ich bin schon von dir fasziniert gewesen, als du noch ein kleines Mädchen warst, Tavia. Du bist so wunderschön. Meine eigene Eva, gezüchtet nach meinem persönlichen Geschmack. Er zuckte mit den Schultern. Oh, die anderen haben schon auch ihre Vorzüge, aber dich finde ich besonders attraktiv. Die anderen, sagte er, nicht in der Vergangenheitsform, sondern im Präsenz. Sie dachte zurück an Dr. Lewis' Akten, die von verstorbenen Patientinnen und die, die sie nicht mehr hatte sichten können, bevor die Klinik zerstört wurde. Also gab es tatsächlich noch andere im Labor gezüchtete Stammesvampirinnen, die die jahrelangen medizinischen Experimente und Behandlungen überlebt hatten? Sie musste sich vergewissern. Wenn sie Schwestern hatte, musste sie einen Weg finden, ihnen zu helfen. Dragos musterte sie immer noch. Seine schrecklichen Augen lagen wie tote Finger auf ihrer Haut. Wenn ich König bin und die Menschheit und der Stamm mir huldigen, was schon sehr bald der Fall sein wird, fügte er hinzu und grinste mit arroganter Gewissheit, dann werde ich eine angemessene Königin brauchen. Tavir schluckte die Magensäure, die ihr allein schon beim Gedanken daran die Kehle hinaufstieg, hinunter. Ich glaube, es würde mir gefallen, dich an meiner Seite, in meinem Bett zu haben. Er stieß ein amüsiertes Grunzen aus. Mein Geschenk an dich wird der Orden in Ketten sein. Du kannst Sterling Chase persönlich töten, wenn du möchtest. Die Worte, der bloße Gedanke, dass Chase oder die anderen Ordenskrieger Dragos in die Hände fallen könnten, trafen sie wie eine Ohrfeige. Er streckte die Hand aus und streichelte ihre Wange. Sie musste sich zusammennehmen, nicht zu würgen, denn sie war sich bewusst, dass die Gen-1-Killer sie mit Adleraugen beobachteten. Sie konnte Dragos sofort die Hand abbeißen, aber sie musste ihn töten. Und dafür musste sie nah an ihn herankommen. Gott stehe ihr bei. Wenn nötig, sogar mit ihm ins Bett gehen. Komm her, sagte er zu ihr. In Europa ist die Sonne untergegangen. Ich wollte mich eben hinsetzen und die Fernsehberichte ansehen. Setz dich zu mir, Tavia, und sieh dir das Königreich an, das bald schon uns gehören wird. Der Rogue hatte eine Frau im Treppenhaus ihres schicken Wohnblocks in den Krallen, als Chase in den Vorraum hereinbrach und den Blutsauger einäscherte. Die Titanklinge, die er dem tollwütigen Vampir über die Kehle gezogen hatte, ließ den Rogue keuchend zu Boden fallen, und sein Fleisch und seine Knochen zersetzten sich zu einer glibberigen, zischenden Masse. Chase stand über dem toten Rogue, seine Finger klebrig am Griff des Dolches, seine schwarzen Drillichosen und Kampfstiefel blutgetränkt von seiner Mission der letzten Stunden seit Sonnenuntergang. Er starrte auf die panische Frau hinunter, die sich in der hintersten Ecke des Treppenhauses zusammenkauerte. Seine bernsteinfarbenen Augen tauchten ihr Gesicht in einen feurigen Schein. Ihr braunes Haar war wirr, der konservative Knoten in ihrem Nacken hatte sich gelöst. Auf ihrem zerrissenen, dunklen Businesskostüm und der weißen Rüschenbluse waren die dreckigen Handabdrücke des Blutsaugers zu sehen, der sie angefallen hatte. »Sie sind in Ordnung«, versicherte er ihr und wischte die Klinge an seiner Hose ab. »Der tut ihnen nichts mehr.« Sie starrte mit offenem Mund zu ihm auf, schüttelte panisch den Kopf und wich weiter vor ihm zurück, das helle Entsetzen in den Augen. »Sie? Oh Gott, Sie sind auch einer von Ihnen!« »Nein«, sagte er und stieß ein Fluch aus beim Gedanken, wie sehr er tatsächlich schon den ausgehungerten Ungeheuern ähnelte, die eine blutige Schneise durch die Nacht zogen. »Ich tue Ihnen nichts. Stehen Sie auf.« Sie holte zittrig Atem. »Ich verstehe nicht.« »Keine Zeit für Erklärungen«, knurrte er. »Jetzt machen Sie, dass Sie verdammt noch mal hoch in Ihre Wohnung kommen und verriegeln die Tür. Kommen Sie vor Sonnenaufgang nicht mehr raus, verstanden. Los jetzt, ab mit Ihnen!« Unbeholfen eilte sie vor ihm davon, auf ihre Wohnung zu. Einen ihrer hochhackigen Pömms hatte sie bei dem Angriff verloren. Doch sie fand noch die Geistesgegenwart, ihr Handy aus ihrer Handtasche zu fummeln und ein schnelles Foto von ihm zu schießen. Einem voll transformierten Vampir in seiner ganzen Glorie. Na wunderbar! Als hätte die Polizei der Menschen nicht schon genug Archivfotos von ihm. Er stapfte hinaus und atmete tief ein. Die Winterluft hätte ihm den Kopf freimachen sollen, aber es lag ein allgegenwärtiger Blutgeruch in der Luft, teils frisch, teils gerann es in eisüberkrusteten Pfützen auf den Straßen und Gehwegen. Der Anblick und der Geruch von so viel Blut und das Überstunden machten ihn verrückt. Aber er kämpfte dagegen an, mit dem Verstand völlig auf seine Verantwortung gegenüber dem Orden konzentriert. Sein Herz fand Halt in seiner Liebe zu Tavia. Es machte ihm Sorgen, dass er sie nicht mehr in der Nähe spüren konnte. Er wollte sie sehen, sie berühren, wollte unwiderlegbare Beweise, dass sie in Sicherheit war. Und er wollte, dass sie wusste, dass er sie liebte. Mehr als alles andere auf der Welt wollte er, dass sie das wusste. Verdammter Dragos! Und dieser verdammte Krieg, der jetzt endgültig eskalierte. Sie taten ihr Bestes, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen, aber die Schlacht hatte eben erst begonnen. Nachdem der Orden die Straßen von Boston inzwischen einigermaßen unter Kontrolle gebracht hatte, war er nach New York City weitergezogen, wo es Berichte von wilden Angriffen in Manhattan und den angrenzenden Bezirken gegeben hatte. Zusammen hatten der Orden und Rowans Männer in den letzten zwei Nächten über dreißig Rogues eingeäschert. Und immer noch waren viele von ihnen auf freiem Fuß. Und eine Menge weiterer Städte lag noch immer unter schwerer Belagerung, in den Vereinigten Staaten und anderswo. »Harvard«, Dantes tiefe Stimme drang aus der Dunkelheit. Er kam auf ihn zugelaufen, die geschwungenen Dolche in den Händen, sein Gesicht vom Kampfdreck verschmiert. »Hast du den Blutsorger erwischt, der hier lang kam?« »Er ist tot«, antwortete Chase. Seine Augen glühten bernsteingelb, seine Fänge waren immer noch ausgefahren vom Blutgeruch, der die Nacht durchdrang. »Hab den Bastard eingeäschert, als er gerade zuschlagen wollte. Opfer konnte mit intakter Halsschlagader entkommen. Und mit einem Foto von mir, wie ich über dem rauchenden Kadaver stehe.« Es war nicht das erste Mal, dass die Menschen, die der Orden retten wollte, mit ihren Handys Fotos oder Videos von den Kriegern gemacht hatten, wie sie versuchten, in der Stadt aufzuräumen. Es würde auch nicht das letzte Mal sein. Dante fuhr sich mit der Hand über sein verschmutztes Gesicht. »Verdammte moderne Technik. Ist manchmal so unpraktisch, was? Wenigstens brauchte sich der Stamm jetzt nicht mehr, um Geheimhaltung zu bemühen. Inzwischen weiß wirklich jeder, dass es uns gibt.« Chase nickte und rieb sich abwesend die Brust. »Alles klar?« fragte Dante und musterte ihn. »Ja. Es ist nur...« »Davia?« sagte der Krieger, als Chases Stimme verstummte. »Ich hasse es, dass ich jetzt nicht bei ihr sein kann.« Ihre Blutsverbindung summte ihm durch die Adern, aber ihre physische Entfernung zu ihm ließ ein Leergefühl in seiner Brust zurück. »Ich hasse es, dass ich sie nicht in der Nähe spüren kann.« Dante nickte voll mit Gefühl. »Wenn er sie in Schwierigkeiten ist, wirst du es wissen. Und wenn es soweit kommt, gebe ich die Rückentdeckung. Der ganze Orden.« Dieses Versprechen, dass der Orden ihn in Freundschaft wieder aufnahm, ließ Chases Kehle trocken werden. Es beschämte ihn zu wissen, dass Dante und die anderen wieder bereit waren, ihn als einen der ihren zu betrachten. Bereit waren, für ihn zu bluten, so wie auch er es für jeden Einzelnen von ihnen tun würde. In diesen guten, tapferen Männern hatte er seine Familie gefunden. Um nichts in der Welt würde er riskieren, das zu verlieren. Doch sein wahres Zuhause würde er nur mit Tavia an seiner Seite finden. In diesem Augenblick vibrierte Dantes Handy. Er nahm ab und grüßte Nico. Dann stieß er einen leisen Fluch aus. »Verdammte Scheiße! Klar, wir sind abfahrbereit. Harvard und ich sind fünf Minuten von dir entfernt. Sie sind sofort da!« Er drückte den Anruf weg und warf Chase einen ernsten Blick zu. »Shotheim. Der Orden bricht auf so schnell wie möglich.« »Probleme?« fragte Chase rein rhetorisch, wo sie doch von nichts anderem umgeben waren. »Frische Rogue-Welle überfällt gerade DC. Sie stecken alles in Brande, zertrümmern die ausländischen Botschaften und zerren Leute aus ihren Häusern. Schwindlerregende Opferzahlen.« Chase fauchte einen heftigen Fluch. Dann rannte er zusammen mit Dante los zu seinen Brüdern, um sich mit ihnen in die nächste Runde der Schlacht zu stürzen. Sie würde nie nah genug an ihn herankommen, um ihn zu töten. Dragos behielt seine Killer ständig in seiner Nähe. Und doch, so vorsichtig er auch war, schien er sie nicht als Bedrohung zu betrachten. Wie konnte sie auch eine sein, wenn sie zuerst vier hochspezialisierte Soldaten außer Gefecht setzen musste, um an ihnen heranzukommen? Jetzt war er gerade hinter geschlossenen Türen in seinem privaten Arbeitszimmer und besprach sich mit seinen Leutnants. Zweifellos schweckten sie immer noch in Schadenfreude über ihren letzten Terroranschlag. Sie hatten sogar noch mehr Rogues in dicht besiedelten Gegenden losgelassen. Einschließlich eines massiven Angriffs auf Washington, D.C. Dragos war euphorisch gewesen bei der Aussicht auf noch mehr Tod und Zerstörung. Und Tavia hatte sich anstrengen müssen, sich ihr Entsetzen nicht anmarken zu lassen, als die Opferzahlen in der zweiten Nacht in Folge massiv zu steigen begannen. In den Stunden, seit sie in seinem Inselversteck angekommen war, hatte sie erkannt, dass es wahrscheinlich nur einen einzigen Ort gab, wo sie mit Dragos allein sein würde. Ihr drehte sich fast der Magen um beim Gedanken, dass er sie berührte, dass sie ihm körperlich nahe kommen, womöglich mit ihm ins Bett gehen musste, aber sie würde es tun, wenn es sein musste. Sie saß auf einem Sofa in seinem stilvoll eingerichteten Wohnzimmer und lauschte seinem sadistischen Gelächter und der lebhaften Konversation hinter der geschlossenen Arbeitszimmertür. Der im Raum postierte Lakai behielt sie genau im Auge. Der stumpfe Glanz seiner seelenlosen Augen ließ ihr einen Schauder der Verachtung die Wirbelsäule hinauflaufen. Die Tatenlosigkeit und das Gefühl von Machtlosigkeit angesichts dessen, was Dragos erreicht hatte, machten sie ganz verrückt. Wenn ihr Plan, ihn zu töten, vorerst nicht durchführbar war, musste sie etwas tun, um ihn aufzuhalten. Erprobt stand sie auf und versetzte damit den Lakai auf der anderen Raumseite in angespannte Alarmbereitschaft. »Ich sitze schon über eine Stunde hier rum, ich muss auf die Toilette!« Der Lakai zögerte. Dann zeigte er auf eine Tür draußen auf dem Gang. Tavia ging demonstrativ lässig hinüber, aber sobald sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, ließ sie sich dagegen sinken. Sie tastete in ihrem BH nach dem Gegenstand, den sie am Morgen aus Chases dunklem Hafen mitgenommen hatte. Das silberne Crimsonröhrchen war warm von ihrer Haut, der mit Wachs versiegelte Korkstopfen immer noch fest über der tödlichen Dosis geschlossen. Alles, was sie brauchte, war die Chance, Dragos das Pulver in die Kehle zu schütten. Über die Tatsache, dass die Droge ihm einen qualvollen Tod bescheren würde, hätte sie wahrscheinlich keine so große Befriedigung empfinden sollen. Aber sie wollte, dass er litt. Für all das Leiden, das er in seinem viel zu langen Leben verursacht hatte, wollte sie, dass Dragos eines langsamen, schrecklichen Todes starb. Sie steckte das Röhrchen wieder in ihren BH und öffnete vorsichtig die Tür, spähte um sie herum ins Wohnzimmer. Der Lakai hatte sich nicht gerührt. Genetisch gesprochen war er nur ein normalsterblicher Mensch, also blinzelte er nicht einmal, als sie mit der übernatürlichen Geschwindigkeit des Stammes aus der Toilette und die Diele hinunterraste. Tavia folgte dem Summen von Computern, das von der Treppe am anderen Ende der Halle zu ihr herauftrang. Dort unten musste sich Dragos Kommandozentrale befinden. Jemand tippte hörbar auf eine Tastatur, elektronische Geräte summten fast unmerklich. Tavia bewegte sich absolut geräuschlos und schneller, als der Techniker Lakai wahrnehmen konnte. Ihre Kräfte nahmen jetzt jeden Tag zu, genau wie ihre übermenschliche Geschwindigkeit und Geschicklichkeit. Sie packte seinen Kopf mit beiden Händen und brach ihm mit einem heftigen Ruck das Genick, ließ den toten Körper geräuschlos zu Boden gleiten und verstaute die Leiche in einem Vorratsschrank. Auf der Monitorwand liefen die Bilder diverser Überwachungskameras und Sicherheitsprogramme. Tavia scannte sie alle mit einem Blick, nahm so viele Informationen von Dragos Kommandozentrale in sich auf, wie sie nur konnte. Der Computer, an dem der Lakai gearbeitet hatte, zeigte eine geöffnete Datenbank, in die der Lakai eingeloggt war. Tavia durchsuchte das Systemmenü nach Anwendungen, die mehr Licht auf Dragos Operation werfen würden. Nach einigen Versuchen hatte sie eine Unmenge an Informationen gesichtet, einschließlich der Akten von drei weiteren Gen-1-Frauen, die in Dragos Programm immer noch als aktiv geführt wurden. Sie spürte einen Schmerz in der Brust, als sie ihre Namen und Wohnorte las. Drei Halbschwestern, die alle nichts voneinander wussten. Ich finde euch, versprach sie jetzt mit einem wilden Flüstern. Das alles hier wird eines Tages vorbei sein. Noch mehr Daten öffneten sich ihr, als sie tiefer in die Festplatte eindrang. Massenhaft Studienergebnisse von Dr. Lewis, Behandlungsprozeduren und die chemischen Formeln der Wirkstoffe. Aufzeichnungen über das Killerzuchtprogramm, einschließlich Dossiers über jedes einzelne Mitglied seiner Privatarmee. Herr im Himmel! Alles, was der Orden brauchte, um Dragos Operation von innen heraus zu vernichten, war direkt hier vor ihrer Nase. Sie musste einen Weg finden, ihnen diese Informationen zu übermitteln. Anrufen war unmöglich. Es war einfach zu viel Material und zu wenig Zeit. Es musste eine bessere Möglichkeit geben. Und die gab es tatsächlich. Sie rief einen Dossbefehl auf dem Computer auf und tippte etwas ein. Der dunkle Bildschirm fühlte sich Zeile um Zeile mit Codes und Kennziffern. Als sie die Information sah, die sie brauchte, memorierte sie sie sofort. Aber wie konnte sie sie dem Orden übermitteln? Sie rannte zu dem toten Lakaien im Vorratsschrank hinüber und suchte ihn nach seinem Handy ab. Fand es in der Vordertasche seiner Hose. Ihre Finger flogen über die Tastatur. Kaum war sie fertig und hatte die SMS abgeschickt, als sie oben in der Halle eine Bewegung spürte. Sie schob das Handy wieder in die Tasche des Lakaien und raste nach oben, direkt in Dragos und seine vier Killer hinein. Die junge Frau verzog keine Miene, als Dragos sie anstarrte. Wenn sie auch nur das kleinste Anzeichen von Furcht gezeigt hätte, hätte er seinen Killern befohlen, sie auf der Stelle zu töten. Aber sie sah ihm ohne einen Funken Schuldbewusstsein oder Angst in die Augen. Nein, der Blick, den sie ihm zuwaff, war ruhig und unbeeindruckt. Sie hatte etwas Faszinierendes, schwer fassbares an sich, das ihn extrem neugierig auf sie machte. Er konnte sich eine Menge amüsanter Arten vorstellen, die schöne Tavia Färtscheid zu studieren. Mein Lakai sagte mir, du wärst auf die Toilette gegangen. Ihr Lakai ist ein Langweiler. Ich hatte es satt zu warten, bis sie ihre Besprechung beendet haben, also habe ich mich etwas ungesehen. Ihr Mund kräuselte sich zu einem kühlen, selbstbewussten Lächeln, das direkt in seinen Schwanz schoss. Ihre Operation hier ist beeindruckend. Ich hoffe, sie nehmen mir meine Neugier nicht übel. Er war nicht sicher, ob es so war, aber so, wie sie ihn jetzt ansah, teils willige Verführerin, teils angeleintes Raubtier, fiel es ihm leicht, ihr zu vergeben. Außerdem war er zu euphorisch, um sich etwas daraus zu machen, ob sie ihm etwas vorspielte oder nicht. Alles, wofür er gearbeitet hatte, kam nun in einer wunderbar blutigen Gewaltorgie zusammen. Genau nach Plan. Wie hat dir das Spektakel heute gefallen? Fragte er und beobachtete ihre Reaktion genau. Unglaublich, antwortete sie tonlos. Aber jetzt kam sie näher. Ihre klaren, kühlen, grünen Augen waren zielstrebig auf ihn gerichtet. So viel Blut vergießen zu sehen. Sie erschauerte ein wenig, und als sie ihn wieder ansah, tanzten bernsteinfarbene Funken in ihren Augen. Das macht etwas mit mir, diese Art von Macht zu sehen. Ihr so nah zu sein, löst in mir Gefühle aus, die ich gar nicht erklären kann. Ein beifälliges Knurren stieg ihm die Kehle hoch. Es törnt dich an. Er verstand diese Reaktion. Und es überraschte ihn nicht, dass diese Frau sie zugab. Sie war Gen 1, ihre Raubtiergene fast rein. Sie stammte von derselben außerirdischen Linie ab wie er selbst. Der Älteste, aus dessen DNA er sie gezüchtet hatte, war der gleiche gewesen, der vor Jahrhunderten seinen eigenen Gen 1-Vater gezeugt hatte. Tavia Färtschalt und er teilten dieselben außerirdischen Gene. Der Gedanke, dass sie vielleicht auch etwas von seinen dunklen Instinkten und Begierden teilte, war so verführerisch, dass er kaum erwarten konnte, es näher zu erkunden. Ich hätte gehofft, sie würden mir mehr zeigen, sagte sie und sah dann zu den vier Killern hinüber, die ihn flankierten, als konnte sie kaum erwarten, diese Ärgernisse loszuwerden. Unter vier Augen, meine ich. Dragos war nicht fast 700 Jahre alt geworden, weil er ein Narr war. Genauso wenig traf er normalerweise Entscheidungen mit dem Schwanz. Ein berechnender Teil von ihm wusste, dass, wenn er jetzt in seinen Kontrollraum hinunterging, er seinen Techniker Lakai tot und eine Sicherheitslücke in seinem Computersystem vorfinden würde. Er wusste auch, dass Tavias Gefangenschaft bei Stirling Chase und dem Orden vermutlich nicht so erzwungen gewesen war, wie sie ihm weismachen wollte. Aber der Orden war für ihn nicht mehr von Belang. Seine Pläne waren schon zu weit gediehen, um noch aufgehalten zu werden, und Lugens Krieger waren vollauf mit dem Chaos beschäftigt, in das er mehrere Teile der Welt gestürzt hatte. Tavia wollte ihm vormachen, dass sie gar nicht erwarten konnte, mit ihm ins Bett zu gehen. Er sah keinen Grund, sie zu enttäuschen. Er würde sie noch durchficken, bis sie blutete und um Gnade wimmerte, aber erst, sobald sein Aufstieg zur Macht erfolgreich abgeschlossen war. Er streckte die Hand aus und streichelte ihre samtige Wange. Ich werde dir noch viele Dinge zeigen, Tavia. Vom Augenblick an, wenn ich der Herr und Meister jedes Lebewesens auf diesem Planeten bin. Er weidete sich an der Unsicherheit, die in ihren Augen aufflackerte. Wir brechen jetzt nach Washington, D.C. auf. Wenn du meine Königin sein willst, solltest du bei mir sein, wenn ich die Krone ergreife. Im Vergleich zur Situation in D.C. waren die Angriffe in Boston und New York City ein Kinderspiel gewesen. Rogues überfluteten die Straßen der Innenstadt und der Außenviertel aus allen Richtungen. Die Opferzahlen waren hoch, die Kollateralschäden unermesslich. Um den Ansturm dutzender ausgehungerter Vampire in diesem dicht besiedelten Gebiet zu bekämpfen, musste der Orden sich in drei Teams aufteilen. Zwei mit Pistolen und Messern unten am Boden, das dritte als Scharfschützenteam auf dem Dach eines Bürohochhauses postiert. Es erledigte Rogues mit Präzisionsgewehren und behielt gleichzeitig die Situation für die beiden anderen Teams im Auge. Tegan, Hunter, Brock und Kate waren in Columbia Heights im Einsatz, als Nico Chases Team anfungte, dass ein Rudel Rogues gerade einen Linienbus voller Pendler umgeworfen hatte. »Unten auf der Pennsylvania Northwest«, dirigierte Nico von seinem Späherposten auf dem Dach mit Renata und Rio. »Scheiße, da sind mindestens dreißig Menschen drin. Das wird gleich sehr übel werden.« »Sind unterwegs«, sagte Lucan zu ihm und winkte Chase, Dante und Arka, das ganze Team schon auf dem Sprung. In Minutenschnelle waren sie vor Ort, aber das Blutbad hatte schon begonnen. Der Bus lag umgestürzt auf der Fahrbahn. Ein Dutzend Rogues kletterten darauf herum, schlugen die Fenster ein und packten die schreienden, entsetzten Menschen, die darin in der Falle saßen. Noch mehr Rogues schlichen aus den umliegenden Straßen und Gassen heran, angezogen vom Blutgeruch. Auch Chases Körper reagierte prompt, wurde fast überwältigt. Sein Kopf dröhnte vor Hunger, seine Adern verkrämpften sich angesichts des Drangs, Nahrung zu sich zu nehmen, sich voll zu saufen wie die wahnsinnigen Tiere, die an den Menschen im ungestürzten Bus zerrten. Er drückte die fiebrige Reaktion seines Körpers weg und stürzte sich mit dem Rest seines Teams ins Gewühl, als es zum Angriff überging. Lucan packte den größten Rogue und warf den Blutsauger mit einem Brüllen auf den Asphalt. Zwei schnelle Schüsse und der Schädel des Rogue explodierte. Tötete ihn noch, bevor die Titan-Munition wirken konnte. Im selben Augenblick stürmte Lazarow Arca die umgestürzte Fahrerkabine des Busses und feuerte auf die beiden Rogues, die gerade durch die zerschmetterte Windschutzscheibe einsteigen wollten, geifernd vor Gier, sich zu den vier weiteren zu gesellen, die es bereits nach drinnen geschafft hatten, und fraßen. Chase und Dante sprangen gemeinsam auf den hinteren Teil des Busses. Ein Wechselteam schlitzender Titanklingen und Wut. Sie mähten drei Blutsauger innerhalb von Sekunden nieder, dann schwangen sie sich in den Bus, um sich die übrigen vorzunehmen, während Lucan sich durch die Rogues auf dem Dach des Busses hackte. Vorne räumte Arca die Scherben der Windschutzscheibe beiseite und begann, die panischen Menschen hinauszuziehen. Schreie und Brüllen vermischten sich mit Maschinengewehrfeuer, als der Kampf tobte. Menschen strömten hysterisch aus dem Bus. Es war ein Pandemonium, blutgetränkt und bestialisch. Als der Staub sich endlich legte, lagen nur vier Menschen tot im Bus, zwei weitere Leichen daneben auf der Straße. Die Rogues hatten die größeren Verluste erlitten. Die Überreste von fast einem Dutzend Blutjunkies übersäten wie schwarze Ölpfützen den Asphalt. Kaum hatten sie die Lage unter Kontrolle gebracht, da klingelte Luke ins Handy. Er ging etwas fort von dem blutigen Kampfplatz und nahm ab. Seine tiefe Stimme war gedämpft, und als er das Handy wieder in die Manteltasche gleiten ließ und zu Chase aufsah, war sein blutbespritztes Gesicht ernst. »Was ist los?«, fragte Dante, der neben Chase stand. Da blieb auch Arka neben den Kriegern stehen. »Das war Rowan.« Luken schüttelte ernst den Kopf. »Er hat eine SMS mit Informationen für Gideon bekommen. Anscheinend haben wir die IP-Adresse von Dragos Kommandozentrale.« »Ich werd verrückt!«, keuchte Dante. »Von wem?« Lukens ernster Blick fiel zu Chase und blieb dort, und sein Herz wurde schlagartig zu Eis. »Von Tavia.« »Sie hat sie von Dragos Hauptquartier aus geschickt.« »Er hat Tavia.« Das weiße Herrenhaus im Queen Enstil mit dem parkartigen Garten befand sich auf dem riesigen runden Gelände des Naval Observatory der Vereinigten Staaten im Herzen von Washington, D.C. Tavia erkannte es sofort. Als Senator Clarences Assistentin war sie mehr als einmal in diesem luxuriösen Haus mit über dreißig Zimmern gewesen. Als die Rotoren von Dragos Helikopter über den Amtssitz des Vizepräsidenten knatterten, spähte sie aus dem Fenster zu dem schneebedeckten, baumbestandenen Grundstück hinunter. Als der Helikopter sich in etwa hundert Metern Entfernung des Hauses langsam auf eine Lichtung senkte, schnappte sie vor Bestürzung nach Luft. Die Fahrzeuge von Armee und Geheimdienst standen auf dem Grundstück verteilt auf ihren Posten, aber sie waren unbemannt. Dunkle Gestalten lagen reglos auf dem Boden, überall Kampfspuren. Die Opfer waren allesamt Menschen. Dragos' Killer waren schon hier gewesen. Das hatte sie verstanden, noch bevor zwei von ihnen aus dem Schutz der Bäume hervorkamen, um ihren Kommandanten zu begrüßen. »Alles gesichert«, informierte ihn einer der massigen, schwarz gekleideten Gen 1. »Der Mensch erwartet sie im Haus.« »Hervorragend«, antwortete Dragos. Während die beiden Killer vorangingen, nahm Dragos Tavia reichlich unsanft am Arm, als sie aus dem Helikopter stiegen. Direkt hinter ihnen war der Killer, der mit ihnen geflogen war und sie keine Sekunde aus den Augen gelassen hatte. Die Szene vor dem Anwesen war schon schlimm gewesen, doch der Anblick dessen, was im Haus stattgefunden hatte, bestürzte sie noch mehr. Der Vizepräsident wurde mit vorgehaltener Waffe auf dem elfenbeinweißen Sofa in seinem stilvoll eingerichteten Wohnzimmer festgehalten. Das riesige, abstrakte Gemälde hinter ihm an der Wand war blutbespritzt. Zweifellos von dem des toten Marinesoldaten, der nur einige Schritte weiter auf dem Boden lag. »Sagen Sie mir, was Sie von mir wollen, verdammt!«, schrie der alternde Regierungsbeamte seine emotionslosen Geiseln immer an. »Bitte lassen Sie mich wenigstens meine Frau und Kinder sehen. Lassen Sie sie gehen!« »Beruhigen Sie sich!«, antwortete Dragos liebenswürdig und hatte sofort die volle Aufmerksamkeit des Vizepräsidenten, als er in den Raum schlenderte. »Ihre Familie ist oben, mit einigen meiner Männer. Ihnen fehlt nichts. Ich habe keine Verwendung für Sie.« Der Mann starrte ihn ungläubig an. »Drake Masters? Um Gottes Willen, und Tavia?« Er machte Anstalten aufzustehen, aber der Killer neben ihm drückte ihm seine halbautomatische Pistole in die Rippen und er ließ es sein. »Worum geht es hier, Drake? Ich fordere Sie auf, mir zu sagen, was zur Hölle hier vor sich geht!« Dragos kicherte. »Sie haben gar nichts mehr zu fordern, und Sie können mich Dragos nennen und in ein paar Minuten Ihren Meister ein.« »Ich verstehe das nicht«, murmelte der Vizepräsident. »Ich verstehe gar nichts von all dem, was die letzten Tage geschehen ist.« »Wirklich nicht«, Sandragos düster neben Tavia. Dann ging er rasch und drohend auf ihn zu. »Verstehen Sie endlich, wie mächtig ich bin? Jetzt, wo Sie gesehen haben, wozu ich in der Lage bin, jetzt, wo die Welt das ganze Ausmaß meines Zornes kennengelernt hat, wird die Menschheit endlich erkennen, dass sie nichts kontrollieren kann. »Diese Welt gehört jetzt uns. Mir!« Die erschrocknen Augen wurden noch größer. »Was wollen Sie damit sagen? Dass dieser ganze Wahnsinn auf Ihr Konto geht?« Dragos antwortete mit einem tiefen Knurren, das Tavia das Blut gefrieren ließ. »Der Stamm hat lange genug im Schatten der Menschen gelebt. Ich stelle nur die natürliche Ordnung wieder her. Ich stelle den Stamm an die Spitze der Nahrungskette, wohin wir gehören, und Sie werden mir dabei helfen.« Tavia ballte die Fäuste. Angst schoss durch sie wie Säure, als sie spürte, wie Dragos' Stimmung von mildem Amüsement zu gefährlicher Entschlossenheit umschlug. »Noch heute Nacht werde ich meinen rechtmäßigen Platz als Herr der ganzen Menschheit und des Stammes einnehmen,« fuhr Dragos fort. »Und Sie werden den Anruf tätigen, mit dem ich meine Machtergreifung beginne. Sie werden mir den Präsidenten herholen. Und zwar sofort!« Auf einen Blick von Dragos zog einer seiner Killer dem Menschen das Handy aus der Jackentasche. Der Gen 1 hielt es dem Vizepräsidenten hin, der es nur angewidert anstarrte. »Sie sind wahnsinnig,« sagte er scharf. »Sie sind zwar an meinen Sicherheitsleuten draußen vorbeigekommen und haben meinen Mitarbeiter getötet, aber es werden mehr kommen. Sie sind schon unterwegs, das kann ich Ihnen garantieren. Sie haben sich gerade mit der ganzen Armee der Vereinigten Staaten angelegt.« Dragos lachte. Die Luft um ihn vibrierte vor unheilverkündender Kälte. Dann blitzten seine Augen bernsteingelb auf und seine Fänge schossen aus dem Zahnfleisch. »Rufen Sie an!« »Unmöglich!«, protestierte der Mann. »Das werde ich nicht tun!« In dem Sekundenbruchteil, als der Vizepräsident sein eigenes Todesurteil aussprach und Dragos wie eine Viper zum Sprung ansetzte, trat Telvia in Aktion. Mit ihrer übernatürlichen Geschwindigkeit stellte sie sich zwischen Dragos und sein Opfer, zog das Crimsonröhrchen aus ihrem Versteck und öffnete es. Sie schüttete sich eine Prise des roten Pulvers in die Hand, die einzige Waffe, die sie gerade hatte. Sie stieß die Luft aus, wollte ihm die ganze Dosis ins Gesicht blasen und betete, dass sie ausreichen würde, ihn außer Gefecht zu setzen oder ihm womöglich einen qualvollen Tod bescherte, aber sie bekam nie die Chance dazu. Schneller, als sie wahrnehmen oder reagieren konnte, obwohl sie doch selbst ähnliche Gene besaß, packten zwei von Dragos Leibwächtern sie. Einer riss ihr die Arme auf den Rücken, der andere hielt das Röhrchen mit dem Crimson und sie verstand mit kalter Gewissheit, dass sie auf ein einziges Kommando von Dragos sterben würde. Seine Mine war täuschend milde, seine Bewegungen sehr ruhig, als er seinem Leibwächter das Crimson abnahm und an die Nase hielt. Er schnüffelte leicht, dann knurrte er verächtlich. »Das war unglaublich dumm von dir, Tavia. Wirklich schade.« Bevor sie reagieren konnte, sprang er nach vorn und stieß ihr das offene Röhrchen in den Mund. Sie wirkte an dem trockenen Pulver, als es ihre Kehle traf. Hustend und keuchend fiel sie auf die Knie, als ein Summen ihren Kopf erfüllte wie eine Million stechender Bienen. »Oh Gott«, dachte sie, verzweifelt vor Angst, als das Crimson in ihren Blutkreislauf eindrang und ihr Höllenqualen durch jede Zelle ihres Körpers jagte. Sie hatte versagt. Sie hatte Chase und den Orden jämmerlich im Stich gelassen, und jetzt war sie sich sicher, dass Dragos sie gerade getötet hatte. Chases Knie gaben unter ihm nach. Ein heftiger Schmerz durchzuckte ihn, so als würde sein Brustkorb aufbrechen. Tavia. Um Gottes Willen. Ihre Qualen waren überall in ihm, wie Feuer und Dolche und Gift, ein so intensives Leiden, dass es ein Wunder war, das sein Herz nicht versagte. Nein, das verletzte Organ war kurz davor, hinter seinem Brustbein zu explodieren. Das Ausmaß ihrer Schmerzen in diesem Augenblick war die schrecklichste Erfahrung seines Lebens. Nicht nur wegen der wilden Schmerzen selbst, sondern weil sie es war, die diese Schmerzen litt. Seine Frau, seine Gefährtin hatte Schmerzen. Oh Gott, sie starb womöglich, und er konnte nicht an ihrer Seite sein. Tavia! brüllte er auf. Chase! schrie Dante sofort an seiner Seite, als er unter dem Ansturm ihrer Schmerzen taumelte. Um Gottes Willen! Rede mit mir, Havert! Was ist los? Sie hat Schmerzen! Verdammt, ich muss zu ihr! Eben hatte er gehört, dass sie jetzt bei Dragos war, und seine Verzweiflung kannte keine Grenzen mehr. Als Nico und Brock mit den anderen Kriegern in den beiden Geländewagen des Ordens heranfuhren, rannte Chase auf sie zu. Dante, Luke und Arga folgten ihm auf den Fuß. Tagin hatte gerade Gideon am Telefon, als Chase und sein Team in den Rover hechteten. Wir müssen sofort los! sagte er und sah dann Luke und die anderen an. Gideon hat eine Spur zu der IP-Adresse, die Tavia uns besorgt hat. Der Rechner steht in Maine auf einer Insel vor der Küste in Privatbesitz. Chases Schmerzen wurden intensiver, zerrissen ihn innerlich. Er knurrte auf vor Wut über seine Hilflosigkeit. Bringt mich zu ihr, bitte! Die beiden Geländewagen fuhren los, rasten durch die raucherfüllten Straßen von Washington. Gideon sagt, er hat die Codes für die Auslöser der UV-Halsbänder geknackt. Er versucht gerade, sie GPS-Signalen zuzuordnen, eine Art Karte aller aktiven Killer zu erstellen, meldete Tegan. Luke und stieß ein Grunzlerd aus. Sag ihm, er soll sich verdammt nochmal ranhalten. Wir werden diese Codes brauchen, wenn wir zu Dragos Versteck kommen. Als sie durch die verwüstete, blutgetränkte Dunkler-Hop-Stadt rasten, wurde der schwere Schmerz in Chases Brust stärker. Seine Blutsverbindung zu Tavia pulsierte, pumpte durch seine Sinne wie Trommelschläge, fühlte sich so nah an, dass er sie fast berühren konnte. Wir fahren nicht nach Maine! Nico starrte ihn fragend im Rückspiegel an. Anhalten, keuchte Chase und konnte kaum sprechen, als sie in die Erkenntnis traf wie ein Schlag. Wir müssen umdrehen. Ich spüre sie, sie ist hier. Sie ist hier irgendwo in der Stadt. Sie konnte die Schmerzen kaum ertragen. Sie schwammen durch ihre Adern, durch ihren Kopf und nahmen ihr alle Kräfte, nackten mit winzigen Zähnen an ihrem Verstand. Das war der Tod. Das waren wahre Höllenqualen, eine rasche und gnadenlose Sucht. Sie wandte sich auf dem Boden und schnappte nach Luft, als wäre sie am ersticken. Es war eine Hölle, anders als sie sich je hatte vorstellen können. Zu spüren, dass ihr Körper an einen Hunger verloren war, einen wilden, verzehrenden Durst, den keine Nahrung der Welt stillen konnte, durch trübe Augen das Gesicht schwer auf dem Boden, wo sie sich in hilfloser Verzweiflung wand, beobachtete sie, wie Dragos' neuester Lakai den Mann anrief, dessen dualer Vertreter er einst gewesen war. Der Vizepräsident blutete immer noch aus den beiden Bisswunden am Hals, die Dragos ihm zugefügt hatte, aber er spürte keine Schmerzen mehr, nur noch den Drang, seinem Meister zu dienen. Der Präsident ist unterwegs, sagte der Lakai und gab Dragos mit dem Lächeln eines Toten das Handy zurück. »Aber er ahnt etwas. Er wird mit einer schwer bewaffneten Militäreskorte kommen, Meister, und sobald er spürt, dass etwas nicht stimmt, werden sie schießen. Mit Tötungsbefehl.« Dragos nickte. »Darauf sind wir vorbereitet. Ich muss nur an ihn herankommen. Bald wird auch er mir gehören, und durch ihn die anderen wichtigsten Staatsoberhäupter der Welt, einer nach dem anderen.« »Du hast gerade einen wertvollen Beitrag für die Machtergreifung des Stammes über die Menschheit geleistet.« Der Lakai senkte Servil den Kopf. Tavia versuchte aufzustehen, hoffte verzweifelt, dass irgendetwas Dragos noch aufhalten konnte. Kaum hatte sie den Kopf gehoben, senkte sich ein schwerer Stiefel auf ihren Hinterkopf und nagelte sie fest. Der Stiefelabsatz des Killers drohte ihr, den Hals zu zerquetschen, sobald sie auch nur daran dachte, sich gegen seinen Kommandanten zu erheben. Sie ließ sich wieder zurücksinken und spürte, wie eine neue Qual in ihr zum Leben erwachte. Es war Chase. Ihr Blut rauschte vom Ausmaß seiner Wut, seiner Angst um sie. Es erschütterte sie bis ins Mark, wie sehr er sich wünschte, gerade bei ihr zu sein, und er war unterwegs. Auch das konnte sie spüren. Sie spürte jede Meile, um die sich die Entfernung zwischen ihnen verringerte, konnte ihn fast schon spüren, wie er sie drängte, nicht aufzugeben, am Leben zu bleiben, bis er sie erreicht hatte. Und erst jetzt begann sie zu weinen. Chase war unterwegs zu ihr, und Dragos und seine Killerarmee würden ihn in Empfang nehmen. »Bist du sicher, dass es hier ist?« fragte Nikolai am Steuer, als sie auf das ausgedehnte Gelände des Naval Observatory zurasten. Chases Blutverbindung gab ihm Antwort. »Bin ich. Sie ist irgendwo da drin.« »Das Haus des Vizepräsidenten ist auf diesem Gelände«, sagte Dante neben ihm auf dem Rücksitz des Rover. »Hier sollte es eigentlich vor Armeeleuten wimmeln. Nicht, wenn auch Dragos hier ist.« Lukens Antwort war eine unheilverkündende Mischung aus Vorahnung und kaum verhüllter Drohung. »Ich werde verrückt. Teber hat uns direkt zu dem Bastard geführt.« Lukens Handy summte, und er drückte es auf Lautsprecher. Es war wieder Gideon. Er hatte die Lage beobachtet, seit sie vor einigen Minuten aufgebrochen waren, und jetzt klang er ganz aufgeregt. »Wir haben endlich einen Durchbruch mit diesen Halsbahn-Signalen«, meldete er. »Ich habe eine Karte online und sehe gerade jede Menge Signale aus dem Großraum Washington kommen.« »Wo genau?« fragte Luken, als Nico schnell um eine Ecke bog und das Gaspedal durchdrückte. Brock dicht hinter ihn. »Ich habe Dutzende von Signalen ein paar Meilen nordwestlich des Weißen Hauses geortet. Das ganze Gebiet blinkt wie ein gottverdammter Weihnachtsbaum. Luken sah zu Chase und den anderen Kriegern hinüber, die dunklen Brauen tief über die stahlgrauen Augen gesenkt. »Ich weiß genau, wo das ist. Da fahren wir eben hin.« »Verdammt, das sieht aber gar nicht gut aus«, murmelte Gideon im Techniklabor, fuhr sich mit der Hand durch den wirren, blonden Haarschopf und ließ sich in seinen Stuhl zurücksinken. »Jungs, hört zu. Das könnte eine Falle sein. Ihr könntet Dragos direkt in die Arme laufen.« Ein Muskel zuckte in Lukens Kiefer, als er Chases entschlossenem Blick begegnete. »Schätze, das werden wir bald herausfinden. Tavia ist da drin. Wir fahren nicht ohne sie.« Ein Blick zu Nico und er drückte das Gaspedal durch. Mit quietschenden Reifen rasten beide Rover des Ordens über den Rasen vor das Anwesen des Vizepräsidenten zu. Auf halbem Weg sprang Chase hinaus und rannte mit der ganzen übernatürlichen Geschwindigkeit, die er besaß, auf das Haus zu. Dragos hörte das plötzliche Geräusch von quietschenden Reifen draußen vor dem Haus. Er fuhr herum, wusste, dass der Präsident und seine Sicherheitseinheit nicht wie die Wahnsinnigen angerast kommen würden. Es war der Orden. Er sah zu Tavia hinüber, erinnerte sich daran, dass sie Sterling Chases Blut getrunken hatte. Er hätte damit rechnen müssen, dass der Ex-Agent und Halb-Rogue auch ihr Blut gekostet hatte. Sie hatten eine Blutsverbindung, und als Dragos die Tränen auf Tavias verzarrtem Gesicht sah, verstand er, dass Chase und sie durch mehr als nur Blut miteinander verbunden waren. Sie liebte ihn. Und der Kakophonie von Kampflamm und Maschinengewehrfeuer, die sich jetzt draußen im Hof erhob, nachzuurteilen, wettete Dragos, dass auch Sterling Chase sie liebte. »Du hast sie hergeführt«, er lachte dröhnend und applaudierte ihr spöttisch. »Gratuliere, Tavia. Du hast geschafft, was mir diese ganze Zeit über nicht gelungen ist. Du hast mir den Orden direkt ans Messer geliefert.« Er sah sich zu einem seiner Killer um, die sich in seiner Nähe im Wohnzimmer bereithielten. »Keine Überlebenden verstanden. Sagt den anderen, sie haben völlig freie Hand. Ich will Luke in und seine Krieger totverdammt, und zwar jetzt auf der Stelle!« Als der Killer herumfuhr, um den Befehl auszuführen, zersplitterte auf der Vorderseite des Hauses ein Fenster. Maschinengewehrfeuer zerriss die Nacht, und ein riesiger, wutschnaubender Mann krachte durch die Scheibe ins Haus und riss den Gen 1 zu Boden. Dragos keuchte erschrocken auf, angesichts der unerwarteten Invasion. Er tauchte nach einer Waffe, als Sterling Chase sich mit seinem Killer einen mörderischen Zweikampf lieferte. Der Krieger kämpfte wie verrückt, ein Raubtier, fast schon prachtvoll in seiner Tödlichkeit. Ein weiterer Killer sprang hinter Chase durch das Fenster, dann noch einer, und mit ihrem wilden Gewehrfeuer mähten sie zwei weitere Killer nieder, scheinbar mühelos in ihrer Wut. Der Kampf war brutal, und Dragos spürte einen Anflug von Unsicherheit, als er mit ansah, wie seine hochspezialisierten Mordmaschinen von Chase, Dante und Rio ausgeschaltet wurden. Hinter ihm bemerkte Dragos, wie Tavia die vorübergehende Ablenkung ausnutzte, um sich vom Boden zu erheben. Das Miststück war in schlechter Verfassung, würde aber trotzdem nicht kampflos aufgeben. Ihre bahnsteingelben Augen durchbohrten ihn vom anderen Ende des Raumes. Ihre Fänge waren scharfe, weiße Dolche, von denen der rote Crimson-Schaum tropfte, dem Stoff, der ihr zuerst den Verstand und dann das Leben nehmen würde. Aber nicht schnell genug. Sie drückte sich aus ihrer geduckten Haltung vom Boden ab und sprang ihn an. Dragos wurde zu Boden gerissen. Seine Pistole rutschte ihm aus der Hand, als die wutschäumende Stammesvampiren sich auf seine Brust hockte wie ein Drache, um ihm die Eingeweide herauszureißen. Aber die Chance bekam sie nicht. Bevor sie ihm etwas tun konnte, riss sie sein letzter im Haus verbliebener Killer von ihm herunter und warf sie gegen die Wand. Sie krachte auf den Boden und blieb gebrochen und stöhnend liegen. Als sie versuchte, für die nächste Runde wieder hochzukommen, war Dragos schon da. Nicht so schnell, warnte er sie und presste ihr die Mündung einer halbautomatischen neun Millimeter an die Schläfe. Dragos nickte seinem Killer zu. Dieser riss sie auf die Beine. Dragos hielt seine Pistole weiter auf sie gerichtet. Er würde ihr Hirn an der Wand verspritzen, wenn ihr auch nur einfallen sollte, auf eine Art zu blinzeln, die ihm nicht gefiel. Am anderen Ende des Raumes hatten Chase und die anderen seine beiden Killer erledigt. Unten im Hof tobte der Kampf weiter. Schüsse krachten. In der Ferne heulten Sirenen, als der Rest der Stadt auf Dragos' Befehl weiter belagert wurde. Dragos grinste, als Chase erkannte, dass er diese Schlacht nicht gewinnen konnte. Die Augen des Kriegers glühten bernsteingelb, als er die Pistole anstarrte, die das Leben seiner Frau jede Sekunde beenden konnte. Ihr habt verloren, sagte Dragos zu ihm. Du und der Orden hattet nie eine Chance. Lass sie gehen. Jetzt hob Chase seine eigene Waffe und zielte auf Dragos' Kopf. Sie gehen lassen? Dragos schnaubte hünisch über den Befehl. Er wusste, dass Chase nicht schießen würde. Nicht, wenn er riskierte, dass seine Frau gleichzeitig eine Kugel in die Schläfe bekam. Nicht, dass jetzt noch eine Kugel nötig wäre, um Tavia Fairchild zu töten. Sie ist schon hinüber, Krieger. Schau sie dir an. Wie sie schäumt und keucht wie eine tollwittige Hündin. Waffe fallen lassen. Tavia, sagte Chase jetzt und in seinen Augen standen Liebe und Sorge. Sag mir, dass du okay bist. Oh Gott, bitte sag mir, dass ich dich nicht verloren habe. Dragos kicherte, als echter Schurke genoss er dieses Schauspiel. Ich sagte, Waffe fallen lassen. Die Worte blieben ihm im Hals stecken. Dann entfuhr ihm ein keuchender Schrei, als ihm ein lähmender Schmerz in den Schädel fuhr. Ein weißglühender Speer, der sein Hirn durchbohrte und jeden Muskel seines Körpers vor Qual verkrampfte. Die Pistole fiel ihm aus der Hand. Seine Beine knickten unter ihm ein. Sein Kopf fühlte sich an wie in einem Schraubstock, kurz davor unter dem extremen Druck und den Schmerzen zu platzen. Als Dragos hilflos zu Boden fiel, sah er eine schlanke Frauengestalt in schwarzem Leder. Eine Stammesgefährtin mit kinnlangem schwarzem Haar und durchdringenden jadegrünen Augen hielt ihn im Netz ihrer übernatürlichen Gabe gefangen. Sobald Renata Dragos außer Gefecht gesetzt hatte, sprang Chase ihn mit einem wütenden Satz an. Jetzt gab es für ihn kein Halten mehr. Mit einem tierhaften Aufbrüllen schlug er Dragos die Fänge in den Hals und riss ihm den Kehlkopf heraus. Dragos' Schrei erstarb mit ihm. Der Mann, der so viel Gewalt und Elend verursacht hatte, war tot. Die Augen aufgerissen, der Kiefer erschlafft vor Angst und darunter nur noch eine blutige Masse zerrissener Sehnen und spritzender Arterien. Chase hatte ihn leiden lassen wollen, hatte ihm einen brutalen, qualvollen Tod gewünscht, aber nicht, wenn Tavias Leben auf dem Spiel stand. Chase ließ Dragos' Leiche fallen wie einen Müllsack und würdigte sie keines Blickes mehr. Dragos' Tod war auch das Ende für seine Lakaien. Hinter Chase fiel der Mann, der einst der Vizepräsident der Vereinigten Staaten gewesen war, leblos zu Boden. Überall auf der Welt, wo Dragos die Samen seiner Revolte gesät hatte, starben die Menschen, die ihm gehört hatten, jetzt auf dieselbe Weise. Still, abrupt und unerklärlich. Aber nicht seine Killer-Armee. Für Dante, Rio und Renata stellte der letzte Killer im Haus keine Gefahr mehr dar. Aber diejenigen, die draußen auf dem Grundstück immer noch mit dem Orden kämpften, würden erst aufgeben, wenn sie die Befehle ihres Kommandanten ausgeführt hatten. Chase wusste, dass seine Brüder draußen ihn gerade brauchten. Er wusste es. Und doch rannte er zu Tavia und zog ihren vom Crimson verwüsteten Körper in seine Arme. Bleib bei ihr, sagte Dante, und seine whiskyfarbenen Augen verurteilten ihn nicht. Nur die Freundschaft und das Verständnis eines Mannes, der dasselbe tun würde, wenn seine eigene blutsverbundene Gefährtin jetzt hier gelegen hätte, waren in ihnen zu sehen. Pass auf sie auf! Wir kümmern uns um den Reste! Chase drückte Tavia fest an sich, als Dante und die anderen sich umdrehten und hinausgingen, um sich in die Schlacht zu stürzen. Im nächsten Augenblick wurde die Nacht draußen von einem gleißenden Lichtblitz erhellt. Lucan warf sich zu Boden und schirmte die Augen ab, sowie auch der Rest des Ordens, als die UV-Halsbänder der Gen-1-Killer zu summen begannen. Und doch war das Ausmaß der Explosion ein Schock für ihn. Das Licht, das sie ausstrahlten, war gleißend hell, und die ganze angreifende Killer-Armee fiel wie vom Blitz getroffen zu Boden. Als es im nächsten Augenblick vorbei war, war der Boden mit Dutzenden von toten Killern übersät, die Köpfe säuberlich vom Körper abgetrennt durch die UV-Halsbänder, die sie an Dragos gefesselt hatten. Er ist tot! Dante kam mit Rio und Renata aus dem Haus gelaufen, und Nikolai umarmte seine Gefährtin wild, sobald er sie sah. Dragos ist tot! Was ist mit Chase und Tavia? fragte Lucan und sah zum Haus zurück, als die beiden nicht herauskamen. »Es geht ihr gar nicht gut, Lucan«, dann das Ton klang nicht sehr optimistisch. »So wie sie aussah, der rosa Schaum an ihrem Mund, so etwas habe ich bisher nur ein einziges Male gesehen.« Als der Orden gebeten wurde, den Crimson-Dealer zu stoppen, der so viele junge Stammesvampire zu Rogues gemacht hat, beendete Lucan den Satz für ihn und erinnerte sich an jene Nacht und an den stockkonservativen Agenten, der vor einem Jahr widerwillig zu ihnen gestoßen und irgendwie zu einem wichtigen Mitglied des Ordens geworden war. Ein Mitglied seiner Familie, das Lucan mit seinem Leben beschützen würde. Und weil er sah, wie viel Tavia Fairchild Chase bedeutete, weil er ihre Verbindungen zueinander erkannte und würdigte, war jetzt auch sie ein Teil dieser Familie. »Wir müssen sie ins Hauptquartier zurückbringen und uns um sie kümmern.« Dante nickte. Aber sein Blick war besorgt, nicht nur wegen Tavia, sondern auch wegen Chase. »Wenn sie es nicht schafft...« »Wir müssen eben dafür sorgen, dass sie es schafft!« Lucans Handy klingelte. Es war Gideon aus dem Hauptquartier. »Da du rangehst, schätze ich mal, mein Hacker-Programm für die Detonations-Codes hat funktioniert.« »Hat es!«, bestätigte Lucan und nickte Tagen und den anderen zu, die das Wunder von Gideons Genie gerade miterlebt hatten und sich nun zum Rest der Gruppe gesellten. »Der Krieg mit Dragos ist endgültig vorbei. Jetzt müssen wir uns um die Folgen kümmern.« Als er redete, kam ein großer, schwarzer Geländewagen mit blitzenden Scheinwerfern und einer Militäreskorte über die Auffahrt auf das Haus zugerast. Lucan spürte, wie seine Brüder sich um ihn herum anspannten, sich für eine Fortsetzung der Schlacht wappneten. »Nicht angreifen«, befahl Lucan kühl. »Wir müssen den Menschen zeigen, dass wir ihre Verbündeten sind, nicht der Feind. Hoffentlich geben sie uns diese Chance trotz allem, was Dragos getan hat.« Dutzende kampfbereiter Soldaten umringten den Orden, als der Geländewagen in einigen Metern Entfernung von den Kriegern anhielt. Ein grimmig wirkender Mann in Militäruniform stieg hinten aus und ging mit militärischem Schritt auf sie zu. Auf dem Rangabzeichen seines Tarnanzugs waren vier Sterne eingestickt, vier weitere auf der Schirmmütze, die sein ergrauendes Haar bedeckte. Als der Offizier sich näherte, musterten seine klugen Augen die unerklärliche Zerstörung und die vielen Leichen, die das Grundstück übersäten. »Herr General«, sagte Lucan und nickte ihm grüßend zu. Der Mann blieb stumm, schätzte die Situation ab. »Wo ist der Vizepräsident?« »Er ist tot. Sie finden seine Leiche im Haus, zusammen mit der des Mannes, der für die Geschehnisse dieser Nacht hier verantwortlich ist.« Lucan sah dem hochrangigen Militär direkt in die abschätzend blickenden Augen. »Der Mann, der das Blutbad in dieser Stadt und weltweit inszeniert hat, wird keinen Schaden mehr anrichten. Meine Brüder und ich haben ihn liquidiert, aber immer noch laufen blutsüchtige Bäschen auf ihren Straßen herum und es liegt noch viel Arbeit vor uns, um das zu beenden. Diese Arbeit müssen wir gemeinsam tun. Die Menschheit und unsere Spezies.« Der General machte die Augen schmal. »Eure Spezies? Was seid ihr? Brutale Bestien, Vampire, die unsere Bürger abschlachten, auf der ganzen Welt Blut vergessen, sich von uns nähren wie Parasiten.« »Meine Spezies nennt sich der Stamm«, antwortete Lucan ruhig. »Wir leben seit Jahrhunderten unter euch. Wir sind keine Monster. Tatsächlich sind wir zum Teil menschlich, nicht so anders als ihr.« »Ich konnte an den Morden der letzten paar Nächte keine Menschlichkeit entdecken.« Lucan nickte, konnte es nicht leugnen. »Einige von uns waren der Ansicht, dass die Menschheit uns zu dienen hat, statt diese Welt in Frieden miteinander zu teilen. Ihr Anführer ist nun tot.« Der General starrte ihn an, nicht überzeugt. »Wie können wir jemals einem von euch trauen, nach allem, was wir gesehen haben?« Lucan ließ die Verachtung und den Argwohn des Mannes ohne Reaktion über sich ergehen. Schließlich war er nicht ohne Schuld. Es würde Jahre dauern, die Angst zu beschwichtigen, die in den letzten Tagen die Herzen der Menschen erfasst hatte. Es konnte Jahrhunderte dauern, um wieder ein Gefühl von Ordnung aufzubauen. Und noch länger, um einen Zustand friedlicher Koexistenz zwischen ihren Rassen zu erreichen. Aber sie mussten es versuchen. »Für die Zukunft von ihnen allen. Für die Zukunft aller ungeborenen Kinder, des Stammes und der Menschen.« »Ich weiß, dass es nicht einfach wird«, sagte Lucan. »Aber zum Wohl von uns allen müssen wir es versuchen.« Der General setzte eben zum Reden an. Dem harten Ausdruck seiner Augen nach wollte er protestieren. Aber im selben Augenblick hielt er inne und lauschte dem Kommunikationsgerät in seinem rechten Ohr. »Jawohl, Sir«, murmelte er leise. »Natürlich, Mr. President.« Er trat zur Seite, als sich die hintere Tür des Geländewagens öffnete und ein weiterer Mann ausstieg. Lucan holte Atem und beobachtete wachsam, wie die Militäreskorte sich teilte, um den mächtigsten Mann der Vereinigten Staaten durchzulassen. Der Präsident stand vor Lucan, lässig in Jeans und eine olivgrüne Vlies gefütterte Bomberjacke gekleidet. Er wirkte verhärmt, als lastete das Gewicht der ganzen Welt auf seinen Schultern. Lucan lächelte wissend und senkte grüßend den Kopf. »Sie sagen, der Mann, der das alles verursacht hat, ist tot?« »Ja, Sir«, antwortete Lucan mit einem Nicken und erkannte, dass der Präsident sein Gespräch mit dem General aus dem Geländewagen mit angehört hatte. »Und Sie und diese Männer und diese Frau«, fügte der Präsident mit einem Blick auf Renata hinzu, die genauso grimmig entschlossen aussah wie die übrigen Krieger. »Sie sagen, Sie alle waren an seiner Liquidierung beteiligt?« »So ist es, Sir«, antwortete Lucan. Der Oberbefehlshaber der Vereinigten Staaten schwieg und überlegte. »Ich habe Richter von einer Gruppe Soldaten gesehen. Eine Gruppe Vampire, die Menschenleben gerettet haben, seit hier vor zwei Nächten das Gemetzel begann. Ist Ihnen diese Gruppe bekannt?« »Das sind meine Leute«, antwortete Lucan mit stolzgeschwellter Brust. »Wir sind der Orden, und ich bin sein Anführer, Lucan Thorn.« Jetzt musterte ihn der Präsident, solange das Lucan sich fragte, ob hier und jetzt ein neuer Krieg begann. Dann hob der Mann langsam die Hand und hielt sie Lucan hin. »Wir stehen in Ihrer Schuld, Lucan Thorn. In Ihrer und in der Ihres Ordens.« Lucan nahm die Vertrauensbezeugung an. Er nahm die Hand des Präsidenten in seine schwielige, vom Kampf noch blutverschmierte Pranke und schüttelte sie fest. Tavia fühlte sich in seinen Armen zu warm an, fiebrig, obwohl sie zitterte. Das Crimson hatte sie in seinen Klauen. Zu stark für sie. Sie ging unter, trieb immer mehr aus Chases Reichweite. »Bleib bei mir, meine Schöne, verlass mich nicht.« »So müde«, murmelte sie. »Ihre Lippen waren trocken und aufgesprungen. In den Mundwinkeln klebte rosafarbener Schaum.« »Solchen Durst.« »Ich weiß«, flüsterte er. »Ich weiß, wie du dich fühlst, aber Blut kann dir jetzt nicht helfen. Es macht alles nur noch schlimmer.« Sie stöhnte, und in diesem gebrochenen Laut hörte er ein Echo seines eigenen Kampfes. Welche Ironie, dass ausgerechnet Tavia die Blutgier bekam, gerade jetzt, wo er endlich das Gefühl hatte, seine Sucht tatsächlich besiegen zu können. Wie grausam der Gedanke war, dass sie so litt, wie er gelitten hatte, und das nur deshalb, weil sie ihm und dem Orden hatte helfen wollen, Dragos zu besiegen. Und sie hatte ihnen wirklich dabei geholfen. Wenn sie nicht so viel riskiert, ihr Leben aufs Spiel gesetzt hätte, wer weiß, wie weit Dragos seine perversen Pläne noch getrieben hätte. Draußen hatte der Kampflamm sich gelegt. Die helle Explosion, die Chase vor wenigen Minuten gesehen hatte, hatte eine seltsame Stille hinterlassen. Keine Schüsse oder Kämpfe mehr in der Nähe. Dragos Killer waren nicht mehr am Leben. Das wusste Chase. Und die Rogues, die in den Großstädten der ganzen Welt immer noch frei herumliefen, würde der Orden weiterjagen, so lange, bis er auch den letzten von ihnen in einen Ascherhaufen auf der Straße verwandelt hatte. Die Welt der Zukunft würde besser sein, dank Tavias Mut und dem seiner Brüder. Da war so viel, worauf man sich freuen konnte. So viel Hoffnung auf eine bessere Welt für alle. Und diese Welt wollte er sich nicht ohne Tavia vorstellen. Das durfte einfach nicht sein. Er würde sie wieder gesund pflegen, auch wenn er sich dazu mit ihr einschließen musste, bis das Fieber ihres Hungers sich endlich gelegt hatte, wenn es sich denn jemals widerlegte. Er würde mit Freuden sein Leben für ihres geben, wünschte sich so sehr, die Zeit zurückzudrehen und das tödliche Crimson an ihrer Stelle nehmen zu können. Nein, murmelte sie, ihre Stimme belegt durch ihre Fänge. Selbst durch die verwüstenden Auswirkungen der Droge musste sie die Tiefe seiner Emotionen gespürt haben, als er sie vorsichtig und verzweifelt in den Armen hielt. Traurig sah sie zu ihm auf, und in ihre wilden, bernsteinfarbenen Augen traten Tränen. Lass mich hier, Chase. Geh zu deinen Brüdern. Nein. Er schüttelte den Kopf einmal, dann noch einmal heftiger. Nein. Ich verlasse dich nie wieder. Seine Stimme brach, übervoll von den Gefühlen, die er für diese Frau empfand. Seine Frau. Seine Gefährtin. Ich liebe dich. Du gehörst zu mir. Das habe ich in meinem Herzen von Anfang an gespürt. Du bist meine liebste, Tavia. Meine einzige. Ich liebe dich. Chase, flüsterte sie. Jetzt rollten ihr die Tränen über die Wangen und auf ihr Kinn. Ich liebe. Ein heftiger Krampf schüttelte sie, als das Crimson tiefer in ihr Blut eindrang. Chase spürte es heiß und kochend in seinen eigenen Adern. Und er spürte ihre Liebe. Unter dem wilden Durst, der ihren Körper verwüstete, spürte Chase den starken und regelmäßigen Schlag ihres Herzens. Und es war erfüllt von Liebe zu ihm. Das war alles, was er wissen musste. Alle Hoffnung, die er brauchte. Sie würde sich wieder erholen. Sie würde gesund werden. Und für immer mit ihm zusammen sein. Er zog sie hoch in seine Arme, küsste ihren ausgedörrten Mund. Dann stand er mit ihr auf und trug sie aus dem Haus. Fort von dem Gemetzel. Zurück zu den Kriegern seiner Familie. Ich bring dich nach Hause, Tavia. Epilog Neujahrstag Ein Jahr später Chase hatte sein Versprechen wahrgemacht, nicht von ihrer Seite zu weichen, bis sie nicht wieder ganz gesund war. Tavia hatte seine Kraft gespürt, die sie hielt, beschützte, ihr Halt gab in der Zeit, in der ihr Körper darum kämpfte, vom Rand eines dunklen Abgrundes zurückzufinden. Tess hatte geholfen, ihre Organe von den verheerenden Schäden des Giftes zu heilen. Aber selbst ihre einzigartige Stammesgefährtinengabe konnte nur wenig gegen den Hungerausrichten der Tavia geplagt, ihr ihren Willen und ihren Verstand genommen hatte. Stunde um Stunde, Tag für Tag, Woche um Woche. Dafür hatte sie sich an eine scheinbar abwegige Quelle wenden müssen. Dragos, oder für mehr Tavias Patientenakte des Lakaienarztes, in der genau dokumentiert war, wie er 27 Jahre lang Tavias Stammesnatur unterdrückt hatte. Sie hatten die Behandlung von Dr. Louis dazu benutzt, um ihren Bluthunger zu dämpfen und ihr Fieber zu senken, damit sie die Sucht aushungern und sich erholen konnte. Es hatte Monate gedauert. Welche Ironie es doch war und doch irgendwie passend, dass dieselben hinterhältigen Praktiken, mit denen man seit ihrer Geburt ihr Vertrauen missbraucht hatte, am Ende ihre Rettung waren. Das und Chases Liebe. Sie durchströmte sie jetzt, als er hinter ihr stand und schützend die Arme um sie gelegt hatte. Sein Herzschlag heilte in ihrem eigenen Blut wieder, regelmäßig, stark und gesund. Sie schmiegte sich tiefer in seine Arme und seufzte leise, als ein warmer Atem über ihren Hals strich. »Hab ich dir heute schon gesagt, wie sehe ich dich, Liebe?« murmete er leise, nur für ihre Ohren bestimmt. »Hast du?« flüsterte sie und lächelte, als er sie kurz unters Ohr küsste und ihr eine Hitzewelle durch den ganzen Körper fuhr. »Aber denke nicht, dass ich je genug davon kriege.« Das Knurren, mit dem er ihr antwortete, vibrierte gegen ihren Rücken wie ein sinnliches Schnurren. »Nur gut, dass wir praktisch unsterblich sind. Wir haben schon viel zu viel Zeit verloren.« Sechs ganze Monate. So lange hatte es gedauert, bis Tavia ihre Reise zurück zu den Lebenden gemacht hatte. Es war nicht leicht gewesen, aber jetzt erinnerte sie sich kaum noch an diese Zeit und ihre Qualen. Eine seltene, gnadenvolle Erlösung von ihrem unbestechlichen Gedächtnis. Aber durch die Blutsverbindung hatte Chase das alles mit ihr ertragen müssen. Es musste die Hölle für ihn gewesen sein, gleichzeitig gegen seine eigene Sucht anzukämpfen und auch ihre zu spüren. Aber irgendwie hatte er es geschafft. Mit der Hilfe seiner Brüder vom Orden, seiner Familie. Und jetzt auch ihrer Familie. Tavia sah die anderen an, die sich heute Nacht mit ihnen in der dämmerig erleuchteten Besuchergalerie im Sitzungssaal des Sicherheitsrates im UN-Hauptquartier in Manhattan versammelt hatten, wo Lugen gleich seine Rede an die Delegation halten würde. Der ganze Orden war mit Familien gekommen. In der ersten Reihe der Besuchergalerie waren Gabriel, Savannah und Gideon, Dante und Tess mit dem kleinen Xander Raphael, der eben ein Jahr alt geworden war. Tegan hielt seinen kleinen Sohn im Arm, den anderen hatte er liebevoll um Elise gelegt. Rio und Dylan, Kate, Alex, Brock und Jenna standen mit Nico, Renata und Myra neben dem riesigen Glasfenster und schauten mit Andreas und Claire Reichen, Hunter, Corinne und Nathan, Lazarou und Kellen Arker auf die Menge von 1800 Delegierten aus der ganzen Welt hinunter, die unten auf ihren Plätzen saßen. Der vollbesetzte Sitzungssaal summte vor Aufregung und Erwartung, denn heute, als es an diesem kalten, klaren 1. Januar Nacht wurde über Nordamerika, hatte die Koalition von 193 Nationen ihre Charta geändert, um ihr neuestes Mitglied aufzunehmen. Den Stamm. Chases Herz schlug voll Erwartung, die Tavia teilte, als Lucan ans Mikrofon trat. Neben ihm standen der Präsident der Vereinigten Staaten und mehrere andere Staatsoberhäupter aus aller Welt. Mein Name ist Lucan Thorn. Sein durchdringender Blick streifte die Gesichter der Delegierten, die ihrerseits alle den Respekt einflößenden Mann im konservativen schwarzen Anzug anstarrten, der wenig dazu tat, seine mächtige, düstere Ausstrahlung zu dämpfen. Ich stehe heute Abend vor Ihnen und wende mich an die Welt im Namen meiner Angehörigen, meiner langlebigen Spezies, die sich der Stamm nennt. Als seine tiefe Stimme den Saal erfüllte, wurde es schlagartig totenstill. Wir existieren seit Jahrhunderten unter Ihnen, und wir wollten der Menschheit nie Böses, auch wenn es vor dem Hintergrund der blutigen Ereignisse Zeit brauchen wird, um Vertrauen aufzubauen. Er hielt inne, damit seine Worte ihre Wirkung entfalten konnten. Jeder im Raum war sich dessen bewusst, dass seine Ansprache zu einem Millionenpublikum auf der ganzen Welt übertragen wurde. Im letzten Jahr hat es Opfer auf beiden Seiten gegeben. Die Menschen, die nachts von den Rogues, mutierten Mitgliedern unserer Spezies, angefallen wurden, und diejenigen von uns, die in den Wochen und Monaten nach der ersten Gewaltwelle tagsüber gejagt und aus ihren dunklen Häfen gerissen wurden. Wir müssen uns einig sein, diese dunklen Zeiten hinter uns zu lassen und gemeinsam einen neuen Kurs für die Zukunft einzuschlagen. Das wird nicht leicht sein. Möglicherweise wird es Jahre dauern, und es wird auch nicht ohne weitere Todesopfer gehen. Als sich bei diesen harten, ehrlichen Worten, die sich auch als Drohung statt als Warnung interpretieren ließen, ein unbehagliches Raunen in der Menge erhob, sah Luken den Präsidenten und die anderen Staatsoberhäupter an. Aus der Dunkelheit haben wir zugesehen, wie die Menschheit sich über die Jahrhunderte bekriegt hat, wegen Grenzverläufen und aus gegenseitigem Misstrauen. Ich stehe heute Nacht vor Ihnen und bitte Sie um eine Kooperation über alle Grenzen hinweg, zum Wohl der Menschheit und meiner Spezies. Ich stehe heute Nacht vor Ihnen in der Hoffnung, dass alle Bewohner dieser Welt, die wir gemeinsam bewohnen, einen Weg finden, miteinander auszukommen. Und ich stehe heute Nacht hier, weil ich glaube, dass wir tatsächlich in der Lage sind, einen gemeinsamen Nenner zu finden und einen dauerhaften Frieden zwischen uns allen zu schaffen. Gabriel sah sich lächelnd und mit Tränen in den Augen zu Chase und Tavia und den anderen im Raum um. Als ich Luken kennengelernt habe, hat er mir gesagt, dass er bloß ein Krieger ist, kein Botschafter für seine Spezies. Später, als Dragos am aktivsten war, war Luken am Boden zerstört, weil er keine Hoffnung für die Zukunft mehr sah. Liebevoll sah sie auf ihren drei Monate alten Sohn hinunter, der eng an sie gekuschelt friedlich schlief, die winzigen rosa Fäustchen unter dem Kinn. Ich war noch nie so stolz darauf, seine Gefährtin zu sein wie jetzt. Das war Lukens wahre Bestimmung, sagte Tegan, und der sonst so unnahbare Gen 1 sah voller Respekt und Bewunderung zu seinem Anführer, seinem Freund, hinunter. Er war immer der geborene Anführer, derjenige, der den Weg zu einer besseren Zukunft freigemacht hat. Das hat er schon von Anfang an getan. Er ist eine Zierde seiner Spezies. Das seid ihr alle, fügte Elise hinzu und strahlte zu ihrem Gefährten auf, während ihr Baby sich mit großen, neugierigen Augen im Raum umsah, seine Augen vom selben Pfeilchen blau wie die seiner Mutter. Die anderen nickten oder lächelten, alle Herzen voll Stolz und Hoffnung für die Zukunft erfüllt, die heute Nacht in diesem Saal vorbereitet wurde. Aber Lukens warnende Worte waren warm. Obwohl Tavia vor sechs Monaten geheilt aufgewacht war, durch Chases Liebe stärker denn je, trug der Rest der Welt immer noch tiefe Wunden von der Gewalt und dem Schrecken, die Dragos entfesselt hatte. Und in den nächsten Monaten und Jahren lag viel Arbeit vor ihnen. Immer noch herrschte Misstrauen zwischen der Menschheit und dem Stamm. Immer noch existierten auf beiden Seiten vereinzelte Herde von Unruhe und Gewalt. Mit der Hilfe von Andreas Reichen, Matthias Rowan und dem Dutzend von Agenten, die sich ihrem Kampf angeschlossen hatten, um das Blutvergissen zu beenden, hatte der Orden die Städte von allen Rogues gesäubert. Gemeinsam hatten sie auch Dragos überlebende Leutnants und ihre Verbündeten liquidiert. Aber man konnte nicht wissen, ob seine Saat des Widerspruchs nicht insgeheim anderswo Wurzeln geschlagen hatte. Nachdem die Führungsriege der Agentur zerschlagen und die Mitglieder zerstreut waren, hatte der Orden die Aufgabe übernommen, die Einhaltung der Stammesgesetze durchzusetzen. Es gab immer noch sehr viel zu tun und viele Probleme zu lösen, aber sie hatten einen guten Anfang gemacht. Es gab Hoffnung. Tavia spürte sie, als sie in die lieben, ernsthaften Gesichter der anderen Stammesgefährtinnen sah, ihrer Freundinnen, die um sie versammelt waren. Sie spürte sie, als sie die Krieger ansah, die so standhaft und mutig hinter ihrem resoluten Anführer Luke entstanden, jeder einzelne von ihnen bereit, mit dieser neuen, nie zuvor dagewesenen Lebensweise zu beginnen. Eine neue Welt, aufgebaut und geteilt von allen gemeinsam, der Menschheit und dem Stamm. Vor allem aber spürte sie Hoffnung in sich aufblühen, warm und beständig, als sie in Chases ruhige, blaue Augen aufsah und spürte, wie seine Liebe sie durchströmte. In ihr wuchs. Liebe, die eine physische Form annehmen würde, wenn im Frühling ihre Zwillinge auf die Welt kamen. Tavia war erfüllt von Freude, und als sie ihren Gefährten jetzt in die Augen sah, spürte sie, wie sich ein Gefühl vollkommenen Friedens in ihr ausbreitete. Sie hatten die Liebe miteinander gefunden, eine ewige Verbindung, die stärker war als das Blut, das sie miteinander verbannt. Sie und Chase hatten endlich nach Hause gefunden. stuck 0 0 0 0 0 0